Ja, einen wunderschönen guten Abend da draußen und herzlich willkommen zu NALCS. Ach, du hast es? Du hast auf jeden Fall Flusen hier am Kinn. Oh, stimmt hier unten. Das ist kein April-Scherz. Interessant. Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Es ist soweit, die zweite Halbfinalrunde in den Playoffs der NALCS steht für uns an. Wir haben gestern schon eine Runde begutachten dürfen. Der auch sehr interessant war. Gerade so ein Channel-Pick stand halt im Mittelpunkt, der vorher halt eher selten gesehen war. Als Antwortmöglichkeit auf einen potenziellen Olaf. Und hat alle Games auch sehr gut bestreiten können. Also gestern Team Liquid deutlich dominanter gewesen. Heute hingegen haben wir halt Rio vor allen Dingen so ein bisschen auch am Fokus. Also allgemein 100 Thieves, die ja zuletzt sehr stark aufgetrumpft sind. Aber auch gegen den Clutch Gaming antreten müssen, das sich auch bewährt hat. Ja, das ist richtig. Also Clutch Gaming hat sich sicherlich das Ticket für die Playoffs verdient. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, 100 Thieves, ich meine, sie sind die Erste geworden. Und sie sind gerade zum Ende hin nochmal sehr, sehr stark gewesen. Sie sind ja von Platz 6, glaube ich, oder so. Auf das Eis nochmal durchgeschossen. In meinen Augen absolut das stärkere Team. Aftermu super stark. Zusammen mit Cody Sun. Rio hast du schon angesprochen. Someday sowieso. Aber auch Meteor, der lebt quasi gerade seinen zweiten Frühling, wenn man nicht so möchte. Er ist ja auch schon mit Iran allgemein. Das ist halt 100 Thieves wirklich so ein Team, wo man gar nicht sagen kann, wow, die haben halt viele neue, krasse, mechanically starke Spieler mit dabei. So mechanisch starke Spieler. Someday ist auch schon... Ich wollte ja nichts sagen, das sollte jetzt kein Blame auf Mechanics werden. Um Gottes Willen, das sollte bloß so eine kleine Anspielung darauf sein, dass die einen oder anderen Spieler schon ein gewisses Jährchen mehr mit dabei sind. In der League of Legends Szene. Gerade Afromo, Someday ist schon Ewigkeiten mit dabei. Und Rio ist halt einfach Urgestein. Ja, das stimmt schon. Insofern 100 Thieves. Sehr viel Erfahrung auf dem Buckel. Gerade im direkten Vergleich natürlich, wenn man dann schaut, sowas. Ich meine, klar, du hast halt für Biven, aber auf der anderen Seite Haku, Solo, das sind so Spieler, die da nicht ganz so namenhaft sind. Alles gut? Ja. Kennst du das? Also bei uns in Berlin ist ja heute den ganzen Tag fürchterliches Wetter. Das ist halt die ganze Zeit so ein bisschen Schnee, so ein bisschen Regen mit dabei. Und ich bin ja so jemand, ich bin halt männlich. Ja, ich gehe halt raus. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Ich kann halt kein Wetter, kein Sturm, kein Regen, kann mir was anhaben. Ist mir auch egal. Dafür brauche ich keine Regenschirmen, keine Jacke, kein gar nichts. Und das Problem ist halt bloß, dass meine Haare, wenn sie ein bisschen nass werden, die fangen sich immer an so grauenhaft zu locken. Dafür habe ich vorgesorgt. Nice. Also, no joke, so, das war einer der Gründe. Vorgesorgt und da wächst einfach nichts mehr. Wow, wow. Alter, der Flame, das hat mich jetzt aber hart getroffen, Mori. Das fand ich leer. Das hast du aber provoziert. Ja, das ist richtig. Verdient hatte ich ihn. Ja, und du hast gestern schon so ein bisschen angesprochen, dass quasi für dich ja Team Liquid, gestern gehe ich auch vollkommen mit so, dass das eindeutige Team war. Und heute für dich auch OneHunt Thieves quasi in einer deutlich besseren Position stehen. Definitiv. Also für mich ist zumindest die Begegnung heute etwas eindeutiger als die gestern. Zumindest auf dem Papier, wie das Ganze dann am Ende in der Kluft umgesetzt wird, steht immer noch auf einem anderen Blatt. Insofern muss man nochmal schauen, vielleicht kommen da nochmal ein paar neue Picks. Also das finde ich ja das Schöne auch an, wenn nicht Best of One gespielt wird, sind die Teams auch mutiger, mal neue Picks rauszupacken. Deswegen, also ich bin ja sowieso ein Fan davon, wenn man kein Best of One spielt. Ist natürlich in der EU ein bisschen schwierig. Klar, so halt mehr Spiele hast du natürlich auch mehr aussagekräftige Statistiken, die halt sagen können, ob ein Team wirklich besser ist. Du kannst halt immer ein Game spielen, du kannst halt einfach mal lacken. Und glaubt mir, auch ein Bronzespieler kann man in der Lage sein, halt einen Diamond-Spieler auf der Lane zu besiegen. Alles möglich, hat es alles schon gegeben. Die Frage ist halt bloß, wie oft passiert das? In 100 Games würde das wahrscheinlich von 99 der Games nicht glücken. Und da muss man halt immer sehen, dass Best of Five einfach genauer ist. Es gibt ja halt viel, viel mehr Information, viel, viel mehr Aussagekraft darüber, wie gut die Teams wirklich sind. Was ich halt aber auch schwer finde, dadurch jetzt einzuschätzen. Wir haben halt mit den Teams neue, also die Spieler sind jetzt nicht so neu, aber neue Konstellationen, neue Roster. Wo du halt noch nicht weißt, wie gut funktionieren sie halt wirklich in den Best of Five. Deshalb halte ich mich da immer ganz gerne noch zurück, jetzt zu sagen, wow, die sind halt klar besser. Gerade für Biven ist er auch so ein Spieler, der ja schon ewig viel Erfahrung mitbringt, genauso wie Lyra. In solchen Best of Three oder Best of Five Formaten. Und wir werden sehen, was sie daraus machen. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt den Asier-Bahn, interessanterweise. Swain und Thresh ebenso in der Riege der gewandten Champions mit drin. Ja, also gerade das, man hat es auch gestern gesehen, so ein Trinal-Pick oder so, was dann halt alles drin ist, wenn du eben keinen Best of One spielst. Und da weiß man dann gegebenenfalls zu überraschen. Für mich, muss ich sagen, aber das habe ich ja gestern schon gesagt, Finale One of Thieves gegen Team Liquid mit Team Liquid als Sieger. Aber wenn man das immer so voraussehen könnte, dann wäre es ja langweilig. Also rein von dem, was man am Ende des Splits gesehen hat, würde ich mitgehen. Also das wäre ja so das, was man dann erwarten sollte von den Leistungen der einzelnen Teams. Aber wie gesagt, im Best of Five Format kann sich halt einiges ändern. Vielleicht auch Clutch Gaming auf einmal mit einer brillanten Taktik, die halt One of Thieves einfach heute nicht counten kann. Und dann kommt er trotzdem 13-0 zustande. Es ist alles möglich. Das ist ja das Schöne. Wir sitzen ja hier, um das Ganze auszukaspern, uns anzuschauen und halt Überraschungen zu erleben. Wenn halt jeder wüsste schon vorher, oh 3-0, dann würde halt gar keiner herkommen. Das ist richtig. Jetzt haben wir Catelyn gepickt und auch die Ash jetzt diesmal bei Clutch Gaming. Die haben wir gestern schon gesehen. Hat ihr Comeback erfolgreich gefeiert auch? Also Doublelift hat da halt echt hervorragende Leistung gebracht. Das war sehr positiv überraschend. Und auch der Trundle, der gestern gesehen wurde. Ich hab so ein kleines Déjà-vu. Ja, ist das überhaupt der richtige Clean-Feed? Passt das alles? Na? Oder sehen wir da nicht, wie wir auch noch gut gestern sind? Ich finde, die Bands sehen ein bisschen anders aus. Das muss man dazu sagen. Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, von den Picks, die wir gestern gesehen haben, ist das halt sehr übereinstimmt. Generell ist Cyan nicht gebannt und auch nicht berücksichtigt. Jetzt sieht es so aus, als würde man den Olaf in den Trundle picken. Das geht tendenziell. Also es ist jetzt nicht so, dass du halt schon direkt verloren hast, nur weil der Gegner Trundle hat und damit einen guten Pick. Man hat das auch gestern gesehen können, dass Olaf im Early-Game wesentlich schneller ist, was den Jungle-Klee angeht und wesentlich gefährlicher, als es der Trundle ist. Trundle dann erst deutlich später greift, als es der Olaf tut. Insofern machbar, wenn man da in Snowball gerät. Wir haben jetzt allerdings auf der anderen Seite mit Caitlyn und Orianna, zwei Champions-Tieren, eher ein bisschen skalieren. Beide aber auch mit Möglichkeiten im Early-Game. Und ja, Möglichkeiten, Zoe wäre eine. Ist wieder gebacken worden, aber mal schauen, was sich Verbiven hier aussuchen wird. Ja, aber die ganzen Assassins. Ich glaube, ihnen liegt es so ein bisschen auf der Seele. Der spielt da wirklich gerne mal. Das stimmt. Dass er sie endlich wieder auspacken kann, ist aber in der aktuellen Meta. Gerade auf diesem Patch 8.5 halt eher unwahrscheinlich, dass wir dort einen Assassin sehen werden. Man hat es hier und da mal gesehen. Auch Verbiven hat ja in den Tiebreaker, war das glaube ich, vorher einmal LeBlanc gespielt hat. Ich weiß nicht, ob es halt die Games vor den Tiebreakern waren oder die Tiebreaker. Auf jeden Fall an dem Tag hat er die LeBlanc einmal ausgepackt. Ich glaube, das waren die Tiebreaker. Also es war ein langer Tag. Und da hat man halt auch gesehen, wo halt so ein bisschen die Schwächen liegen. Bei den Assassins, also hier denke ich mit Syndra. Eine sehr solide Entscheidung. Gerade auch nochmal das Potenzial, halt Olaf zu bursten, falls er dich überrennen möchte. Der wird halt doch ein bisschen anfälliger. Und wenn du halt Stundle davon drauf hast, er dann auch sein Ult zündet und ihn dann einfach Ult ist als Syndra. Mit vier, fünf, vielleicht auch sechs Kugeln. Dann ist er halt innerhalb von Sekunden wirklich tot. Ja. Aber da muss natürlich einiges zusammenkommen. Und die Ausführung ist da dann tendenziell ein bisschen schwieriger als die Ausführung, die Olaf zu tun hat. Nämlich einfach eher drücken und auf dich drauf zu laufen. Die Sportposition wird halt sehr ultra interessant. Also hier wird es jetzt wahrscheinlich auch noch einen Alistar-Bun geben. Ja, da kommt er direkt durch. Und damit sind halt die ganzen Meta-Tank-Supports, sage ich mal, schon rausgenommen. Crash ist weg, Tahm Kench ist weg, Alistar und auch Braum. Aber sowohl Haku als auch Aphromo sind zwei Spieler, die gerne mit Hooks arbeiten. Crash gebannt. Vielleicht erleben wir überraschenderweise einen Blitzcrank. Wäre nicht das erste Mal, dass wir dann überrascht werden von diesem Champion. Das stimmt. Auch Bart ist halt immer noch eine Option. Das stimmt. Aphromo ist ein super guter Bartspieler. Genau, das ist halt so ein Champion, wo ich halt bei ihm ganz besonders an denken muss. Auch Shen ist offen geblieben. Shen hat ja gestern auch eigentlich eine wichtige Rolle gespielt. Also er war auf jeden Fall nicht ignoriert. Und Sion sollte man auch nicht aus den Augen lassen. Vor allem wäre es schön gewesen, wenn man ihn hätte flexen können jetzt. Dadurch, dass man jetzt diesen Rat hat, ist es klar, dass er kein Flexpick mehr ist. Wobei du ihn theoretisch auch noch Support spielen könntest. Aber das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich denke, das ist halt hier eine eher schlechtere Option. Aber sie lassen sich zumindest den Support-Pick offen. So gegen Sion ist Shogart auf jeden Fall absolut legitim. Ich hätte sogar den Shogart vielleicht eher bei Clutch Gaming gesehen. Weil sie halt mit dem Shogart immer noch die Möglichkeit haben, Olaf halt direkt zu bursten. Aber mit Sion haben sie natürlich eine ziemlich gut pressurende Lane. Und haben natürlich auch nochmal eine Form von Engage, der bisher noch nicht ganz so stark ist. Der Arrow ist zwar da, aber das war es dann auch so ziemlich. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es Bart wird. Gerade auf dem Syndra kann er halt gut funktionieren. Oder Morgana. Oh, Morgana ist gut. Die habe ich jetzt selber so ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich ganz ehrlich sein. Die haben wir gestern oft gebannt gesehen. Aphromo ist auch sehr treffsicher mit Morgana. Dagegen gibt es jetzt die Karma. Ist so ein bisschen eine Skill-Geschichte. Auch bezüglich Black Shield etc. Wobei Karma einfach mit dem Mantra-Cue am Anfang wesentlich gefährlicher ist, als das bei Morgana der Fall ist. Ich glaube auch Clutch Gaming's Early- und Mid-Game wird halt insgesamt ein bisschen besser sein. Sie werden halt über Sion die Pressure auf der Top-Lane haben. Sie haben halt mit Karma-Ersch halt so viel Pokeschanal. Klar, du hast ein Spare-Shield, aber da wird nicht reichen, um dich dagegen zu verteidigen. Also ich denke auch die Bot-Lane ist da bei Clutch Gaming ein bisschen besser aufgestellt. Und auch Syndra hat gegen Orianna eigentlich ein ganz angenehmes Match-Up. Das stimmt also, was Pressure-Lanes angeht, steht es bei Clutch Gaming ganz gut. Aber auf der anderen Seite, so das Zoning-Potenzial, das Objective-Potenzial, was 100 Thieves hat, ist ein deutlich höheres. Und das gepaart mit einem Early-Game-Jungler wie Olaf, kann ich mir vorstellen, dass sie darüber dann auch ins Skalieren kommen. Entweder halt, weil sie halt schon früh in Snowball geraten oder eben, weil sie sich über Objekte einen Vorteil sichern, was du mit dem Shogart halt sowieso gut kannst. Dazu, man stellt sich vor, eben diesen Orianna-Ball. Das stimmt. Also für mich hier auch eigentlich eine ganz klare Winning-Condition, die hier verteilt wurde. Auf der einen Seite hast du halt 100 Thieves, die halt eigentlich chillen können, sich halt einfach relax zurücklehnen können. Und halt wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine einfach zu spielende Team-Kombo haben. Das ist halt wirklich ein stumpfer Teamfeld, wo halt jeder so ein bisschen seinen eigenen Job erledigen kann. Und halt bloß seine Skillshorts finden muss und halt richtiges Timing abwarten muss. Und sie halt auch sehr gut ins Late-Game skalieren. Und auf der anderen Seite hast du halt ein Team bekommen, die halt sehr über das Early-Mid-Game arbeiten möchte. Die zwar auch nicht so schlecht skaliert, aber definitiv nicht so gut wie 100 Thieves. So, Spiel lädt. Und dann geht's auch direkt rein ins erste Spiel des heutigen Abends, 100 Thieves gegen Klatsch Gaming. Man kann natürlich auch ein bisschen gucken, wie ist der Chat da aufgestellt. Wo sind die Klatsch Gaming-Fans, wo sind die 100 Thieves-Fans? Also ich bin ja ehrlich gesagt ein Klatsch Gaming-Fan. Ja? Ja, ich mag's die Tatsache ein bisschen lieber. Verbiven hat für mich auch eine gute Entwicklung in den ALCS durchgemacht. Gehört für mich aktuell zu den Top-3-Mitlanern in den ALCS. Also ich muss sagen, ich bin traditionell halt von keinem Team-Fan, weil es mir ist wirklich... Nice! Nee, es ist halt wirklich egal. Mir ist egal, was draufsteht. Ich hab ein Deja-Vu. In terms of practice, ich denke, ja, es gibt viele Dinge, die wir während der practice this week arbeiten können, aber am Ende des Tages müssen wir nur auf dem Platz performen. Weil ich glaube nicht, dass man in einer Woche ein besseres Team als sie machen kann. Ich denke, an diesem Punkt werden wir unser Bestes spielen. Und wenn wir nicht besser sind, dann sind wir nicht besser als sie. Wo es oben ist, DSM, CLG und Cloud9 mussten ja frühzeitig hier schon das Spielfeld verlassen und haben keine Chance mehr ins Finale zu kommen in den Playoffs. Ja, das stimmt. CLG ja gar nicht, er sind in die Playoffs gekommen. Jetzt als Olaf. First Pick und jetzt hab ich gerade den Rest nicht gesehen. Ja, sechster Fixed Unique. Also der sechster einzigartige Pick. Das ist nicht so viel, aber wobei die Jungle-Meta auch sehr eingeschränkt war in diesem Split. Ja, ich find's für den Split ehrlich gesagt vollkommen okay. Da kann man überhaupt nicht meckern. Du hast ja super lange halt Zijanis, Ghana in der absoluten Meta drin gehabt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die einzige Lane, die noch weniger flexibel oder noch festgetackter war, war auf der Support-Position. Ja, gerade Braum hat ja auch eine wichtige Rolle gespielt. Diese Tank-Supports waren halt innerhalb des Splits unfassbar gerne gesehen und unfassbar beliebt. Aber dem hat man ja hier mit Bands entgegengewirkt. Und das war auch gestern ehrlich gesagt so ein bisschen im Mittelpunkt. Auch da wurden ja viele Supports rausgebandet und haben halt Freiraum geschaffen für neue Supports. Und hier muss man halt ganz klar sagen, klar, eine Karma und eine Morgana erfüllen natürlich auch einen gewissen Auftrag auf der Lane. Aber ich find halt, die Lanes gerade viel riskanter. Dadurch, dass du halt nicht einfach mal so ein Peel-Tank-Support spielen kannst, nimmst du halt viel mehr Risiko mit. Bist du einmal hinten, kannst du halt richtig, richtig einfach abused werden. Und gerade auch Tower-Dives sind dann natürlich so eine Geschichten, die man dann nicht ignorieren kann. Und da find ich die Meta, wenn halt diese Tank-Supports rausgebandet sind, ehrlich gesagt, ist angenehm. Und schön anzusehen auf jeden Fall. Viel Dynamik in den Games und viele Möglichkeiten halt auch über eigene Team-Vorteile, sag ich mal, das Game schnell ins Rollen zu bringen. Wolltest du die Leute fragen, kann Team XY noch zu den Worlds fahren? Natürlich, das ist ja gerade der Spring-Split, Freunde. Ja, ruhig bleiben, Schock bekämpfen. Es ist immer noch so, dass das Team, was den Summer-Split gewinnt, schon ein safest Ticket für die Worlds hat. Und dass du im Summer-Split nochmal mehr Punkte bekommst. Trotzdem ist der Spring-Split natürlich nicht unwichtig, schon mal erste Punkte zu sammeln. Denn, wenn man im ersten Split schon nicht so gut ist, dann den zweiten dominiert, ist auch nicht unbedingt wahrscheinlich. Und es ist natürlich auch wichtig fürs MSI. Ihr müsst euch vorstellen, für die Worlds, oder hinsichtlich der Worlds, die jetzt gegen Ende des Jahres halt irgendwann wieder stattfindet. Ich glaube, der Termin steht noch gar nicht zu 100 Prozent fest. Aber wird um der Oktober rumgehen. Ja, genauso wie jedes Jahr halt. Und da ist es halt immer so, dass jede der großen Regionen drei Tickets bekommt. Das erste Ticket, wie Mori schon gesagt hat, ist halt wirklich direkt der erste Platz aus dem Summer-Split. Oh, das Highlands. Uh, der Knock-Up. Und das First-Blood. Das First-Blood. Armer Solo. Den hat man hier wirklich gut auseinandergenommen. Aber prozentualer Schaden und Äxte, die dann auch um deine Ohren rumfliegen, die haben es natürlich in sich. Aber das ist genau der Punkt, warum Olaf im Early-Game zumindest dann Trundle überlegen ist, dass er da einfach schneller ist als... Ja, aber es ist schon ein Fehler von Solo. Der wäre halt sehr, sehr gierig, wollte halt seinen Flash nicht unbedingt benutzen. Wenn er hier gleich zum Anfang flasht, dann ist er zumindest näher am Ton dran, das wird knapper. Aber als er hier gesilenced wird, kann er dadurch halt den Knock-Up nicht mehr flashen, weil er halt gesilenced war und da auch kein Flash einzusetzen ist. Das stimmt. Und dann ist er halt ein sicherer Kill, er hat halt einfach ein bisschen zu lange gewartet und irgendwann war es dann zu spät. Natürlich die Frage, wenn Someday da hinterher flasht, ob er halt nicht trotzdem stirbt, aber zumindest muss Someday halt wesentlich besser reagieren. Da hast du recht, auf jeden Fall. Letzten Endes verschiebt es dann noch so ein bisschen das Kräfteverhältnis dahingehend. Und ja, aber man muss ja auch darauf setzen, dass, ich meine, sie haben den Olaf in den Trundle gepickt, dass Meteos im Early-Game für Vorteile sorgt, dass man im Mid-Game nicht von Clutch-Gaming überrannt wird und dann im Late-Game das Spiel gewinnt. So, und jetzt nochmal zu den World-Tickets zurück. Wie gesagt, jede große Region, das heißt Taiwan, China, Korea, EU, NA und so weiter, die kriegen halt drei Tickets. Das erste ist der Gewinner des Summer Splits. Das zweite Ticket wird durch Punkte Addition gerechnet aus Spring Split und Summer Split. Das heißt, der erste kriegt halt keine Punkte mehr im Summer Split, weil er eh schon ein Ticket hat. Und der zweite im Summer Split kriegt halt genauso viele Punkte wie der erste im Spring Split. Und dann wird halt geguckt, wer hat die meisten Punkte und derjenige kriegt halt das zweite Ticket. Und dann gibt es halt noch so einen sogenannten Regional Qualifier, wo quasi die anderen Teams aus der jeweiligen Tabelle, dort die halt noch Anschluss gehalten haben, sich dann nochmal in so einem kleinen Turnier, ähnlich wie die Playoffs kann man sich das vorstellen, darum battlen dürfen, wer halt den dritten Slot bekommt. Ja, jetzt gerade der Versuch, den Drachen zu stehlen, Meteor sogar geflasht, nicht geglückt, Clutch Gaming mit dem sicheren Meeresdrachen. Ist natürlich auch schwierig, gegen den Trondles zu stehlen. Ja, wobei. Ja, wenn du da so voll krach reinkommst, schon. Aber er hatte eher, also letztendlich in der Situation schon, aber grundsätzlich, wenn du von der anderen Seite kommst, kann er dich halt immer mit dem Pillar nochmal wegdrängen oder außer Reichweite drängen. Ja, klar. Also derjenige, der im Pit drin ist, hat normalerweise immer die besseren Karten, weil er halt auch mehr Combo-Potenzial hat. Du kannst ja als Trondle quasi einen Auto-Technik-Q kombinieren mit einem Smite, was halt dadurch mehr Schaden zur Verfügung, als zum Beispiel einen Olaf hat, der halt vielleicht nur in Smite-Reichweite ist und die Axte bochtet. Ja, ja, und deswegen meine ich ja, wenn du dann mit dem Pillar kommst, kann er dich nochmal außerhalb der Reichweite drängen, wenn er es gut macht. Genau. Und da kann halt ein Olaf dann nicht so viel machen. Aber klar, es gibt natürlich auch bessere Champions wie Shogart, wie Nunu oder so, oder auch die Sin, die dann da nochmal Vorteile haben. Shogart, klar, mit seiner Ultimate-Aline schon. Was das für Biven hier gemacht hat, ist übrigens was für diejenigen, die halt Syndra vielleicht auch mal spielen wollen in näherer Zukunft, was ihr euch merken könnt. Wenn ihr halt gegenüber eures Gegners steht, versucht den nie so direkt mit einem QE zu stunnen. Das funktioniert gegen schlechte Gegner zwar ganz gut, aber im Profibereich weiß der Gegner natürlich, okay, wenn ich in Q-Reichweite reinlaufe, darf ich nicht gleichzeitig den Stunt fressen, ansonsten ist es halt zu viel Scham, dagegen zu traden. Und da versucht man halt bei Syndra das Ganze so auszugleichen, dass du halt sehr, sehr gerne deine Qs einfach in die Wave reinsetzt, um halt die Wave zu clearn und zu pushen. Und dann quasi, der Ball bleibt ein paar Sekunden liegen, dich so positionierst, dass der Ball zwischen dir und deinem Gegner liegt, um ihn halt nachträglich nochmal zu stunnen. Das ist halt ähnlich auch wie bei Orianna. Beide spielen halt logischerweise auch mit Bällen so ein bisschen rum. Und bei beiden funktioniert es eh nicht. Der ruhige Ball wird meistens nicht mehr gesehen. Und man neigt dazu halt so ein bisschen, sich fehl zu positionieren. Und dadurch kannst du halt deine Stunts leichter anbringen. Das war so ein kleiner Tipp nebenbei, für diejenigen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, Syndra in Zukunft auch mal zu performen. Haben sich auch beide für die Träne entschieden. Also hier nichts unerlich Besonderes. Gerade in dem Matchup nimmt es erstmal so ein bisschen das Feuer raus. Bei beiden Champions ist es wirklich so, dass sie halt von der Träne nichts bekommen. Also Mana, ja klar. Aber keine relevanten Damage-Effekte. Das ist halt kein Rise, der halt Mana noch verwerten kann. Das ist keine Cassio, die halt insane DPS-Werte dort rausballern kann, wenn sie halt erstmal einen Q trifft. Nee. Also hier können wir davon ausgehen, dass im Reihen 1 gegen 1 auch dadurch erstmal keine Kills fallen werden. Sieht dann schon anders aus, wenn der Stab später da ist. Ja, das stimmt schon. Aber bis dato kann man jetzt auch erstmal gut die Träne durchstacken. Someday jetzt... Ja, ganz gute Dinge. Auch mit dem Katalysator gibt es nochmal ein bisschen mehr Sustain für ihn gegen gerade immer wieder diesen Sion-Poke. Womit er aber auch gut umgeht, muss man sagen. Auch da hat Doran Schild super sinnvoll. Generell gegen Poke lohnt sich so ein Doran Schild immer auf der Lane. Ja, und als Show-Guide kriegst du natürlich von dem Maximalen Leben ja auch immer noch ein bisschen Schaden mit dazu. Da freut man sich dann umso mehr. Vor Botlane, muss ich sagen, läuft es bisher sehr ausgeglichen. Also die Lanes, trotz eigentlich aggressiverer Poke-Ausstellung, nehmen sich da nicht viel. Ja, aber der Vorteil ist, dass du mit Caitlyn über die Reichweite relativ safe farmen kannst. Auch noch mit dem Q sowieso. Und Morgana halt mit dem Black Shield zwar nicht alles blocken kann, aber grundsätzlich einfach auch für einen sicheren Moment sorgen kann. Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, dass Clutch Gaming sich da ein bisschen besser durchsetzen kann. Alleine schon, weil ja die Salve auch noch viel Poke von Ash mitbringt. Und den kannst du zum Beispiel nicht Black Shielden. Das ist halt normaler Schaden, den du abbekommst. Und der summiert sich halt. Das ist natürlich jetzt kein Burst-Schaden. Aber wenn du da dann hinter den Minions stehst, dann machst du mit der Salve auch nicht mehr so viel. Das ist halt der Punkt. Die Positionierung ist hier wirklich der Schlüsselpunkt zum Sieg, wenn man so möchte. Aber letztendlich muss man trotzdem aufpassen. Der Arrow macht natürlich auch Lane-Gangs sehr gefährlich. Wenn da halt einfach der Stunt kommt, dann steht da hinten auf einmal ein Trangle, der mich mit einem Pillar blockiert. Ist auch nicht so angenehm. Also hier müssen wir jetzt gerade so ein bisschen aufpassen. Der Arrow hat ja auch eine etwas, sagen wir mal, schönere Hitbox, als es zum Beispiel das Binding hat. Kann zwar nicht ganz so oft eingesetzt werden, aber die Wahrscheinlichkeit zu treffen ist doch ein bisschen größer. Afromo selber bereitet auch schon so ein bisschen jetzt sein Positioning vor, um halt einen Gang zu initialisieren. Olaf wartet halt schon am Turm. Aber weder Apollo noch Haku lassen sich da wirklich leichtfertig auf so einen Trade ein, wo sie halt gecatcht werden könnten. Ja, warum auch? Also gerade, wenn du vorne bist, bin ich häufig ein Freund davon, dass du es vermeidest, unnötige Risiken einzugehen. Also man sieht es natürlich häufiger, gerade bei unerfahrenen Spielern, dass sie sich dazu verleiten lassen, risikoreicher zu spielen. Die Gier, Mori. Ja, es ist ja wirklich so. Jeder hat sie. Ja, aber genau das macht es halt auch gute Spiele aus, diese Gier eben zu unterdrücken. Weil du musst es mal aus der Perspektive sehen. Klar, es ist geil, wenn du vorne bist und den Gegner halt so komplett ausplayst und kaputt machst und sonst was, weil du bist ja eh vorne, dann willst du traden. Aber letzten Endes kannst du dabei halt auch sehr viel verlieren. Und auf der anderen Seite, wenn du vorne bist, es gibt keinen Grund für dich, letzten Endes im Risiko einzugehen, weil der Gegner aktiv werden muss. Das ist doch genau der Punkt. Oh, der poke ist schon saftig. Black Sheep war gerade auf Cooldown. Ein Mantra-Q getroffen. Auch da ist die Hitbox schon ziemlich groß. Das Ding auszuweichen, wenn halt Karma wirklich eine Reichweite ist, ist fast unmöglich. Und im Gegensatz zu dem normalen Cue, bekam er es halt beim Mantra-Q so, dass der halt auf maximaler Reichweite immer explodiert. Und dadurch halt nochmal so ein bisschen zusätzlich Reichweite generiert quasi. Oma hat sich währenddessen den Herald gegönnt. Das ist besonders für Shogart natürlich sehr angenehm. Jetzt geht es da mit Flash schon mal drauf, Flash weg. Aber da ist der Kill da. Lyra bekommt Aphromo. Ist relativ low. Codison hat noch eine Ultimate. Aber das sollte trotzdem von Deutschland nicht reichen. Rio unterwegs. Man hat so langsam. Man hat so langsam da für Apollo. Da kann zur Not halt hier auch immer noch den Gegner slowen. Also hier wirklich keine weitere Gefahr. Der Dive geglückt. Sah ehrlich gesagt erst so ein bisschen merkwürdig aus. Der Arrow kam halt. Und Rungle hat uns schon wieder rausverwirkt. Also auch hier hat man so ein bisschen gemerkt. So ganz sicher war man sich dann glaube ich nicht, dass man diven wollte. Es ist auf jeden Fall sehr ehrlich für 100 Thieves, dass Meteos da sehr spät gibt. Oh, schön, prädiktender Flash. Jetzt holt man ihn auch nochmal ab. Das ist bitter. Das ist also super bitter, weil halt bei Clutch Gaming alle low gewesen sind. Und jetzt, ja, Codison geholt. Aber genau das ist das Clevere. Also das ist ja dieses Mindgame, warum das gerade funktioniert hat. Du hast ja gesagt, sie waren halt alle low. Man rechnet halt natürlich nicht, dass jemand, der gerade angeschlagen wurde, jemand, der halt kein Risiko eingehen möchte, noch auf der Lane bleibt. Sondern man hat erwartet, dass man sich zurückzieht. Sie warten halt einfach im Busch und können halt genau dadurch so ein Play möglich machen. Jetzt sehen wir nochmal die Situation, dass Binding trifft. Der Pillar kommt. Jetzt kommt der Arrow halt sauspät, aber er trifft halt. Man kann halt direkt mit dem Flash damit raufgehen. Und dann reicht halt das Ult von Trundle kombiniert mit der Seife von Ash. Das ärgerliche ist aber auch, hätte er den Arrow halt instant geflasht, was eine sehr kurze Reaktionszeit ist, weil es war eine kurze Distanz. Guck mal, das ist so clever. Die Lane war gerade im Slow-Push und das wissen sie. Sie wissen, dass Codysuner auf der Lane bleiben muss, um diese eine Wave durchzupuschen, weil seine Lane sonst gefreezt wird und er halt CS verliert. Und das nutzen sie aus. Einfach nur diesen Aspekt, um da halt Codysuners Lebensschwärzen machen. Und sie kriegen den Kill. Also nicht nur, dass er gestorben ist, sondern auch, dass er halt die Lane nicht resetten konnte. Es tut ihm beides halt weh. Ja, dadurch jetzt auch der Farmvorteil für Klatsch auf der Botlane. War ein bisschen ärgerlich natürlich, dass so ein Kill dann an den Support geht. Aber letztendlich ist Karma, glaube ich, ein Champion, der halt auch im frühen Spielverlauf Kills noch immer sehr gut verwerten kann. Das stimmt. Man hat sich sogar das dunkle Siegel geholt. Denn wenn du es halt sicher spielst, dann stirbst du dann als Karma nicht so oft. In fairer Weise kriegst du halt. Wenn irgendeiner von den Teammates nach vorne düst und den Kill bekommt, dann musst du halt bloß jemanden shielden. Ja. Und du kriegst halt sofort ein Assis. Ja, ja. Deswegen ist es auch so sinnvoll. Also mit Karma ist es halt wirklich Puppeleinfacht, das Deck zu bekommen. Oh, das war halt. Hat ja nicht ganz gereicht. Ärgerlich. Meteors Axt war da halt einfach ein bisschen stärker. Aber dafür kann sich Lyra jetzt auch sicher sein, dass er den Blubuff hier in Ruhe holen kann. Und der Gegner wird halt ohne Smiter wahrscheinlich nicht mehr so gefährlich sein. Der Biven, der greift ihn auch sicher mit Blubuff raus, schmeißt ihn nach oben weg, damit er auch hier auch keine Axt geflogen kommt. Und da haben wir das halt hier, die Übertragung, geglückt. Auf der Top-Lane sieht man währenddessen halt was eher perverseres. Man sieht nämlich einen Kommando-Banner auf seinen First. Ja, das ist super eklig. Gerade auch der Joker, der ja sehr viel magischen Schaden verursacht, wird damit zu kämpfen haben. Oh, die ist los und drauf. Die Traps sitzen nicht so gut. Aphromos Blackshit ist raus. Oh, das war's für Aphromos. Und jetzt allerdings auf der anderen Seite Meteors unterwegs. Ran geht's gegen Haku. Holt ihn hier ab. Apollo. Flash weg. Das reicht nicht, ihn nochmal abzuholen. Man muss respektieren, dass Leerah rotiert und auch das für Biven rotiert. Ich denke sogar, nach dem späten Flash, der Axie noch getroffen hat, hätte man ihn hier bekommen, wirklich. Wenn man halt nicht gesehen hätte, dass der Gegner rotiert. Also hier auch einfach das Ganze sicher runtergespielt. Und man hat Thieves auf jeden Fall nicht chancenlos, wenn sie mal einen Kill abgeben, dann holen sich halt auch direkt die Nächsten zurück. 2 zu 3 insgesamt. Und da ist das Kommando-Banner-Minion. Ah ja, zum Anfang geht's so aus. Haben wir hier keinen Terror durch sein Ult einsetzen. Aber er braucht auch alleine schon, um dieses Minion auf 1000 Leben unterzubringen. Eigentlich ein Weilchen. Ja. Das ist halt immer sehr ärgerlich, wenn du einen AP-Champion hast und dann einen Kommando-Banner gegen dich. Das ist halt alles bei League of Legends. Das wird einem gar nicht so bewusst. Wir sehen halt immer so ein Game, geht halt 30, 40 Minuten zum Ende hin. Und denken uns, ja, schön und gut, okay, was sind halt... Oh, jetzt werden die Ultimates ausgetauscht. Rio, verdammt low, muss flashen. Wir geben sogar den Teleport. Das ist ein Ultimat, aber ja, den Teleport bricht man besser ab. So, wir decken uns dann halt immer, was sind halt schon mal drei Sekunden oder sowas von den 40 Minuten. Das fällt halt nicht ins Gewicht, aber tatsächlich ist es so, seit dieser einzelnen Sekunden, wo du halt einfach Zeit verlierst, beim Rotieren, um Türme zu holen, um selbst eine Ward zu clearn oder eine Gank anzubringen. Und halt solche Sekunden hat sehr viel Wert. Auch für einen potenziellen Snowball. So, hier sehen wir mal noch die Situation auf dem Botway. Das war halt echt schön gespielt. Aphromo hat sein Binding verschossen. Ohne sein Binding hat er halt kein Self-P mehr. Muss laufen. Die Traps sollen ihm halt so ein bisschen helfen. Aber die werden halt einfach gesidestappt. Cody hat keine Chance, da Aphromo zu helfen. Der wird dann halt von dem Mantra-Kübe getroffen. Sein Black Shield wird durchdrungen. Und dann kann man halt den Arrow einfach ins Schwarze setzen. Und dann war es das auch mit ihm. Ja, das ist natürlich auch jetzt der zweite Arrow, der Aphromo da zum Verhängnis wird. Und ein großer Vorteil, den du mit Ash einfach hast, dass du einen AD-Caribus dir nochmal einen Gage mitbringt. Das ist beim Varus auch so. Gar keine Frage. Aber da wirst du festgehalten, da ist ein Ash-Arrow nochmal ein bisschen brachialer. Allerdings nur auf einem Target. Naja, und fairerweise ist es ja auch der Ash-Arrow ein Stun, während das Varus-Ultende-Festhalten-Aktion ist. Und das halt, also du kannst quasi noch was machen. Ich bin ja von Varus-Ult getroffen, wo du es kannst ja bloß sich bewegen von der Stelle. Gleichzeitig hast du ja bei Ash auch noch viel Utility. So bei Ash ist ja das Coole auch im Vergleich zu Varus, weil Varus ja so ein bisschen gefühlt auch der Vorgänger war, der direkte von ihr. Dass sie halt einfach besser scaled ins Game. Und dass sie halt auch Möglichkeiten hat, mit Grid und vor allen Dingen auch mit permanenten Slows zu arbeiten. Also Ash ist schon ein ganz guter Champion. Aber ich finde, dass sie jetzt halt auch deutlich anspruchsvoller. Genauso anspruchsvoll, wie es ist, den Drake mit einem Binding zu steilen. Aber für Aphromo ist das hier kein Problem. Jetzt gab es den Black Shield. Aufgepasst, Flash weg. Aphromo gibt da wirklich alles, um Cody-Sun am Leben zu halten. Und das gelingt auch. Oh, das ist so ärgerlich. Wenn Cody-Sun an der Stelle halt nicht so panikt. Ich glaube, er wollte halt einfach den Arrow selber dodgen. Und hat halt dem Space Shield, dem rechtzeitigen, nicht vertraut von Aphromo. Wenn er halt einfach nur dieses Fangnetz nicht nutzt, dann kann er da rauslaufen, ohne dass irgendjemand flashen muss. Jetzt mussten beide noch flashen, weil er halt den Fangnetz in die falsche Richtung genutzt hat. Wie gesagt, ich denke, es war dafür gedacht, um den Arrow auszuweichen. Aber da muss man halt auch einfach mal seinem Partner vertrauen können. Ja, das stimmt. Auch wenn diese Anfangsphase doch relativ gruppig war. Jetzt gibt es den Turm trotzdem für Klatschgaming. Der erste Turm trägt die 300 Bonus Gold mit obendrauf. Ja, und die gute Hersch ist ganz schön fett. Essence-Fabra ist bereits fertiggestellt. An drei Kills, also 100% Kill-Beteiligung. Hat sich natürlich auch Spaß, was ihren Goldstand angeht. Im Farm so ein bisschen vorne. Auch wenn Essence-Räuber allein jetzt nicht der beste Power-Spike ist. Nö, das ist klar. Also Allgemein gegen die Endlichkeit. Und Essence-Fabra sind da halt beide nicht ganz so geil. Okay, dann sieht es immer noch ein bisschen anders aus. Aber hier nochmal schöne Binding. Ah, zu früh gesmightet. Aber Aphromo hat das gut prediktet. Er wusste halt, wenn es eine Chance gibt, da was rauszuholen, dann so, und hier, das Fangnetz, ne. Da hat einfach dieses Fangnetz nicht panikt. Dann ist halt alles gut. Jetzt muss er halt noch flashen, Aphromo. Muss sich halt für ihn dann nochmal reinschmeißen, um den Gegner halt zu stoppen. Macht das auch wunderbar. Also Aphromo hat da an der Stelle alles Gold richtig gemacht. Drake gesteilt, sein Maid verteidigt, mit einem perfekt getimten Space-Shield gesetzt. Nur Cody's alles. Der war da ein bisschen hastiger unterwegs. Ich finde, so einen Spielstand lässt sich auch immer gut daran ablesen, wenn man sich die Supporter anguckt, wie da die Gold-Differenz ist. Weil man es da nochmal viel unmittelbarer sieht. Man schaut sich da Aphromo an, der ist arm wie die Kirchenmaus. Und auf der anderen Seite Haku, der so gesehen die gleichen Item-Bild fährt. Er hat eine etwas teure Schuhe. Er hat da noch das dunkle Siegel mit bei. Er hat jetzt die beiden Feen-Amulette, die dann ausbauen wird zum Götzen. Aber Aphromo hat immerhin 15 CS mehr. Er hat besser gefarmt. Oder er hat sein AD-Carry besser beklaut. Je nachdem, wie man es möchte. Oh, ein Romo-Turm ist auch schon ganz langgeriffen. Das ist Shogart. Der erledigt hier einen guten Job. Gerade für Shogart finde ich, ist halt Demo-Durch auch immer eine ganz coole Variante. Wenn du halt im Solo-Cue wohlgemerkt spielst, um halt den Turm auch schnell bedrohen zu können. Oh, schade. Für Bim, 1-Berg, gerade ein bisschen früher eingesetzt und 1 CS verloren. In der Mittellin hat man sich hier auch auf beiden Seiten für die Mercury-Boots entschieden. Das heißt, die Träne ist halt vollgestreckt. Der Stab ist da, somit auch der Mana-Schild. Die Umarmung des Serapen wurde halt auch schon weiterentwickelt. Und dadurch, dass beide jetzt auch noch Magieresistenzen haben, naja, wird halt in der Mittellin wahrscheinlich nicht so viel passieren. Sie fahren sich halt wirklich einfach aus die Waves weg. Und da sind beide sehr routiniert, sehr erfahren. Das kann man halt sehen. Mehr als 10 CS in die Minute sind halt locker drin. Ich bin auch im Moment mit den höchsten Farbenwert möglich im Spiel unterwegs. Aber so soll's auch sein. Die Mittellin ist ja auch die, die halt noch am kürzesten ist von allen Lanes. Das heißt, du hast ja auch nochmal ein bisschen mehr CS. Weil die Basallen halt schneller rauflaufen. Na, Trun jetzt mit dem Mittellin unterwegs. Da musst du als Oriana mal aufpassen. Also der Pillar ist kreuzgefährlich. Hast halt selber kein Gap-Closer. Du bist halt komplett immobil. Und hast halt keinen wirklichen HCC, abgesehen von deiner Shockwave, um dich selber dort zu verteidigen. Einmal von so einem Pillar blockiert, musst du halt normalerweise flashen. Wobei du als Oriana im Optimalfall auch gar nicht in Reichweite kommst. Ja, ja, klar. Im Optimalfall, wo gemerkt... Wenn du keinen Fehler machst, dann auf jeden Fall nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ähnlich wie gestern, ein hektisches Spiel zu beginnen. Auch wenn nicht ganz so krass, wie das gestern der Fall war. Also ich finde das heute deutlich kontrolliert als gestern. Stimme ich dir zu. Ja, wobei, also in einzelnen Situationen, also gerade auch vor Botlane. Was mich für interessieren würde, wäre, ob Verbiven immer noch mit dem E-Max spielt, nach dem Q-Max. Das ja früher immer so gemacht wurde. Und dann gab es ja die E-Abänderung. Man wurde halt ein bisschen genervt. Und das Samuel gerade ganz stark danach aus, ob er mit W-Max spielen würde. Das war eine Neugierde immer groß. Ich habe das jetzt noch nicht gesehen, was er da wirklich maximiert hat. Aber wir kommen jetzt natürlich auch zu dem Punkt, 20 Minuten sind überschritten. Und ja, auch wenn es so ein bisschen hektisch ist, geht es halt immer noch gut klar. Und das läuft halt für One-Hunt, die ist halt vollkommen ausgeglichen. Auch wenn sie halt den ersten Turm unten aufgehen mussten. Sie kriegen jetzt quasi den Ausgleichsturm auf der Toplane. Ein bisschen muss man den mal tanken, aber das ist natürlich für den Sugar jetzt nicht das größte Problem. Der ist schon gut tankig, der Junge. Ja, der hat sich auch selber nochmal einen Kommando-Banner geholt für diesen wunderschönen PvE-Fight. Nice. Das ist auch so, du bist AP-Champion, dein Gegner baut einen Kommando-Banner und du kommst nicht durch. Was machst du? Du baust auch einen Kommando-Banner. Der beste Counterplay für Kommando-Banner ist halt nochmal Kommando-Banner. Ja. Ja, aber gleichzeitig denke ich, wird halt die erste Nash-Situation das Spiel halt maßgeblich beeinflussen können. Also die Zeit spielt halt One-Hunt-Tiefs in die Hände. Das habe ich vorhin ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich denke, sie skalieren da halt ein bisschen besser. Caitlyn hat da größere Reichweite, auch noch ein sehr gutes Crit-Scaling. Du hast halt Oriana, die da ein bisschen flexibler im Team, falls das ist, als der Syndra. Und du hast dann den Sugar, der halt immer dazu in der Lage ist, später halt einen Carry quasi komplett alleine zu bedrohen. Der einzige, der Probleme bekommen wird, ist der Olaf, aber der ist halt trotzdem noch utilitymäßig. Der ist halt ein guter Fleischklopps, der halt einfach aufmerksamkeit sieht. Er ist halt ein Tank. Wenn man ihn gut einsetzt, dann wird er auf jeden Fall nicht nützlos sein. Und da ist es natürlich cool. Einfach Zeit verstreicht, wo es halt großartig was passiert oder einfach, wo es Türme getauscht werden. Ja, aber man sieht jetzt auch, also sobald sie sich hier gruppieren, hat One of the Thieves Vorteil, schöne Shockwave. Zwei Mann direkt getroffen. Darunter unter anderem eben Apollo, der nicht so viel aushält. Und damit hat man jetzt auch diesen Turm safe. Und ich sehe auch sie im Vorteil, was den Teamfight angeht. One of the Thieves. Und jetzt bekommen sie zwei Türme direkt hintereinander. Sind im Gold sogar vorne. Witzigerweise denke ich wirklich, dass der Shogart hier den Unterschied macht. Auch wenn es halt eigentlich immer diese Top-Lane-Insel ja aktuell ist, von der wir reden. Und natürlich in einem Tank-Match-Up. Die Tanks halt meist, also kommt halt keiner fett von der Lane. So, das geht halt nicht. Klar, da war einmal ein Gang, einmal Sion gestorben. Da ist halt sehr, sehr früh gekommen. Vollkommen okay. Aber viel mehr passiert halt im 1 gegen 1 dort nicht. Allerdings ist halt einfach dieser Unterschied zwischen Sion und Shogart. Ich denke, das wird maßgeblich sein. Shogart hat halt super viel Pressure. Kann halt vor allen Dingen auch Objectives pressuren. Du hast halt immer einen guten Execute. Und da kommst du auch als Trundle halt nicht gegen an. Wenn du halt kein zweites Smite im Team hast oder was eh nicht stark ist. Sagen wir mal Nunu zum Beispiel. Der halt auch so ein neutrales Objekt halt nochmal börsten kann. Dann hast du halt immer die bessere Ausgangssituation, um halt diesen Nash-Er wirklich abholen zu können. Und gleichzeitig hast du ja mit dem Ult nicht nur die Möglichkeit, den Nash-Er abholen zu können, sondern eben auch Spieler. Und im Late-Game so ein Shogart-Ultimate, der Flash steht nur auf Ash rauf. Righteous Glory, Flash und Ash verliert einfach zwei Drittel Leben. Das stimmt. Und ich muss auch sagen, also ich gebe dir vollkommen recht. Runner Thieves hat mehr Teamfight und auch mehr Objective-Pressure über den Shogart, aber auch über die Oriana. Allein das Zoning, was du später in den Late-Game-Team-Fights mit dem Oriana-Ball erzeugen kannst für das ganze Team. Und generell, was eine gute Shockwave anrichten kann, das haben wir schon so oft gesehen. Das muss man einkalkulieren. Clutch Gaming hat auch die Tier 1-Tümer bekommen, also es ist halt noch ein sehr ausgeglichenes Spiel eben. Mit unterschiedlichem Gold-Fokus aktuell. Apollo zumindest vor Cody Sun mit 1000 Gold vorne. Das haben wir ja das ganze Game so ein bisschen aus der Sichtweise von Manhunt Thieves erläutert. Da muss man sich jetzt natürlich auch fragen, wie sieht es halt auf der anderen Seite aus, der Map. Die haben sehr viel Pick-Up-Potenzial. Genau, da ist viel Pick-Up-Potenzial da und ich denke, für das Late-Game halt auch so eine kleine Fuge Split-Push-Potenzial über den Trundle mit dabei, dem man halt auf Top-Side abstellen kann. Da ist es jetzt zum Beispiel auch wichtig, dass halt im Late-Game Shogart nicht derjenige ist, der halt Top-Lane-Deft, sondern er versucht, auf die Board-Lane zu splitten. Rio wird hier angegangen, kann allerdings die Leute umzünden, aber dann läuft da einfach nochmal ein Sion rein. Cody Sun muss wegflaschen, Teleport. Das ist der Ultimate jetzt raus, dann steht Someday da drin. Und da ist es genau passiert, was du gesagt hast. Da mampft er sich einfach mal die Ash weg und jetzt kommt einfach der Re-Engage in die andere Richtung. Der Olaf in der Ultimate kann nicht aufgehalten werden, ausgelaufen das Ganze allerdings. Ja, und da sind jetzt viele Summoners gefallen, aber One of the Thieves hat hier diesen Teamfight bekommen, einfach nur durch Someday, der da komplett in den Gegner rein-TP ist. Und deswegen auch keinen Anlaufweg hat, also da muss man auch durchaus kritisieren. Du siehst den TP, da kommt jetzt ein Shogart, warum stehst du dann noch da? Also der Engage von Solo war eigentlich unfassbar gut. Er hat halt ne gute Position gehabt, trifft halt mit seinem Ult-3-Mann, konnte auch selber gut bursten. Aber danach zieht man sich halt weit genug zurück, kann rausflaschen, dass es halt kein Problem ist. Und der Shogart, naja, der flasht halt und hat den Schaden, den er halt durchkriegen muss, durchbekommen. Und dann reicht es halt sogar, um Apollo direkt zu vernichten. Ja. Ärgerlich. Das haben sie sich auch schöner vorgestellt. Ich glaube, der Grund, warum sie halt den Teleport so ein bisschen ignoriert haben, war halt einfach, dass sie sich in einer besseren Teamfight-Situation gesehen haben. Und haben Sumner da halt ein bisschen unterschätzt. Und der ist halt, ach, der kriegt ja gar nichts an Schaden weg. Der schmunzelt ja wirklich darüber, was er da abbekommt. Vor allem ist es halt ein Shogart, der immer mal wieder auch ein Blacksheet abbekommt, wie wir gerade sehen. Und damit noch gefährlicher wird, weil du ihn noch schwieriger stoppen kannst. Na, Solo muss ich jetzt auch nochmal auf die Botlane begeben. Das ist übrigens auch wichtig, wenn wir jetzt in Richtung mit Lategame gehen, dass die Teams ja wirklich die Lanes auch gut kontrollieren. Den Nasher halt dabei nicht offen lassen. Aber bevor du in den Teamfight reingehst, möchtest du normalerweise in der Lage sein, halt Druck auf die verschiedenen Side-Lanes zu haben. Man hat den Shogart, man geht hier diese Nasher an. Oh, du könntest einfach mitnehmen. Den könntest du jetzt einfach finishen. Zieg durch. Da müsstest du durchziehen. 1000, 1500, zack, gut getan. Und jetzt der Arrow, der geht allerdings ins leere Sion durchmarschiert. Schöne Shockwave, drei Mann. Und das sind weiche Ziele in der Zwischenzeit, Solo abgeholt. Und jetzt kann man das Team wieder zusammenführen. Und da muss der Klatschgaming aufpassen. Das war richtig gut gespielt von One of the Thieves. Und die Shockwave war unglaublich gut. Rio hat ein richtig starkes Game. Ich habe auch keine Shockwave gesehen, die halt nicht maximales Potenzial rausgeholt hat. Also er wartet wirklich immer sehr geduldig, aber trifft sein Ultimate halt auch Spitzenklasse. Ich finde das auch so viel besser. Es gibt einige Mitländer, die eine Shockwave als Engage nutzen. Und da bin ich nie ein Fan von. Lieber wirklich eine ruhige Kugel schieben, warten auf den richtigen Moment und dann die Air-Taste tief durchdrücken. Schöner Black Shield auf Cody Sun, der dadurch nicht geslout wird. Von dem Mantra-Q. Leider versucht es zwar nochmal zu stealen. Aber das war halt einfach perfekt getimt auch. Dass man halt Smite und das Feast halt miteinander kombiniert hat. Ups. Keiner hat geflasht. Keiner hat rechtzeitig reagiert. Und danach sind halt alle so angegriffen, dass man sich zurückziehen muss. Und da ist halt genau dieses Teamfight-Potenzial, von dem wir gesprochen haben. Also reine Teamfights sind für One of the Thieves halt schon relativ gut zu spielen. Und das halt ohne viel Anfälligkeit für Fehler. Und das machen sie jetzt auch. Mit dem Nasher sind sie jetzt da vorne. Können halt ganz in Ruhe anfangen zu pushen. Haben einen Kommando-Banner und wir kennen das. Das Minion ist zwar mittlerweile nicht mehr so stark, weil halt dieser Schadensboost nicht mehr multiplikativ mit dem Nasher funktioniert. Aber es reicht trotzdem noch, um so einen Turm halt wirklich zu ärgern. Ja, das stimmt. Was wenn du eine Syndra hast? Naja. Das ist halt so blöd. Aber selbst dann hält das Ding noch ein bisschen was aus, wie wir gerade gesehen haben. Aber es macht halt bloß kein Schaden mehr gegen den Turm. Da kann man wirklich von Glück reden, dass die Syndra noch mit dem Spiel ist. Weißt du, was dann hilft? Einfach überlaufen den Gegner. Das oder ein zweites Kommando-Banner. Oder so. Aber die Frage ist, wer soll es halt bauen? Also das... Aber du hast ja auch... Der W von Syndra hat jetzt auch nicht so viel Cooldown. Das stimmt. Ich glaube, sie kann auch zwei Kommando-Banner-Millings verteidigen, wenn sie denn wollte. Vielleicht hätte ich das Deathcap das jetzt nicht mehr so lange gebraucht bei Rio. Hier haben wir nochmal die Statistiken von Someday of a Toplane. Er war bisher dreimal als Shogart unterwegs. Hat drei Wins. Keine Niederlage bisher entgegennehmen müssen. Und ein 7,7er KDA. Shogart ist quasi sein Champion. Man merkt auch so ein bisschen... Shogart ist zum Ende des Splits halt ein bisschen in Vergessenheit geraten. Man hat ihn seltener vor Toplane gesehen. Also ist nicht komplett verschwunden. Hier und da ist er mal so ein bisschen durchgekommen. Und das Game zeigt halt wieder, was für eine Power eigentlich in diesen Pick steckt. Dass du einen Tank hast, der trotzdem von Anfang an von den Carries respektiert werden muss. Vor allem, weil er so ein Execute-Damage hat. Ja. Jetzt fällt auch dieser Turm. 5 zu 3 in Türmen. Das ist ein gutes Barren-Power-Play, was sie hinlegen. 5.000 Gold vorne und immer noch mit Optionen auf mehr. Allein, weil... Allein, weil... Ich meine, Oriana braucht nur ein Cue gut platzieren. So, und dann stehst du da. Komm doch. Weil wenn du kommst, dann drückt sie eher. Ja, Lyra hat das auch sehr Utility-mäßig gebaut als Trundle. Hat sich halt noch einige Resistenzen-Vault, Knight's Voe gebaut, um Apollo ein bisschen zu unterstützen. Vor allem die böse Combo. Wenn du... Also, daran merkt man auch, diese Combo, wie gut sie eigentlich ist. Und wie schwer es ist, gegen diese Com zu verteidigen, wenn du hinten bist. Weil rennst du auf sie drauf, Shogat Silence, du kannst dich flashen und die Shockwave wird ausgelöst. Ja, und wenn du halt auch ein bisschen zu weit nach vorne läufst, und da kommt ein Beinning geflogen, haben sie halt auch selber gute Möglichkeiten, Knight's Ziel zu kombinieren, dich halt direkt zu catchen. Ja, aber das brauchst du, ja. Wirklich, du brauchst die Kugel platzieren, Silence, Ultimate, Boom. Ja, aber das ist ja das Coole, sie können nicht halt kiten, sie können engagen, sie können disengagen. Und sie haben halt immer noch die Möglichkeit, für einen guten Team vorzugehen. Also, ich denke auch, die Balance ist halt bei One-Hong-Teams echt gut. Klar, ein Split-Pusher fehlt jetzt irgendwo, aber den brauchst du halt in dem Szenario auch nicht wirklich. Die haben halt alles so ein bisschen drin. Ein Team kommt von ihnen, erfüllt halt alles, was man sich erstmal grundlegend erhoffen möchte im eigenen Team. Wir haben jetzt guten Gold-Vorteil erarbeitet, Rio, wie er sich da die Midlay, äh, die Top-Lane nochmal holt. Vor allem wird es jetzt auch krass, aber nur jetzt so. Direkt die AD-Carries vergleichst. Hat halt Catelyn mittlerweile so ein bisschen Farbenvorsprung, 10 CS, aber wenn man sich nur die Items anschaut, ist, bei ihnen sind jetzt schon dreieinhalb Items da. Auf der anderen Seite hast du halt auch nicht mal das Dritte fertiggestellt, was halt schon echt bitter ist. Arrow fliegt daneben. Das hat nur über die Nash- und über die Dreitürme Unterschied, wie man da wirklich hat. Das ganze globale Gold, was dann natürlich nach den Taschen mit reinfließt. Catelyn auch ab drei Items, auf jeden Fall ein Champion, den du halt nicht mehr unterschätzen solltest. QSS ist auch da, das heißt auch so eine Arrow ist hier. Entweder ist der Black Shield da, oder du hast halt ein QSS-Ziel vor dir. Sehr, sehr schwierig jetzt umzusetzen. Das ist ja auch der Grund, warum Catelyn, äh, warum Catelyn, warum Ash halt gerade im Mid-Game eigentlich schon einen ziemlich heftigen Spike hat, weil sie halt dieses Catchpotential aufweist. Ja, aber es ist, das Problem ist auch da wieder dieser dicke Chogart. Wen willst du catchen, wenn so eine fette Hitbox vor dir steht? Den kannst du, also der zieht ja die Pfeile, wenn schon, magisch an. Und, äh, ja, jetzt tankt er auch nochmal kurz den Turm. Die Minions sind unterwegs. Allein mit dem Schild kann er schon vier oder fünf Turmschüsse weg tanken. Nur mit dem Oriana-Schild. Ja, die hat er auch schon Rabadons fertig, also das muss man ja auch sagen. Also Rabadons Lernstab und Umarmung des Seraphens, das sind da einfach schon ihre drei dicksten Core-Teams, die sie braucht. Alles andere, was jetzt dazukommt, ist Bonus. Man nimmt sich auch erstmal die sicheren Türme mit, will jetzt hier nicht zu sehr wegbrouben. Natürlich, der nächste Nation, der spawnt, wird so ein bisschen, denke ich, auch das Ziel jetzt von, oh, wie es sein, dass sie nicht zu viel riskieren. Sie haben diesen Botland-Init bekommen, haben auf alle Botland-Init dadurch jetzt immer Druck. Und im offenen Feld wird es schwierig sein für Clutch Gaming, wirklich einen Teamfight erfolgreich dort mitnehmen zu können. Wenn man sich jetzt nochmal die Summoners so anguckt, sind halt aktuell wirklich alle Summoners vorhanden. Und gerade für Chogart ist der Flash dann natürlich nochmal wichtig. Er hat sich hier übrigens nicht für diese Righteous Glory-Variante entschieden, sondern hat jetzt wirklich auf puren Burst gesetzt, wenn man so möchte. Mit Warmbox, Abyssal, schon mal ordentlich Leben geholt und auch immer noch das Gargoyle Stoneplate gibt ihm mehr Burst auf seinem Ultimate. Das hat man ja so ein bisschen umgeändert, wenn er sich jetzt zurückerinnern kann, das war, glaube ich, in der Pre-Season, war das schon länger her, nicht wahr? In der alten Season war das, glaube ich, noch, wo man Gargoyle Stoneplate geändert hat. Da hat das Ganze so funktioniert, dass halt das gesamte Leben, was du von Gargoyle Stoneplate extra bekommst, wenn du halt diesen aktiven Effekt einsetzt, dass es halt alles Bonusleben war und dein Ultimate halt wirklich extrem gebufft hat. Jetzt hat man das Ganze halt noch ein bisschen genervt. Das heißt, diese Grundprozente, die du halt auch von deinem Grundleben als Showguard bekommst, die sind jetzt für dich auch Grundleben. Das realieren also nicht mit deinem Ultimate, aber diese prozentualen Werte, die du halt von deinen Items zum Beispiel bekommst, also das extra Leben, was du halt von Warmox bekommst und so weiter, wenn du nochmal Gargoyle Stoneplate einsetzt, das zählt auch als extra Leben wohlgemerkt immer noch auf deine Ultimate um rauf. Wenn du da Gargoyles aktivierst, kannst du halt, naja, wir haben vorhin gesehen, was mit Ash passieren kann. Ja, nicht nur das. Also du hast ja angesprochen, am Anfang, als diese Kombo da war, war Showguard ja auch der Nonplusultra-Pick. Aber auch jetzt, was ein fettes Ungetüm wir da sehen. Lauter, Caitlin trips mehr oder weniger als Straßensperre, aber das ist im Showguard egal, also. Wobei ihm sowieso, weil die Caitlin mit dem Team ist, aber. Die Frage ist halt so, wer will jetzt seine Team-Comp, also wie soll Clutch Gaming diese Team-Comp jetzt richtig ausspielen? Oh, oh, das Bitter auf den Trundle mit dem Binding. Oh, er überlebt's aber. Oh, Meteos hier bekommen, jetzt nochmal den Arrow. Someday muss das hier ordentlich denken. Wird hier nochmal hochgeworfen, Redemption raus. Shockwave noch auf Cooldown, wenn ich das richtig sehe. Jetzt kommt die Shockwave, trifft vier Mann. Aber es reicht trotzdem nicht, um den Fight zu turnen. Was Someday da gerade ausgehalten hat. So bitter. Someday-Ult ist halt relativ spät und es hat halt nicht ganz gereicht, einen Trundle zu bekommen. Da hat es halt wirklich ganz, ganz knapp erlebt. Aber Clutch Gaming kann mit dem Tod auf Meteos nichts anfangen, wie wir sehen, weil da muss jetzt eigentlich jemand Deffen kommen. Weil sonst ist der Turm da weg. Someday war zwar kurz angeschlagen, aber Warmock sei Dank ist er jetzt wieder bei vollem Lebenspunktestand. Ja, auch. Okay, gleiche Runde nochmal, kein Problem. Vier gegen fünf, ich schenke euch das weg. Solo Meteos ist halt immer noch tot. Es ist immer noch ein Vier gegen Fünf, was wir hier sehen. Oh, jetzt wird Flash dann dran der Root. Oh, verdammt Low, der Junge. Und jetzt abgeholt. Und da holt man einfach das Vier gegen Fünf AQ mit der Ultimate Double Kill. Und da sind immer noch die Vasallen, die die Base hier einkloppen. Oh, Someday ist hinter sich gebohrt. Warbox ist aktiv. Hier denke mal, wartet, desto bestialischer wird er hier noch werden. Trundle muss sich da ein bisschen sneaky zurückziehen. Wie böse das einfach hier ist von Someday. Und ja, da sind beide Türme weg, weil Clutch Gaming sich hier wirklich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Einfach zu weit raus ist, zu lange zu viel fighten wollte. Und Aphromo holt sich hier einfach mal fast schon Lira. Immer leicht, dass es die Rache weggesmited. Weggeschmettert. Warum? Weil er es kann. Ja, einfach nur, weil er es kann. Ja, und jetzt natürlich der Nächste offengelegt. Da hat auch das Commando-Bahn-Amini noch mal ein bisschen beigeholfen. Man hat kaum Möglichkeiten, das Ganze zu verteidigen. Hier einfach einen Fünf-Ging-Vier-Fight nicht spielen können. Da trägt natürlich auch so dieses Potenzial der Champions irgendwo mit bei. Ich habe ja vorhin gesagt, das Teamfight-Potenzial ist bei OneHunt Thieves einfach einfacher. So, auf der anderen Seite hast du jetzt auch keine schlechten Teamfighter mit dabei. Aber so eine Ash zum Beispiel, du musst ein Deck sammeln, du musst ihren Q aufbauen. Und dann halt wirklich mit relativ wenig Reichweite zu glänzen. Und auf der anderen Seite triffst du halt einen Binding, triffst du einen Knock-Up. Und dann kann halt jeder sofort seinen gesamten Burst durchbringen. Und das Ganze ist halt einfach runterzuspielen. So, OneHunt Thieves haben diese Combo auf jeden Fall sehr gut gedraftet. Und haben die letztendlich auch sehr gut ausspielen können. Gebe ich dir vollkommen recht. Das war ein wunderschön gespielt. Ich meine, sie haben es im Vier-Ging-Fünf am Ende noch geholt. Der Shogart war halt einfach insane. Ja, also Someday für mich MVP. Es kam ja niemand an Shogart vorbei. Und er konnte halt trotzdem die Carries bedrohen. Die haben halt zu fünf auf ihn wirklich eingekloppt. Und er überlebt halt zehn, 15 Sekunden. Ja gut, ich meine, es kam Black Shield, es kam Redemption und so mit dazu. Die Oriana-Schilde. Also, es sieht dann immer so krass aus. Du denkst dann, da hau so ein heftiger Champion hin. Aber es ist am Ende, das heißt, auch immer noch ein Teamspiel. Und ich meine, wenn Shogart alles abhält, dann kann die Katelyn von hinten auch durchrasieren. Das ist halt der Punkt. Da ist ja eine Frontline da. Deshalb brauchst du ja eine Frontline, dass die Carries sich im Freier bewegen können. Und das ist auch der Grund, warum man halt hier zum Beispiel so ein Vier-Ging-Fünf-Team-Fight gewinnen kann. Einfach nur, weil du halt die ganze Zeit vorne den Shogart hast. Und klar, der tötet erstmal niemanden. Der hat auch Ultra, glaube ich, auch auf Cooldown gehabt. Aber allein schon, dass er Cooldowns und Ressourcen von den Gegnern bekommt, nimmt ihn quasi ihren fünften oder ihre Überzahl-Situation weg. Weil dann halt Cooldowns da sind, wenn du halt die Hälfte als Cooldown hast. Da war auch wieder eine gute Spielmann-Shogway von Rio mit dabei. Ja, Rio auch mit einem starken Spiel, das muss man wirklich sagen. Ja, und wie gemein dann halt bei dieser Teleport hinten war, einfach um zu verhindern, dass die dann zurückkommen. Aber letzten Endes, auch da wieder, das ist ja das, was ich auch immer wieder sage. Man muss die Situation bewerten, gucken, was kann man rausbekommen und was gibt man da für her? Weil du bekommst nie irgendwas umsonst, das sei denn, du spielst gegen das Spandau und Ferne und dann verlierst du das Spiel. Wow! Ich habe es gerade nochmal gedreht, ja. Dann verlierst du sowieso. Aber letzten Endes, sie sind halt alle rausgelaufen. Hinten werden die Türme angehauen. Da hätten sie sich viel eher zurückziehen müssen, weil für sie gab es nichts mehr zu holen. Ja, aber auf ihre Weise, sie waren in einer schlechten Situation. Sie haben halt nochmal, ich sag mal, so einen Lichtblick bekommen und wollten halt diesen Lichtblick halt ausnutzen und dann halt wirklich nochmal so, um einmal, einmal waren sie im Vorteil und diesen wollten sie halt ausspielen und das war halt, es war eigentlich kein Vorteil. Davon abgesehen, der Spandau und Ferne und Flame war nur ein April-Chefs, Freunde. Uff. Kann man mir lassen. Wir gehen in eine Pause, dann könnt ihr das Ganze verdauen. Tränen trocknen. Die Zeit brauchen die Leute jetzt auf jeden Fall. Wir sehen uns gleich wieder. Dann lieber Sticky Peach schauen. So schaut es aus. Da zählt mal mit, wie oft die Werbung kommt. Macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's! Da zählt mal mit, wie oft die Werbung kommt. Aber aber auch nicht wieder. Das war's! Es ist substanzulärástichte! Das war es, dass es jetzt keine keine Leute schen biri. Überraschung 8 Wien! Dann�товille! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der 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 ZDF, 2020 und dann kommt der Turbischus geflogen. Da ist dann halt besser manchmal nichts zu tun, beziehungsweise einfach den Jump zu nutzen, wie er auch getan hat. So war es jetzt knapp, aber es ist nichts passiert. Man hat zu nur noch der Flash gehabt, das war schon kontrolliert. Ja, und also bevor er flasht, kann Cody es dann noch healen, aber... Ist klar, so hat er einfach mal die komplette Wave gecleared. Das ist auch immer schön. Das sieht man häufig momentan mit der Cyan Ultimate. Na klar, du brauchst sie auf der Lane auch nicht so dringend zur Verfügung haben, du sparst dir halt den Teleporter mit. Und Ryu, der spart sich hier auf jeden Fall kein Flash. Wir dürfen direkt nach vorne gedasht. Wollt ihn da mit einem potenziellen Ultimate unter Druck setzen. Hat das auch geschafft. Und Ryu respektiert diesen Gank, der dort dabei ist zu passieren. So, für Diven kriegt jetzt nochmal den Blue-Buff. Freut er sich natürlich sehr. Doppel-Dorans hat er bisher. Ist ja auch nicht mehr so, dass die Passive da stacken würde. Wie es mal der Fall gewesen ist. Kannst du dich an Triple-Dorans erinnern? Ich kann mich auch noch an Quadra und an Penta-Dorans erinnern. Schön auf der Top-Lane. Da gab es so einige Zeiten. Hexadoran. Einfach auf Full-Bild war es. Ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo du halt einfach im Early-Game mit neun Pots gestartet hast. Das waren schöne Zeiten. Das sage ich dir. Da gab es halt noch keine Pot-Begrenzung. Ups. Die haben sich hier kurz Handball gefunden. So eine Trage sind übrigens für Someday ganz cool. Einfach nur, weil er halt mit Grass spielt. Und halt dauerhaft fünf maximale Leben dazubekommt, wenn er halt diesen Grass einfach durchbekommt auf der Lane. Da hast du halt mit dem Dashiell Augment nicht ganz so viel Vorteil. Also zumindest kein bleibenden Effekt. Trotzdem ist natürlich der Utility-Faktor da für sie und auch nicht zu vernachlässigen. Apropos Utility. Da ist eine Drache, die auf jeden Fall für beide Seiten schon lecker aussieht. Scanner huscht gerade in Richtung Midlane. Hier hat man auch die Rotation von der Bot-Deng glaube ich nicht gesehen. Wir haben den Face-Check gerade so ein bisschen. Lyra ist jetzt vorne dran. Es ist eine potenzielle Unterzahl-Situation. Ryra ist schön unterwegs. Ja, Schild ausgefahren. Flash muss kommen und Brown-Ultimate dadurch ins Leere. Aber schon mal Flash von Scanner. Das heißt auch kein Flash-Ultimate-Engage durch ihn möglich. Leider Gottes hat Thumbnail sein Ult gerade auf der Top-Deng eingesetzt. Das habe ich nicht mehr in der Lage. War auch so Ultimate, aber da hat man die Läutung nutzen können. Trotzdem der Stun durch die Brown-Passive. Schild ausgefahren. Akku e-aktiviert. Verdammt low. Der Stunner links auch hier nochmal gegen Lyra. First Blood erzielt und direkt nochmal einen zweiten Up mit der. Da siehst du in solchen Situationen wie stark halt ein Brown ist. Einfach nur, weil er da ist. Es war aber von normalerweise auch perfekt kommuniziert. Sie haben den Tahm Kench gesehen, hast der nach oben rotiert, haben sich dann unten im Busch versteckt und er hat einfach auf dem Rückweg wieder abgefangen. Er konnte nichts machen. Es war einfach zu viel CC. Auch die Läuterung hat ihm nichts mehr gebracht. Chain of Corruption kommt. Er kann sich befreien. Brown-Passive kommt hinterher. GG. Sehr schön gespielt von Modern Thieves. Zwei Kills und vor allen Dingen auch ein Infernal Drake. Apollo respektiert das Ganze. Akku ist halt eindeutig sein Fehler gewesen. Vor allem bitter ist, dass das Q trifft noch und der Flash erst danach kommt. Dadurch hat er überhaupt erst die Stacks drauf noch. Ja, und wenn er da ein bisschen schneller reagiert, kommt er da wirklich noch raus und die Tür halt nicht abbekommen. Aber er hat halt nicht mit der Chain of Corruption gerechnet und sie ist halt selber ein sehr schnelles Projektil und wenn du halt gerade nicht zu 100% aufmerksam bist und darauf wartest, dass sie kommt, ist natürlich auch die Erwartung, bei mir zumindest minimiert, dass ich da innerhalb von 0,5 Sekunden oder sowas die Reaktionen sehe mit Läuterung und Flash. Aber möglich wäre es auf jeden Fall gewesen. Ja, also wenn er den Chain of Corruption von Anfang an geflasht hätte, wäre es safe gewesen oder wie du schon gesagt hast, wenn das Braum Q dann nicht getroffen hätte. Und was haben denn jetzt hier schon die Topschüsse mit, nur um seine Grasp-Decks durchzubekommen. Sowas bin ich selber auch immer neugierig und würde gerne sehen, wie viel maximales Leben kriegt er denn jetzt schon über das Grasp. Ach, schade, dass wir das nicht einfach so nachgucken können hier. Das Rage-Belt dauert aber noch bei Cody Sun. Der hat jetzt insgesamt drei einzelne Items, die mir halt erst mal so nicht viel bringen. Ich denke mal, ein Rage-Belt wird auch noch einen guten Power-Spike haben. SV selber hat sich ja auch für eine Iceborne-Gauntlet-Variante entschieden. Ich persönlich bin, ehrlich gesagt, in dem Szenario nicht der größte Fan davon. Ich kann es verstehen. Es gibt eben viel Utility, gerade gegen den Show Guard, gegen den Rise, gegen den Varus, die halt alle keine richtigen Gap-Close haben. Bleiben die natürlich in diesem Slow-Feld schon ziemlich hängen. Also ich wollte gerade sagen, also gegen das Team finde ich es aber voll in Ordnung, weil, also wenn Olaf jetzt nicht gerade seine Ultimate aktiviert ist, müssen alle auf dich drauflaufen. Thema drauflaufen hier. Jetzt auch nochmal die Ultimate. Gab es sogar nochmal den Flash von Phil Wyvern hier. Ja, war vollkommen richtig, dass er rausflasht. Wenn der Teleport durchgezogen wird und da der Knock-Up kommt, dann hat er ein größeres Problem, vor allem wenn er die Achse dazu noch trifft. Hier war man lieber vorsichtig, aber das war auch die Kombo, die ich vorhin so ein bisschen meinte mit Skana, warum man ihn halt gepickt hat, um halt so ein Champion wie Ryze halt wirklich damit auch abholen zu können. Ja, also da war auch das Problem, dass Rio nicht sofort geflasht ist. Er hat dann halt hochgeworfen von einem Shuffle von Phil Wyvern. Ja. Stark gemacht von Phil Wyvern, muss man einfach sagen. Er hat, glaube ich, sein Flash-Ing noch ein bisschen auf Cool-Down gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mir auch nicht. Ich meine aber, der war noch ein bisschen auf Cool-Down und man hat versucht, diese Flash-Losigkeit noch durchzubringen. Weil er ist ja vorhin auch sehr, sehr frühzeitig geflasht und du kannst davon ausgehen, wenn ein Asier so in dich rein dash, dass er nur der Gang kommen kann. Weil ein 1 gegen 1 All-In verliert Phil Wyvern an der Stelle. Übrigens jetzt nochmal, um auf diese Iceborne-Gottel draufzukommen. Wie ich schon gesagt habe, Utility-mäßig kann ich es nachvollziehen. Das Geld gegen diese Kombo. Das Problem, was ich halt momentan an diesem Iceborne-Gottel nicht mag, ist, es gibt immer halt Rüstung. Und was zum Teufel soll er halt in dem Szenario mit Rüstung? Was du halt gegen Shogart bringt... Er überlebt auch ein bisschen länger gegen Olaf. Ja, aber Olaf hat ja auch so... Olaf burstet ja vor allem auch über sein E. Gegen die Axt. Ja, okay. Also ja, es ist ganz nett, aber ich denke, der Slow-Effekt einfach durch die Tatsache, dass er halt kiten kann gegen ein Team, was fast nur ausschließlich auf ihn drauflaufen kann, ist hier das größere Argument. Und gerade auch so ein Varus hat er verfluchte magische Schaden. Er hat viele Treffereffekte, die er halt über den Tag-Speed ausnutzt. Und gleichzeitig auch noch die Passive auf so einem W. Alles schöner magischer Schaden. Sion-Ul wird ausgelöst, um auf die Lane zu kommen. Natürlich muss man jetzt in dem Moment, wo man ihn noch nicht sieht, halt so ein bisschen respektvoll spielen. Er könnte ja auch auf die Botlane theoretisch ulten. Dadurch kann man sich nicht großartig wehren. Es wird allgemein gerade so ein bisschen das Rennen. Wer kriegt das Turret first? Schrocken auf der einen Seite oder unten halt Tarm-Kennschmidt-Eisfail. Denn dahin geht es in Iceborne-Gaunt natürlich auch wieder ein bisschen besser. Du kannst halt die Wave schneller damit abbauen. Ja, auch der Cooldown, den nur dadurch passt. So, jetzt mit Flash dran. Brown-Ultimate trifft hier. Aufgepasst, hinten ist nochmal so ein Nebenkriegsschauplatz, aber da holst du dir Aphromo ab. Der war da dann doch ein bisschen zu enthusiastisch. Vor allen Dingen fand ich es gut, dass er rüberflasht und dahinter steht ein Cody Sun. Ich glaube, Cody Sun war sich überhaupt nicht sicher, soll er jetzt auch über diese Wand drüberflaschen oder soll er einfach da bleiben? Flaschen, nicht flaschen, flaschen, nicht flaschen. Und im Endeffekt stand Cody Sun halt die ganze Zeit hinter der Wand und hat dann nicht geflasht. Damit fehlt natürlich auf einmal der Carry und der Support steht mit dem Tag alleine da und wird einfach abgeholt. Das war ein bisschen sehr unglücklich gerade gelaufen. Da waren sie sich selber nicht so ganz einig, wie sie es jetzt spielen wollen. Ja, Lyra ist jetzt hier am Blue-Buff dran. Der resettet eventuell gleich oder wird halt von Mechal ist einfach Waffe von 1000 Leben instant abgeholt. Natürlich ein bisschen ärgerlich, weil er nicht an Rise abgeben werden kann, aber der hat ja immer noch den ignorischen Blue-Buff bekommen. Boah, das stimmt. Hat er dann auch immer noch gerade aktiv, insofern alles to deal. Guck dir mal. Vor allem mal hier Uphromo, ne? Da steht er beim Knallzapfen, geht dann alleine rüber und Cody ist dann wartet da mit der Zeit steppen, flasht rein. Und guck dir mal, Cody, ich sehe es in seinen Augen. Er überlegt so, komme ich mit der Chain of Crouch an? Soll ich vielleicht rüberflaschen? Ah, ich weiß es nicht. Und er lässt das einfach bleiben und Uphromo ist quasi einfach an seinen eigenen Tod reingeflasht. Ja, aber das war nicht gut abgesprungen. Also es war halt dadurch auch einfach nur ein 2 zu 3. Oder ein 2 gegen 3. Bisschen übermotiviert war er da. Aber Top-Ban, wir sehen, Someday ist mittlerweile schon mit seinen 6 Stacks unterwegs. Hat sein Ult also schon mal auf höchstmögliche Stackanzahl gebracht, ohne dass er halt einen Herald oder einen Drachen oder einen Kiel damit bekommt. Das zählt ja nochmal extra. Und jetzt kann er sich vor allen Dingen auch die ganze Zeit sein Ult aufheben, um er halt eventuell zu pressuren oder eben um auch Objectives wie diesen Herald, der ja auch auf der Top-Seite noch einmal steht, abholen zu können. Oder auch in 20 Sekunden einfach mal Botlane zu porten, um da halt die dritten Drachen zu holen. Was das angeht, ist One-Hup vielsmontan sehr dominant. Gold-technisch 500 bis 200 Gold, das sind halt Peanuts. Das ist noch nicht so wichtig. Sie müssen noch nicht spielen entscheidend. Aber die Drachen, die machen schon ein bisschen was her. Das stimmt. Gerade der Höllendrache ist da sehr, sehr wertvoll. Nächster Drache ist auch nochmal ein Meeresdrachen. Und jetzt wieder Chain of Corruption. HQ hat aber erneut die Braum-Stacks drauf. Zack, da ist es dann. Und dann war es das wieder mit ihm. Ähnliches Spiel wie gerade eben. Läutert die Kette und Braum ist da. Ja, und vor allem der Schan ist auch da. Lear ist von oben. Man möchte natürlich nicht einfach so einen Turm abgeben. Ja, sie wartet noch auf Asia, aber Ryze rotiert auch mit. Das würde in jedem Fall eine Unterzahl-Situation bleiben. Er könnte zwar noch einen Teleport einsetzen, aber den kann halt someday genauso gut counten mit seinem eigenen Teleport. Also, da muss man einfach vorsichtig sein. Aber wichtig war trotzdem, dass Lear einfach nur da ist, damit man Apollo nicht überrennt und dann doch noch den Turm bekommt. Genau, dass dieser Tower einfach alles abgemeldet wird. Der ist auch immer noch da. Versucht, dass die Videos ein bisschen zu ärgern, aber der hat ihn halt längst in der Ward gesehen. Macht sich der keine Sorgen und someday. Ja, aber für One of Thieves voll in Ordnung, weil sie werden höchstwahrscheinlich dann halt diesen Top-Line-Turm bekommen. Someday jetzt so. Oh! Da ist die Ultimate. Fängt sich da sogar nochmal einen Tulfen-Schuss. Ja, aber er kommt da nicht ganz raus. Hat immer noch seinen Flash. Und da ist noch ein Knallzapf. Also, das sollte auf jeden Fall passen. Das ist ärgerlich. Wenn Someday da halt ein bisschen besser stehen, Solo hat das halt brillant gedacht. Und der Solo hat bloß gesehen, oh, Rise Ultimate kommt es wieder. Aber dadurch fällt jetzt auch der Turm. Da fahr ich halt einfach nach vorne raus. Und Someday halt quasi diese Möglichkeit, dass man nach vorne escaped, gar nicht in Betracht gezogen. The Gang halt trotz allem, auch wenn man den Flash gewastet hat, erfolgreich. Man kriegt halt das Terrell First Blood, Someday kriegt damit nochmal eine Menge Solo-Geld. Das ist halt auch schon wieder gut tanky. Sonst hier war halt einfach in dieses Sion-Old rein zu flashen. Und gleichzeitig kriegt man halt nicht nur diesen Top-Line-Turm, sondern auch noch den Drachen auf der Bot-Lane. Also objective-technisch kann man sich da jetzt schon mal einiges nach vorne setzen. Erst für Ultimate kommt, diesmal aber ein bisschen zu spät. Keine Möglichkeit hier irgendwas noch zu klauen. Und damit für One-Hop-Treeves Eickel-Vorsprung, ein Turm-Vorsprung und drei Drachen-Vorsprung. Jetzt wird es vor allem nochmal richtig unangenehm. Rage Blade ist halt fertig. Und mit Rage Blade hast du natürlich als Varus einen sehr, sehr guten Single-Item-Power-Spike. Aber da, wo er jetzt halt ein Item hat, hat an der Stelle es wirklich schon zwei. Also das ist halt so ein Ding, wo Apollo einfach, also ich würde nicht mal sagen, dass das Rage Blade hier großartig fett spiked, das ist natürlich nicht schlecht als Single-Target-Item-Spike. Als Single-Item-Item-Spike muss man ja sagen. Aber gegen zwei Items gegenzuhalten, ist damit trotz allem nicht einfach. Also hier sieht man halt auch einfach wieder diesen Einfluss von Kleptomanie. Na klar, er hat so ein bisschen Farben-Vorsprung zwischenzeitlich jetzt auch gehabt, aber Klepto darf man halt nie unterschätzen, da kommt so viel zusammen. Das stimmt, aber dafür ist ja die andere Rune auch so gesehen Gold wert, weil sie dir auch nochmal Möglichkeiten gibt. Jetzt gibt es hier den Bot-Lane-Tour für One of the Thieves. Wenn sie das disengagen können, sind sie sehr, sehr gut dabei und das sollten sie auch. Also das heißt, dein einziger Fall ist halt wirklich auch nur Kleptomanie und dann im Late-Game ist dann die Rune auch größtenteils nutzlos. Sei denn, du kriegst gerade zufällig einen Trank, der dich verstärkt. Ja, aber das wurde ja auch, was heißt zufällig, das ist ja so ein bisschen gescriptet, so wie alles. Nicht nur die NA-Liga ist gescriptet, nein, auch die Items, die du halt überklebt und bekommen. Das gibt halt einen gewissen Item Pool. Dann bist du in einem frühen Spielverlauf, kannst du zum Beispiel nicht einfach auf Level 1 dieses Item bekommen, diesen Pot, der dir halt eine zusätzliche Fähigkeit Upgrade dort, der die Dinge gewährt. Und genauso ist es halt im Late-Game, dass du halt im Late-Game durchaus in der Lage bist, halt öfter mal so eine Pot zu bekommen, die dir ja sowohl AP als auch ART geben können. Und wenn du halt in so einem Teamfight einfach mal Lucky 2 davon bekommst, oh, das macht schon einen ganz schönen Unterschied. Schönes PvE. Geil. Das ist, was wir sehen wollen. Hier sollte der Shogart sich überlegen, ob er nicht einfach gleich den Herald snacken möchte. Aber man kann den, glaube ich, gut zonen. Ryze ist halt noch botlane-orientiert unterwegs und dadurch hat man halt eine 4 gegen 5 Unterzahl der Situation, die man jetzt einfach nicht zu sehr überspielen möchte. Aber da ist das Kommando-Banner-Böller-Minion. Vor allem, wie lange die auch brauchen, um sich gegenseitig zu verdichten. Die Minions? Ja, ja, diese Kommando-Banner-Minions. Das stimmt. Ryze selber sollte auch gleich damit fertig sein, seine Umarmung des Girafens zu stacken. Eine sehr unkonventionelle Art und Weise, die wir auch von 5 Biffen sehen, mit einem sehr frühen Void-Step. Aber ich finde sie an der Stelle vollkommen okay. Also er hat halt, wenn man in die Item-Builds der Spieler von One of the Thieves reinschauen, viel Magie-Resistenzen. Überall Magie-Resistenzen. QSS auf Aphromo, Wids and auf Cody Sun, der jetzt übrigens auch sein zweites Item fertiggestellt hat. Sollte jetzt stärker sein als SVL. Du hast halt ein bisschen Mars auf Top- und auf dem Mid-Laner-Commando-Banner. Du hast halt einen Adaptive Helm bereits auf Viteos fertiggestellt. Also ich finde den Void-Step 4 als zweites zu bauen, ehrlich gesagt, eine sehr gute Wahl. Ja. An der Stelle. Sehe ich genauso. Also weil der wird ja so gesehen nur noch besser, so mehr Magie-Resistenzen ins Spiel kommt. Aber nichtsdestotrotz One of the Thieves da schon mit der besten Möglichkeit dagegen. Es ist ja auch viel magischer Schaden im Spiel. Wenn man sich so die Goldwerte anschaut, ist man halt auf jeder Lane sagt Behind, außer auf der Top-Lane. Da ist es halt ein bisschen mehr und im Jungle ist man auch ein bisschen mehr hinterher. Das One of the Thieves, so das, was so zu erwarten war, können sich halt auf jeder Position ein bisschen durchsetzen. Aber jetzt kommen wir halt zu einer Phase, wo der Nash-Arts aus Spawn, wo es halt eigentlich egal ist, wenn du aus der Lane bist, also egal ist, vielleicht falsch ausgedrückt, aber wo es halt nicht so viel wiegt, wenn du halt mit einem leichten Vorteil aus der Landing-Face kommst. Wenn du jetzt einen Fehler machst, dann fällt dir halt viel, viel schwerer ans Gewicht, als wenn du halt auf der Landing-Face einen kleinen Fehler gemacht hast. Und diese 2000, 3000 Gold-Unterschied, die man hat, ist halt momentan fast nur durch die Türme begrenzt. So, jetzt geht's gegen... Da ist er verschwunden. Minion Demetralizer. Das ist eine schöne, schöne Fähigkeit. Da hat sich auch Solo noch ein bisschen was aufgehoben. Naja, ich glaube, die zwei sollten auch behalten. Oh, schönes Braum-Shield. Das ist zum Beispiel jetzt auch ein bisschen, ist meiner Meinung nach ein bisschen blöd gewesen. Für mich hat das S.V-Ult gerade Varus getroffen. Die Animation hat ihn quasi schon berührt, aber dadurch, dass die Hitbox dahinter das Braum-Shield getroffen hat, wo der quasi dieser ganze Spelling leadet, ein bisschen merkwürdig, aber gut. Kann alles passieren, hat dir jetzt hier auch keinen riesigen Unterschied gemacht. Apollo muss jetzt natürlich zu sehen, dass er den Gegner halt möglichst weit auf Reichweite hält und nicht selber engaged zu werden. Er hat sich hier auch dafür entschieden, keine frühere QSS zu holen. Er hat halt Tam Kensch im Rücken, der ihn immer irgendwo retten kann. Finde ich vertretbar, auf jeden Fall. Muss dementsprechend aber auch mal aufpassen, dass sein Tam Kensch wirklich hinter ihm ist. Und da, wo du halt auf der einen Seite den Kommando-Banner-Minion gut einsetzen kannst, ist das auf der anderen Seite auf jeden Fall auch vorhanden. Konnte ich an der Stelle sogar den ersten Turm für Clutch Gaming sichern. Bester Mann bei Clutch Gaming. Das stimmt, ist nicht unwichtig, um hier nicht komplett unter die Räder zu geraten. 2000 Gold Vorsprung ist ganz nett. Die Drachen dazu machen das Ganze umso netter. Aber Clutch Gaming hat damit zumindest noch mal den Abstand ein bisschen verkürzen können wieder. Ich denke, das würde jetzt halt eh nicht aussehen wie im letzten Game. Das würde jetzt so ein kleines technischen Mächtlichen gehen. Man guckt halt so ein bisschen. Bei One-Hunt-Thief sollte man auf jeden Fall weiter Fokus auf diese Drachen legen, auch wenn es bloß ein Ocean-Drag ist. Ich meine, das ist der dritte für sie. Das ist so eine Mini-Garren-Passive, wenn man möchte. Und der potenzielle Elder-Drag wird dadurch halt bombastisch stark für sie und eine zusätzliche Winning-Condition. Während halt Clutch Gaming nichts von dem Drags hat. Und du redest ja immer so schön von dem High-Risk-Low-Reward. An der Stelle wäre das für One-Hunt-Thiefs halt einfach einen Low-Risk-High-Reward, wenn da halt ein potenzieller, starker Elder-Drag in Aussicht steht. Ja. Ich gebe dir vollkommen recht. Das ist ja auch Optimum, was du haben kannst. Low-Risk-High-Reward. Besser geht's nicht. Das Optimum ist einfach No-Risk-Only-Reward. Und All-Reward. All, ja. Stimmt, All könnte man sagen. Ja, oben musste man leider den Harald jetzt so ein bisschen verschwendet einsetzen. Der hätte ansonsten vom Timer her wahrscheinlich nicht ausgereicht. Man deft das Ganze unten. Versucht ihn aber, ich will gar nichts sagen. Man hat ihn nicht verschwendet eingesetzt. Man hat ihn auf die Top-Lane platziert, wenn man halt dazu genötigt war aufgrund der Zeit. Kann aber den Druck vom Harald ausnutzen, um damit jetzt diesen Drake hier unten zu forcen. Man weiß, dass das Rize-Top-Lane ist. Was ist ehrlich gesagt gar keine schlechte Sache. Dass der erst Drake den Clutch Gaming hier bekommt. Und damit verfällt halt schon mal diese Variante von dem kompletten Low-Risk-High-Reward-Elder-Drake für One-Harm-Thieves. Der letzte Meers-Drache, der nächste Drache ist nochmal ein Höllen-Drache. Ist auch der letzte Elementar-Drache, der da spawnt. Weiterer wird zeittechnisch nicht möglich sein. Ist halt knapp, ne? Haben sie alle Drakes direkt auf Coolung genommen? Oder ist einer kurz ein bisschen stehen geblieben? Bei sechs Minuten, bei drei Minuten den ersten, den zweiten, 15, die dritten, 21, den vierten. Sie hätten halt... Ich meine, du kannst ja jetzt durchrechnen. Rechne mal den Cooldown, bis der Drache spawnt. So, Minute 35. Ich hätte ein Game werden können, wo wirklich sechs hätten spawnen können. Wenn sie es halt... Wenn sie es wirklich schnell abholen und auf Cooldown nehmen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Game gesehen, wo halt sechs Dracks genommen wurden. Aber man sieht ja super selten, auch bis es in Minute drei ein Draken. Weil meistens hast du halt vier Drachen oder vielleicht mal fünf. Ja, fünf ist ja so der Standard, sage ich mal. Vier bis fünf, würde ich sagen. Eine Zeit lang teilweise weniger, wenn der erste Drache ein Volkendrache war, den keiner haben wollte. Braumschild hier einmal rausgebatet von Aphromo, aber damit ist es Fueult auch auf Cooldown. Ja, und da hat der Braumschild niedrig in Cooldown. Ja. Apollo selber hat jetzt die Möglichkeit. Und er sollte eine Menge Gold mit dabei haben, auch in Richtung Blade zu gehen. Ich denke, er wird es nicht ganz auf einmal fertigstellen können, aber zumindest für die Teile jetzt gehen können. Ja, und genau das macht er hier auch. Nur die Kombinationskosten fehlen ihm jetzt noch. Und mit dem Blade und einem drei-Item-Power-Spike ist auch ein S-Rio nicht zu verachten. Es ist halt allgemein bei den Articaries so, dass die hier beide ein sehr starkes Mit-Game haben. Hinter dir wartet schon ein Rio, aber er traut sich da nicht reinzugehen. Er hat halt selber ein bisschen wenig Sicht und möchte hier kein unnötiges Risiko in Kauf nehmen. Oh Gott, man wusste, dass er da ist. Oder wusste man es nicht? Ich weiß es nicht, aber Ghost hat zumindest Rio hier aktiviert. Das sah gerade übel random aus. Ja. Ich glaube, das war auch so random. Ich glaube, der Biven hat sich doch da mehr erschrocken, als dass er da was geplant hat. Ja, aber Rio ja auch. Direkt zusammen, das gibt es so nicht. Das war einfach so beide paniken. Ich meine, für Rio ist das 1 gegen 1 momentan wahrscheinlich stärker. Aber er hat, wie gesagt, keine Sicht nach unten gehabt. Und so schnell, wie für Biven hat reingegangen ist in den Busch, vor allem, als er auf ihn draufgedasht hat ihn direkt geultet, hat er wahrscheinlich erwartet, dass da direkt ein Gang kommt. Aber es kam keiner. Ich glaube, sie waren beide auch ein bisschen verwirrt von der Situation. Was machst du denn hier im Busch? Schön anzusehen. Na gut, halten wir fest. Für Biven hat den Ghost bekommen von Rio, der ist aber zu einem Drittel auch schon wieder bereit. Na, da hilft natürlich die Spellbook Rune und Ghost hat er sowieso einen relativ niedrigen Cooler und vergleichsweise. Summday ist unten schon dabei, den T2-Turm auch zu bedrohen. Der ist halt auf einen dritten Lebenspunktestand runter. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass Solo halt das nicht lange halten wird. Man sieht ja auch mal wieder, dass Summday halt versucht, die Minions zu ignorieren, nur einfach an den Turm ranzulaufen, ein paar Autotext durchzubolzen, weil ihm halt der Turm-Schaden auch egal ist. Voraussetzung dafür ist aber auch, dass er halt Basalen bis in den Turm mit reintragen kann. Und das versucht Solo nämlich in so einer Situation zu verhindern. Das ist halt für euch auch, wenn jemand in so einer Situation kommt und Tank-in-Tank spielt und euch Gedanken macht, so wow, der kriegt halt immer Autotext auf meinen Turm rauf, mein Turm fällt irgendwann. Versucht die Minion-Wave wirklich abzufangen, bevor die in Turm-Reichweite gelangt. Einfach nur, damit der Turm halt seine Resistenzen behält und da halt nichts von seinem Buff abgeben muss. Dann ist es nämlich für den Gegner auch deutlich schwieriger, den Turm einfach einzureißen. Plus natürlich der zusätzliche Turmschaden, der für ihn mit dazu kommt. Clutch Gaming lagert jetzt diesen Midlane-Turm und Rio ist wieder auf der Sidelane. Das heißt, man hat erneut die Unterzahl und da sieht man, Clutch Gaming macht das gut. Jedes Mal, wenn Rio auf der Sidelane ist, groupen sie zu fünft und bekommen Objekt dafür. Erst den Drachen, jetzt den zweiten Turm. Aber Sunday natürlich auch auf der Sidelane. Das ist halt so das Ding, wenn du ein 1-3-1 spielst. Also Rio, Sunday auf der Sidelane, 1-3-1, man bekommt jetzt diesen Turm hier. In so einer Situation wäre halt Demolich einfach so eine geile Rune für Shogart. Da wäre er jetzt wahrscheinlich schon am Nexus-Turm. Ach, was sage ich, da wäre ich auch schon am Nexus dran gewesen. Aber auch so passt das hier. Ja, ja, ganz so schlimm wäre es auch nicht gewesen, denn ich übertreibe jetzt natürlich gerade ein bisschen. Aber im Split-Push kommt er gerade gut voran. Eine Frage. Der nächste Drake braucht noch so ungefähr 1,30. Der Nash hat immer noch ein lukratives Ziel. Für One-Hump-Thieves steht aber immer noch die Brücke mit Lane-Turm, mit NT1-Turm. Solange sie den nicht nehmen können, haben sie halt auch ein viel, viel größeres Risiko, dort halt aggressiv wirklich Teamfight zu suchen. Jetzt haben der Prügel sich dort noch gerade wieder mit Sion. Das macht er halt nicht, um ihn zu bedrohen oder töten zu können. Das macht er halt wirklich bloß, um halt einfach seine Lebenspunkte dort nochmal zu maximieren. Wie neugierig jetzt der wäre, zu sehen, wie viele Grass-Stacks er wirklich schon durchbekommen hat. Das ist ja wirklich so, der Schaden da ist eigentlich komplett irrelevant. Und das klassische Duell. Naja. Schöner PvE-Kommando-Banner. Schön, dass es diese Kommando-Banner-Minions gibt. Ja, alle anderen sind in der Mitte und das ist ja auch der Vorteil, wenn du das in 1-3-1 spielst, sodann deine Mitte halt halbwegs halten kann, push die Side-Dance durch. Das war der letzte Minion-Deemeteralizer gerade. Ja. Solo hat jetzt keinen mehr und damit werden halt die nächsten Kommando-Banners halt zu der Gefahr. Vor allem, weil dazu ja noch der Barren-Buff kommen kann, was ja bisher nicht der Fall war. Ja, aber der ist auch... Es ist wirklich so, dass beide Teams vorsichtig spielen, weil der Nash-Er halt wirklich... Wenn jetzt ein Team einen Fehler macht und irgendwer stirbt, ist der Nash-Er halt von beiden Teams halt ultra gut wegzurushen. Das ist richtig. In Asien mit drei Items, der fährt da halt auch einfach durch wie mit einem warmen Messer durch Buddha. Auf einer Seite hast du halt einfach den Schuh gehabt, um es den klauen zu können. Und auch ein Rise ist halt nicht schlecht. Bergdrache sind hier zwar keine im Spiel, aber auch der zweite Infernal-Drake wird jetzt hier nochmal interessant werden. Ich weiß gar nicht, ob wir sich sogar zumindest ein kleines Risiko in Kauf nehmen sollten, um den Infernal-Drake zu bekommen, was der Nash-Er dafür vielleicht sogar getauscht wird. Weil sie sollten ihn natürlich nicht mit Absicht abgeben, da ist der Nash-Er einfach zu wertvoll für. Aber diesen Drake hier zu bekommen, das würde ihn halt nochmal richtig machen. Boah, Sam, der was macht, der geht ja Base wieder rein tippen. Er kann halt porten. Er hat gute Wards, direkt im Rücken, wenn man da darauf achtet. Steht halt ein sehr guter Teleport-Ward. Aber er geht jetzt schon aus der Base, gibt damit den Humgards-Effekt auf und wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr porten. Ja, es ist gerade so eine knüftige Sache, wenn gerade beides da ist. Also der Drache hat halt den Vorteil 8% AP und AD ist schon eine ganze Menge. Okay, sie wollen jetzt selber in Nash-Er-Traden. Das war schon so ein bisschen abzusehen mit dem Rise-Ultimate. Aber Skarner bewegt sich auch, Lyra bewegt sich auch. Vielleicht bekommen wir jetzt einfach den Fight, den man haben möchte. Someday tankt jetzt erstmal ordentlich, ist allerdings bei halbem Leben. Jetzt die Ultimate auf ihm. Flash, der raus, überlebt hier. Und HQ hat auch viel verloren, allerdings noch seine E, damit noch einen großen, dicken Schild. Und für Biven! Der will den Playmaker machen. Schöner Shuffle von ihm. Someday ist das Opfer dieser Aktion hier. Und Meteos gibt nochmal alles. Apollo trifft nicht alles. Oh, aber Meteos, kommt der da noch lebend raus? Ah, aber ich hab ja schon gesagt, der T-File ist zwar knapp ausgegangen, man macht sich ja aber trotzdem direkt in den Nash-Er-Rand. Für Biven noch live, Rio. Der kann Apollo erst mal gut einen einräumen. Da ist er richtig gut eingeschenkt. Cody Sun, also generell, Cody Sun, da muss ein bisschen gepokt werden jetzt. Meteos hat keinen Flash, da kommt er nicht rein. Seine Control-Wort ist im Pit drin. Das ist der Baron für Clash Gaming jetzt. Ja, den müssen sie aufgeben. Oh Gott, da hinten hat Aziz jetzt sogar noch mal Brom getötet. Nasher ist safe. Schöner Play für Biven. Der war nicht ungefährlich, auch für ihn war es knapp. Und wenn er da stirbt, kann das Ganze auch in die Hose reingehen. Ja, aber für Biven hat hier gerade den Fight und auch den Baron sowas von hart gecarriert. Ja, nicht für den Baron. Sie kriegen halt auch noch den Höllendrachen hier mit dazu. Also das war ein Teamfight, der insgesamt zwar nicht viele Kills gefordert hat, aber dafür halt umso mehr Objectives. Ja. Also da muss man sagen, Aphromo in der Situation ist er wirklich der Held. Ah, Sunnay hat jetzt hier zu viel kassiert und einfach bloß, weil er halt keine One-Box hat, kann er sich auch zwischenzeitlich nicht hochheilen. So, da holt er halt einfach Tahm Kench den guten Lyra aus einer ungünstigen Situation. Der kann aber trotzdem sein Ultor vorher benutzen. Man ist quasi in Tahm Kench Mund drin und hat gleichzeitig halt noch die Person zur Verfügung. Die Läuterung von Biven nicht gut eingesetzt. Er hat sich hier ein bisschen verteilt und hat sie halt ein bisschen zu spät eingesetzt, aber sie gibt ja auch, wenn du sie zu früh einsetzt halt nachträglich immer nochmal diese Möglichkeit halt sie trotzdem zu verringern von der Effektivität her und dadurch kommt er aus und es dann halt relativ schnell raus. Ja, Mityos ohne Flash mit so einem niedrigen Lebenspunktgestand, der kann halt nichts machen um Ninesha zu verteidigen und jetzt wird es richtig knifflig. Ja, jetzt beginnt das bei einem Powerplay und man pusht halt durch die Mitte. Da ist Nassir einfach so wertvoll. Goldtechnisch ist zwar ausgeglichen, aber da siehst du dieses verstärkte dicke Minion. Ja, das ist doch kein Spaß mit. Der Doc trifft die nochmal, allerdings nur Solo, der ist gut Chanky. Der Hibitor wird jetzt von dem Cannon in den Angegriffen. Ah ja, ja, ich krieg da schon ja böse Flashbacks. Aber ganz so schlimm wie früher. Ich sag dir, man lässt nicht nochmal sie hier gegen für Wippen hoffen. Kannst du mir auch durchaus vorstellen. Hoffentlich mal ein starker Powerplay von ihm. Oh, der Schaden. Oh, Afro Moe, der muss hier leiten. Einfach durch Bord. Zion trifft ihn zwar nicht mit dem Ultimate, aber der Slow trifft. Oh, er wollte gerade nochmal ulten, aber stirbt halt vorher weg. Meteos kriegt auch nochmal gut Schaden. Das war's. Das beenden die jetzt einfach. Turtles down. Someday. Damit steht jetzt nur noch ein Turm da. Rio von hinten. Aber Solo blockt das Ganze hier gut ab. Zweiter Turm down. Und noch anderthalb Minuten Zeit auch in Überzahl. Aber jetzt der Re-Engage. Asirwold diesmal nicht, denn der Olaf ist in seiner Ultimate, Rise Ultimate. Und kann man hier nochmal aufräumen, ist die Frage. Someday Rio abgeholt. Cody Sun, der böllert jetzt. Someday lebt noch. Double Kill. Someday jetzt gegen zwei. Ja, er versucht doch einen mitzuholen. Triple Kill. Aber dafür reicht's nicht. Solo gönnt sich ein Triple Kill, obwohl Apollo die ganzen Damage rausgebracht hat. Aber da ist immer noch Afro. Die Frage ist, ob Afro das alleine halten kann. Und das sieht er nicht so aus. Und damit auch der Ausgleich für Clutch Gaming. Stark ins Ding. Also für Biven ist hier absoluter Matchwinner. 100% Ridden Rate of Asia. Stark. Ich sag's dir, Asia gebannt, Junge. Es läuft halt. Also man kann wirklich sagen, dass die Games der Playoffs sich momentan ein bisschen zusammenfassen lassen nachdem, wer hat die stärkeren Lanes. Danach geht's halt meistens unabhängig von den Lanes in diese Midgame-Phase rein. Und wenn die halt erstmal da ist, geht's halt bloß noch darum, wer kriegt einmal einen Teamfighter gewinnt, wer kriegt den Nasher und danach ist das Game vorbei. Also es ist halt immer wirklich sehr, sehr kontinuierlich. Es sind sehr schnelle Games, tatsächlich. Also man muss ja bloß sagen, es war ein später Nasher, insgesamt. Vergleichsweise ja. Ja, man muss sich ja immer in den Vergleichswert orientieren. Ja, ja. So, du orientierst niemand nach dem Durchschnitt. Und da ist es so, dass in meinen Augen One of the Thieves hätte früher aktiv werden müssen. Hätten sie früher einen Fight um den Nasher gehabt, dann hätte es vielleicht besser für sie ausgesehen. Ich glaube, es war halt ähnlich. Also die Teamcoms fand ich auch vom Scaling her nicht so unterschiedlich. Sie hatten beide gute Möglichkeiten. Für mich war halt einfach, sie hätten es halt einfach besser spielen können, indem sie halt härter um die Drakes, denke ich, herumspielen. Für mich war halt einfach so, Rio war diesmal derjenige, der vielleicht ein bisschen zu sehr abseits des Teams gespielt hat. Also immer wenn Rio irgendwo splitten gegangen ist, hat man dafür halt kleinere Dinge bekommen, wo Clutch Gaming sich halt ganz langsam zurückarbeiten konnte. Und jedes Mal, man hat es auch gesehen, dass sie es so ein bisschen probiert haben. Ja, Rio auf der Sideline drauf. Genau. Und dann sofort halt einfach Objective genommen, irgendwas anderes abgeholt. Natürlich hat One of the Thieves auch dementsprechend reagiert und hat gesagt, ja, pst, nehmt euch ruhig, ist gar kein Problem, was auch vollkommen okay war an den Stellen. Aber da hat man, denke ich, nicht so viel Verschenken brauchen. Es war von beiden ein sehr, sehr gutes Spiel. Und letztendlich ist halt Fabiven, der hat ein Teamfight carried, derjenige, der halt mit diesem einen Teamfight auch das ganze Game holt. Ja. Und so kann es manchmal gehen. Manchmal bist du der Held. Manchmal reicht halt eine gute Ultimae aus, um das Spiel zu entscheiden. Und das hat Fabiven hier gerade getan. Er ist fast schon der Ibrahimovic, der, ähm, in der LCS. Wer ist Ibrahimovic? Kennst du nicht Slatern? Ah. Ja. Der auch das 40-Meter-Tor gemacht hat bei seinem Debüt? I know, I know. Ich war dieses Ibrahimovic. Ja, das kann ich nicht aussprechen. Ibrahimovic kann ich auch nicht merken. Alles klar, Eis. Hey, ich hab mit Russisch gar nichts am Hut. Aber Slatern kennst du. Ja. Sehr gut. Das kann ich auch aussprechen. Wir gehen in die Pause und, äh, Eis lernt jetzt erstmal ein paar Fußballspieler. Danach geht's weiter mit Klatschgaming gegen One of the Thieves. Bis gleich. Mach das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's! Bis gleich. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. 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 BR 2018 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 Und mit Galio Olaf hast du halt auch eine gute Engage-Überrenn-Kombo. Und gleichzeitig ist Galio natürlich auch noch ein Flex-Pick an der Stelle. Ich denke, es wird wirklich mit den Galio werden. Aber es ist trotzdem möglich, ihn halt auf der Top-Lane trotz allem zu performen. Schade, dass es da nicht schon die neuen Skins gibt. Hat Galio einen neuen Skin bekommen? Ja. Echt? Genauso wie Sivir. Sivir hat ja diesen Pizzaboten-Skin bekommen. Ja, und Galio hat den KFC-Skin bekommen. Ah, okay. So bist du an mir vorbeigegangen. Hast du dich dieses richtig großartig produzierte Video gesehen? Nö. Ach, Eis. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ja, ist Ostern, Mori. Ich habe eine Familie. Was machst du denn den ganzen Tag? Warst du auf Eiersuche, ja? Ich spiele League of Legends. Zu Hause. Das stimmt ja nicht mal. Ach so? Ich habe dich ja auf den Stream sehen. Ja, aber nicht zu Hause. Du wohnst doch quasi hier im Studio. Das stimmt auch wieder. Da wäre jetzt den Skarner gepickt. Ja, und kommen damit jetzt auch zur zweiten Bann-Phase. Das hat Camille rausgenommen. Also hier möchte man sich auch die Optionen offen lassen, selber einen Tank noch für die Top-Lane zu picken. Um da die Frontlines zu verstärken, dass der nicht unbedingt gecounterpickt wird und dort hard abused wird. Dann letztendlich kann sich One-Hour-Thieves ja wirklich offen lassen, um nochmal einen Carry zu picken, weil sie halt die Frontline in der Mitte haben. Das wäre vollkommen okay für sie. Braum ist auch noch offen. Braum, Alistar. Ja, Top-Catchy noch rausgenommen. Skarner hat man halt selber im Team, da möchte man nichts riskieren. Braum wäre ein guter First-Pick für Clutch Gaming, denke ich. Wenn sie da in der Lage sind, dann wirklich an ihn ranzukommen. Auf der anderen Seite, One-Hour-Thieves könnte halt überlegen, ob sie noch bannen. Dann wäre aber noch immer die Option mit Alistar da. Sie haben halt ziemlich viel Kommen. Das ist halt das Ding, wenn du so in der Zwicken-Mülle bist, dann lässt du lieber beide offen. Ja. Also, wenn du nicht gerade First-Pick bist. Der Engage war auf jeden Fall da. Und sie bannen noch On. Das ist, denke ich, verkraftbar. Clutch Gaming sollten sich... Ja, wobei, müssten sie den Braum nehmen? Alistar wäre halt wiederum auch eine gute Kombo, um halt mit Caitlyn zusammenzugehen. Ich finde halt Caitlyn Alistar bald besser als halt Braum Alistar. Also die Alistar hier wegzupicken, finde ich ehrlich gesagt, wäre eine gute Sache. Und sie haben halt das Engage-Potenzial. Also kommt der Arrow, kommt die WQ-Kombu hinterher oder andersrum. Aber auf der anderen Seite Braum auch sehr, sehr gut. Vor allem die Passive zusammen mit Ashe auslösbar. Jetzt auf der anderen Seite natürlich Braum auch wiederum sehr, sehr gut, wenn es darum geht, so einen Ashe-Arrow abzuwehren. Das ist die Frage. Morgana ist draußen. Sonst hätte ich hier wahrscheinlich sogar einen Morgana-Pick gesehen. Ja, Morgana ist halt super nervig, als wenn du Alistar spielst. Das war die beste Variante. Und jetzt nochmal die Möglichkeit, halt für die Top-Lane zu gehen. Man kann ihn jetzt leider relativ schwierig, einen Carry reinpicken. So, ich hätte halt einen Carry-Pick super gerne gesehen bei One-Up-Thieves. Aber es geht nicht, weil du halt immer noch blind picken musst und nicht weißt, wer bei den Gegnern halt auf die Top-Lane geht und gecounterpickt werden könntest. Den Show-Guard finde ich hier dadurch mit am besten. Er bringt auch nochmal den True-Damage mit. Wir haben halt vorhin schon gesehen, was er halt mit einer Ashe dort anstellen kann. Also Apollo. Bei dem werden hier gerade wahrscheinlich wieder Erinnerungen ins erste Spiel wach. Und auch ein Alistar, der zwar den Schaden reduzieren kann, kann sich aber nicht vor dem Finisher von einem Show-Guard bewahren. Oh, Nar. Der ist auch noch da. Ist wieder ein bisschen zurückgedrängt worden, nachdem er lange Zeit der dominante Pick auf der Top-Lane war. Er wurde halt genervt. Und er nerft, da hat man sich dann gesagt. Ah ja, er ist jetzt nicht mehr ganz so krass. Ist aber doch gut. Also auch in dem Show-Guard-Match-Up hat Naro natürlich gewisse Vorteile und Vorzüge. Ja, er kann kneiten. Und One-Hound-Thieves haben halt wirklich ne brutale Tank-Combo. Also halt wirklich mit Galio, Olaf und Show-Guard im Mid-Game, da hast du halt nichts zu lachen. Die haben halt nen guten Grundwert an Schaden und bringen halt extrem viele Lebenspunkte mit. Aber auf der anderen Seite hast du halt nen Scanner, auch nen Naro, der irgendwie später tanky wird. Und nen Alistar, ne Triple Frontline ist vorhanden. Die Scaling ist vielleicht so ein bisschen besser, aber es wird sich nicht viel nehmen. Also ne Caitlyn kann das natürlich im Mid-Game auch ausbügeln mit so ner starken Frontline. Ja, vor allem auch nen Sugar-Skate ja auch. Also wenn man's wirklich auf beiden Seiten gut spielt, denke ich, haben One-Hound-Thieves-Stored-Scaling Vorteile. Weil sie halt einfach zwei gut-scalierende Carries haben und Galio halt einfach abbaut später. Du meinst Crash-Gaming, Entschuldigung, Crash-Gaming. Wollt grad sagen so, hä? Das ergibt keinen Sinn, aber ja. Hat er grad nochmal geswappt. Aber dieses Mid-Game ist halt brutal. Ja, und Galio bringt halt auch wieder so nen halb-lobalen Faktor mit rein, der halt ganz, ganz schnell Situationen umdrehen kann. Also hier muss man wirklich wieder behutsam, bedacht und vorsichtig dort voranschreiten. Ja, los geht's. Spiel Nr. 3. Drei. Ja, da hast du dich drauf gefreut, ja. Alles klar. Der hat schon die Show-Cut-Boxen. Gleich mal den Sound hier angeschmissen. Auf geht er! Aphromo, Cody-Star, Meteos bewegen sich direkt mal in Richtung Botland unterwegs. Hier wird man wahrscheinlich erst standardmäßig dort covern. Ansonsten würde man geschlossen vorangehen. Sieht aber an und seit ähnlich aus. Auch da wird man kein Risiko in Kauf nehmen. Diese Skada-Kristalle sind natürlich immer ein bisschen reizvoller. Und das mit den Olaf-Achsten im frühen Spielverlauf kennen wir mittlerweile ja auch schon. Ja. Wird jetzt hier diesmal aber nicht in Kauf genommen, das Risiko. Jetzt dafür ist eine schöne Ash-Salve rein. Aber ja, den Galio-Skin, wie manche gefragt haben, gibt's nicht, weil der auf diesem Patch halt noch nicht ist. Wir spielen ja nicht auf dem Live-Patch. Nee, wir sind auf dem 8.5er. Also da ein bisschen zurück. Und selbst da sind ja einige Skins nicht mal erlaubt. Mittlerweile aber schon die meisten. Ja, man hat da viel überarbeitet. Also sowas wie Steel Legion Lux oder sowas. Genau, es gibt halt eine gewisse Blacklist, wo halt einfach Vorteile. Skins sollen die halt keine Vorteile bringen. Die hat einige Skins schon gebracht haben, einfach angepasst wurden. Sei es halt die Sichtbarkeit der Spells oder einige haben zum Beispiel auch einfachere Animation-Cancellings und ähnliches. Und da gab's halt früher eine Blacklist, die man halt Stück für Stück überarbeitet hat. Ich weiß ja auch, ehrlich gesagt, gar nicht, wie die Blacklist nur aussieht. Nee, also so die Klassiker waren halt Eye, Blitz-Strength und Steel Legion Lux, so. Die man in meinem Hinterkopf hatte. Ja, das war auch dieser, wie hieß der, eine Riven-Skin mit dem kurzen, ganz kurzen, abgesägten Schwert. Irgendwie Rune-Blade-Riven oder so. Oh, ich hab keine Ahnung, der war zum Anfang auf jeden Fall auch noch verboten. Achso, du musst ein bisschen aufpassen. Die Auto-Tags sind natürlich für ihn erstmal free gegen Shogart, aber jetzt zieht er mit Minion-Agro. Und die Minions, die wir sind halt nicht unbedingt behutsam haben. Er hat sich selber auch für die Fleet-Food-Work-Variante entschieden, um selber ein bisschen mehr Sustain mitzudringen. Auch in Shogart, ne, da lässt sich ein bisschen poken und versucht sich halt einfach mit der passiven Gegend zu heilen. Hat auch einen Dorans-Shield mitgenommen. Ja, aber das hat er ja häufig. Das hat er ja auch gegen Sion. Das ist das Beste, was er machen kann. Ja, generell gegen Folk. Einfach sehr, sehr gutes Item. Aber ja, der große Vorteil von Nahr ist ja einfach, dass du andere Tanks kiten kannst. In dieser Flauschi-Form. Pyram hat sich auch an einer frühen Krabbe zu schaffen. Er will hier einfach nicht das Risiko eingehen. Das haben wir ja im letzten Game schon gesehen, dass hier so ein schneller Drache zustande kommt. Und dann haben wir drei Drake. War beeindruckend. Aber wenn da erstmal eine Krabbe davor steht, kommst du halt nicht so einfach an den Drachen ran. Nicht nur das, sondern auch der Wolkendrache da sicherlich nicht so lukrativ, um diesen Spielzug zu führen. Und dazu kommt halt, dass du jetzt entsprechend da aufpassen musst. Ah, der ist zwar nicht so lukrativ. Wobei, der wurde ja auch ein bisschen gebufft. Ja, aber der Meeresrache ist schon deutlich lukrativer in dieser Spielphase. Ja, gut, wenn du bei Minute 3 bekommst, geh ich mit. Da auf jeden Fall. Aber gleichzeitig ist halt der Cloud-Drag derjenige, der halt für Olaf ein eher geringeres Risiko darstellt. Dadurch, dass der Cloud-Drag ja prozentualen Schaden in Abhängigkeit von deinem aktuellen Leben macht, heißt das, je weniger Leben du hast, desto weniger Schaden macht dir der Drache. Und gerade bei Olaf ist es ja cool, wenn du halt lange auf einem niedrigen Lebenspunktbestand rumpömmeln kannst. Dann kannst du da wirklich schnell abholen. Das stimmt. Nichtsdestotrotz, er könnte halt versuchen, den Knallzaftung zu nutzen, aber da wurden halt auch die Spawn-Zeiten quasi delayed. Die spawnen halt später. Und er kommt halt an der Krabbe einfach nicht vorbei. Dabei hat sich der halt bis zuerst erledigt. Mit der hat man da auch auf beiden Seiten den Standardbeginn. Dorans Ring und zwei Pots. Das wird nach dem ersten Backpots spätestens aber schwierig werden, für Oriana wirklich einen Galio pressern zu können. Einfach nur, weil er halt gut tanky wird. Sie wird eine Träne bauen, wird damit halt keinen Schaden dazu bekommen. Und Galio wird man halt nicht von der Lane drängen können. Er selber ist aber darauf angewiesen, dass er auch, wenn er einen Kill bekommen möchte, halt Unterstützung bekommt. Du solltest normalerweise in der Mitte-Lane in der Lage sein, einen einzelnen Kill gegen Galio zu vermeiden. Auch als Oriana. Ja, das stimmt. Generell, also sobald du einen Galio gepickt hast, ist das so ein Pazifisten-Match-Up, kann man schon fast sagen. Der Galio hat allerdings auch nicht den Zweck, dass du unbedingt einen Solo-Killer oder so bekommst oder den Gegner da krass pressurest, sondern er erhöht eher den Druck über die Sidelines. Also das heißt, dass du da mehr Bot-Lane-Pressure hast, weil ein Galio spontan dazukommen kann. Jetzt hier, Thema spontan dazukommen. Gibt sogar einen Exhaust, den Stun, Meteos, der dazukommt. Apollo, Heal gezündet. Ah, viel Damage, aber es reicht halt nicht. Oh, Stuntrap. Das war gut platziert, aber kein Kill. Ja, im Endeffekt war es halt einen Flash, einen Exhaust und eine Heilung. Ne, zwei Flashes sogar. Auch Olaf ist ja noch hinterher geflasht. Wenn man halt einen Summoners von der gegnerischen Bot-Lane getauscht hat. Außer das Ignite, das konnte Haku sie sparen. Und jetzt will man das Ganze halt nochmal selber umdrehen. Eine Kaulis hat noch Flash, aber Aphromo ist halt ein potenziell gutes Ziel, in der hier nochmal so aggressiv geht, dass man ihn halt selber abholen kann. Auch da hat man gesehen, man hat versucht halt viel mit der Brom-Passive zu arbeiten. Aphromo ist ja wirklich, er hat sich gar nicht darauf verlassen, dass er halt den Q treffen muss, um seine Passive halt drauf zu bekommen. Auf Apollo, sondern er ist halt wirklich einfach nur geflasht und Auto-Tag gezogen, damit man halt auch schnell dieses Deck-Stort aufbauen kann. Und letzten Endes hat man damit jetzt auf der Bot-Lane zumindest erstmal so ein bisschen den Vorteil. Und Meteos ist auf seinen Flash jetzt nicht so angewiesen. Ja, das stimmt. Es gab ja sogar eine Zeit lang, wo man halt Olaf nur mit Ghost gespielt hat. Ja, das war aber auch die Zeit, wo es noch keinen Predator gab. Genau. Es gibt noch einige Varianten hier. Eini zum Beispiel spielt ja Olaf immer noch ohne Predator, dafür mit Ghost. Und zum Beispiel gerne Press the Attack und ähnliches mit, was halt auch verdammt stark ist. Ist es, aber ich finde, eine der größten Schwächen von Olaf war ja, dass er Ghost mitnehmen musste, weil er sonst nicht an den Gegner rangekommen wäre, was jetzt halt mit Predator möglich ist. Und der Natter von Ghost gegenüber Flash ist halt einfach die Tatsache, dass du nicht über Wände kommst. Das ist gerade bei Objective-Steals für einen Jungler auch nochmal sehr, sehr wichtig. Das heißt, so ein Olaf war vergleichsweise schwach am Pit, weil er weder raus noch reinflaschen konnte. Also ein Punkt des Deals, der sehr, sehr schwach war. Mir blutet gerade das Herz, weil ich so diesen Trade gerade gesehen habe zwischen Galio und zwischen Orianna. Wo Galio halt einfach null Leben verliert und mit zwei Outer Tags und dem Q halt gerade mal so dieser magische Schild von ihm ploppt. Mehr allerdings auch nicht. Gleichzeitig hat er jetzt halt auch seinen Katalysator fertig. Ist dadurch in der Lage, halt mit Mana, was es heraushaut, Leben wiederherzustellen und umgedreht. Und halt Schaden dort, wo ich leiden muss, dass er halt auch Mana wiederbekommt. Und wie gesagt, der erste Backport wird halt dazu führen, dass da mit denen halt wirklich gar nichts mehr passieren kann. Zumindest nicht ohne A-Eingreifen von außen. Der Punkt Mana ja auch sehr, sehr wichtig geworden für Galio. Also gerade der Q kostet jetzt deutlich mehr. Gar nicht. Also deutlich mehr ist da sogar untertrieben. Da kostet es ja in der höchsten Stufe 130 Mana oder sowas. Ja. Ich habe es gerade nicht hundertprozentig im Kopf, aber auf jeden Fall deutlich über 100 Mana. Was schon für einen einzelnen Spell in League of Legends verdammt teuer ist. Das ist mehr so ein Bereich, was manche Ultimates kosten. Selbst da, ich meine, wie viele Ults gibt es, die halt wirklich über 100 Mana kosten? Die meisten haben ja so Kosten um die 100 Mana. Apollo, Flash hat er nicht, Heal hat er nicht. Hat Aphromo lange gewartet auf diesen Moment und dann gibt es das First Blood. Auf der Lauer. Ja, und da an der Stelle hat sich quasi schon ausgezahlt. Dass man vorher gegangt hat, ja. Dass man diesen Botlane-Gang durchgezogen hat. Man kann jetzt nicht nur den Kill mitnehmen, sondern man wird halt auch eine richtig dicke Wave unter den gegnerischen Turm pushen können. Und kriegt damit halt eine Free Reset Lane. Das kostet Apollo eine ganze Menge. Kurz ein bisschen zu aggressiv gestanden. Der Klassiker, dein Support ist halt kurz unterwegs, um eine Ward zu platzieren. Und du lässt dich halt in dem Moment engagieren. Ah, gut gerochen. Biven. Der bringt natürlich auch genug Erfahrung mit. Er weiß das halt da auf dem Rückweg. Vom Blue Buff halt gerne mal der kinderische Jungler versucht, dich abzufangen. Wie hat man da wieder Hololo? Aphromo war schon auf dem Weg in the Basin und denkt er sich so, ja, okay. Oh. Das hätte Apollo aber sehen können. Dass bei der Salve ein Projektil verschwunden ist, hätte ich ihm da eigentlich schon sagen sollen, dass Aphromo noch immer in dem Busch drin ist. Das stimmt. Also wenn er da perfekt aufpasst, und es ist ja wirklich so, dass halt jede Salve, also jeder Pfeil in dieser Salve, wenn er auf dem Ziel trifft, halt einfach verschwindet. Dann hätte er gesehen, dass im Busch noch eines von diesen Projektilen verschwunden ist und er hätte gewusst, da ist noch jemand im Busch drin. Das ist bitter. Und der Mann hat gesehen, Aphromo will da auch nichts dazu verurteilen lassen. Deswegen gab es erstmal so Exhaust, damit er dann auch sicher trifft, dem Q und dem Autotech dann. Hier die Shockwave, aber man sieht halt, Rio lässt das kalt. Beeindruckend. Ja, aber ich meine zugegebenermaßen, für Biffen hat er auch nur sein Lost Chapter bisher, also der hat er auch noch... Es ist ganz normal so, es ist ganz normal, genau so soll es auch aussehen. Die Frage ist halt bloß, warum man da für so eine Shockwave geht. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht spielt er mit Ultimate Head und möchte seinen Qlan reduzieren. Aber ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, ich spiele er mit Manaflow Band. Wenn ich da eben nicht ganz getäuscht habe. Und das Ultimate hat jetzt schon mal keine Option mehr für ihn. Ansonsten war es vielleicht einfach mal so ein Statement. Vielleicht war ihm einfach langweilig. Er hat sich gesagt, na okay, hauen wir mal die Ult raus. Gehen wir immer noch so ein bisschen Poke-Dimage mit. Kann er uns schaden, damit er ihnen passiert eh nicht viel. So, ja, jetzt versucht er nochmal zu engage. Und Brown Ultimate ist raus und da fehlt noch ein Stack. Zack, da ist es dann. Und der arme Polo Afrobo revanchiert sich quasi für das, was Spiel 1 war. Wo er ihn rausgefokust hat. Jetzt ist es genau umgekehrt. Und die Kills sind halt für Cody's einfach so gut. Mit Caitlyn. Und Caitlyn ist ja einer der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte. So, wenn ein Olaf oder ein Sugar jetzt so Kills bekommen, naja, das bringt dir zum Early-Mit-Game schon noch was. Ist jetzt nicht so, dass es nutzlos ist. Ist sogar eigentlich verdammt stark. Aber auf einem AD-Carry hast du quasi eine Anlage für das gesamte Spiel. Und er ist halt später, ist er der wichtigste Carry im Team. Jetzt gibt es auch noch das Turret-First-Budder. Das ist ein super, super bitter Spiel. In One-On-Thiefs sehr, sehr gut. Auch ärgerlich, dass die Brown Ultimate dann noch getroffen hatte. Ja, das ist ärgerlich. Das war verdammt gut. Du spielst nach Romo. Und jetzt hat sich halt... Ja, aber da war ja der Headbutt noch. Diese eine frühe Gank über die Lane, wo man halt nur die Summoners bekommen hat, aber kein Kill, hat sich im Nachhinein halt sehr böse gerecht. Aber hatte Apollon der Situation Flash wieder ab? Nein, hat er noch nicht gehabt. Ist der erst danach? Okay. Also sonst hätte er ziehen müssen, definitiv. Shockwave, diesmal geflasht hier von Someday. Dann der Taunt rein. Meteos kommt. Man will diesen Herald unbedingt fighten. Meteos ist dran, um übernehmen zu können. Übernimmt hier auch den Herald. Oh, der Arrow, der kam vor der Bot Lane. Aber du kannst nichts draus machen. Ja, für Bööö wird auch noch flashen müssen. Ja. Hat er keine andere Wahl gehabt. Ein bisschen Glück im Unglück. Zumindest stirbt keiner bei Clutch Gaming. Trotz allem kann man den Herald übernehmen. Der geht an Galio. Und dementsprechend wird halt bei Zeiten auch noch einer der Türme wahrscheinlich ein bisschen angeknackst werden. Von Clutch Gaming. Aber auch hier einfach die Shockwave gut eingesetzt. Wird halt geflasht. Er hat halt bis ein Ziel getroffen. Und es ist auch ein bisschen ungünstig für Ryo gelaufen. Der wollte halt mit seinem Dash dort noch Lyra töten. Der halt sein Flash schon auf Coolan hatte. Und dann steht halt ein Nado dazwischen, der ihn abfängt. Und sonst hätte es dann wahrscheinlich sogar noch für den Kill gereicht. 1.000 Gold. One of the Thieves. Jetzt schon vorne nach 11 Minuten. Someday ist da. Da ist ein Farm halt hinten, was zu erwarten ist in diesem Matchup. Ja, aber den Trade hat er gerade mit Hilfe des Turms gewonnen. Da hat sich Solo ein, zwei Tower, schon hat zu viel eingefangen. Da musste sich jetzt hier auch frühe Ninja Tabis entscheiden. Righteous Glory wird diesmal sein absolutes Core-Item sein. Direkt als erstes. Ja, ich meine, was willst du mit dem Kommando-Banner gegen den R? Ja, ist vollkommen vertretbar. Ist halt kein Arpi-Tank. Der das Ding einfach nicht kaputt bekommt. Also auch ein Nado hat seine Problemchen, aber mit dem Bombergang mit dem Auto-Tax kannst du da schon ein bisschen mehr machen, als es halt eben den Sugar, den Orn oder den Shen kann. World of Ages of your Galio fertiggestellt. Es wird nicht die Epsomask-Variante. Was mich persönlich ehrlich gesagt... No, wobei ist es okay. Du hast halt theoretisch nur mehr magische Schaden über Sugar, den es halt noch was bringen würde. Und der kommt eigentlich auch gut selber ohne Epsomask. Ja klar, dann bist du hier ein bisschen aggressiver mit Galio aufgestellt. Ja, davon abgesehen, Galio ja wird ja eher belohnt, wenn er auch tatsächlich AP baut und nicht mehr so tanky, wie das früher der Fall war. Ja, das hat man ja auch mit Absicht so gemacht, dass man da halt einfach mit den Patches das Ganze so ein bisschen umgeschiftet hat und gesagt hat, hey Freund, du kriegst jetzt weniger Base-Damage und kriegst dafür bessere AP-Verwertungen, also bessere Scalings. Oh, der Arrow trifft ihn nicht. Predator auch ausgelöst, aber es war alles real. Das fällt ihm jetzt natürlich nicht schwierig, nicht schwer, wenn er da diesen kleinen... Ist das eigentlich ein Löwen-Predator? Oder? Ist das ein Löwen-Kopf von Predator? Ja. Oder soll das ein Wolf-Kopf sein? Ich denke ein Löwe. Auf jeden Fall ein Raubtier. Ja, das auf jeden Fall. Ich hab das noch nicht drüber nachgedacht. Bei Eri ist es ja ein Fuchs eigentlich. Ich denke mir auch immer, viele ist eine Katze, aber ich hab mich irgendwann mal eines Besseren belehren lassen. Wunderbar, soll Eri nicht eine Vieh sein? Es soll so ein Fuchsgeist sein. Ja. Benefee im Deutschen im Übrigen. Ja, gut. Wolf. Ist es tatsächlich ein Wolf? Das erinnert mich ein bisschen bei Game of Thrones an dieses Wappen der Starks. Deshalb dachte ich jetzt auch, dass es ein Wolf sein könnte. Ja, das stimmt. Für den Löwen fehlt halt so ein bisschen die Mähne, ne? Bist du jetzt so da an den Bildschirm angegangen, um zu gucken, ob es wirklich wie ein Wolf aussieht? Ist das dein Ernst, Mori? Ja. Wir müssen das natürlich untersuchen. Ja, wir stehen ja hier, das Kuh in Summers Inn steht ja auch für Qualität. Da muss der Mori das erstmal genau prüfen. Glaubst du dem Twitch-Chat nicht? Also ich vertraue unserem Twitch-Chat. Ich vertraue dem Twitch-Chat. Am 1. April ganz besonders. Naja, der mittlere Turm, der wurde jetzt vom Haralds ein bisschen unter Druck gesetzt. Man konnte ihn aber halten. Er wird jetzt natürlich mit der nächsten großen Wave, die man da nicht mehr abwehren kann, dann auch fallen. Aber zumindest fürs Erste ist der Harald halt nicht mit dem Turm gleichzusetzen, was immer schon ganz gut ist. Du hast ja auch, auch als Haralds, die halt deutlich mehr wirklich noch bringen an Ponos. Und da kann man glaube ich damit nehmen, wenn man lediglich halt diesen einen Charge durchkommen lassen muss. Laneswap hier auch initiiert. Vor allem, wir haben nur noch eine Dreiviertelstunde 1. April. Ich finde das richtig gut. Dieser 1. April ist so richtig an mir vorbeigegangen. Hast du deshalb so viele schlechte April-Scherze vorhin gemacht? Welchen denn? Was hast du vorher noch gesagt? Ganz zum Anfang hast du irgendeinen schlechten Witz gemacht? Oder hast du versucht, mit April-April rauszureden? Merkste? Ganz am Anfang hast du einen schlechten Witz gemacht. Das mache ich an jedem Tag, nicht nur am 1. April. Das ist richtig, aber da war quasi der 1. April deine Ausrede dafür. Das war einfach nur mein Escape. Es war wahrscheinlich so, dass ich es gleich verdrängt habe. Das ist besser so. Wenn ich irgendwann mal meinen Abreißkalender mit jeden Tag einen schlechten Spruch habe, als Merch, dann kriegst du auf jeden Fall nichts im Klar. Also mein Favorit ist immer noch, das war ja so knapp wie so das Gehaltscheck. Das ist glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall der schönste Spruch. Ich muss mir mal so eine Top-Ten-Liste anlegen. Wie gesagt, Kalender, Abreißkalender, 365 Sprüche. 365 ist mir zu viel, Mori. Da kriege ich ja, da muss mein Hirn der Mus danach. Deswegen sollst du ja auch jeden Tag nur ein Kalenderblatt abreißen. Das ist ja der Kalender. Ja, aber wenn ich die selber aufschreiben muss, das halte ich ja nicht aus. Musst du ja nicht. Du kriegst ja auch. Nee, erst wenn du den machst. Ich meine ja bloß, wenn ich eine Top-Ten-Liste mache. So, Nash-Heads Braum-Ultimate. Jetzt der Stun, aber da gibt es einen Knock-Up. Shockwave, Cody-Sun ist down. Hatte keine Chance mehr zu flashen und da müssen sich Warner Thieves zurückziehen. Also, dass Cody-Sun da stirbt, ändert natürlich komplett alles. Es ist okay. Nash-Header ist also kein Kill, der jetzt wirklich dramatisch hier mit reinwirkt. Aber es war halt extrem gut ein Spiel. Also Lyra, der halt einfach direkt dort übers Braum-Ultimate rüberflasht und sich halt einfach nur in Articary krallt. Und danach war es halt vorbei. Cody-Sun hat halt halt nichts. Er hat keinen QSS, um sich da zu verteidigen. Wird einfach in alle gegnerischen Spells reingezogen. Der Arrow trifft, die Shockwave trifft und dann hast du halt zu dem Zeitpunkt als Articary halt wirklich gar keine Überlebenschance mehr. Ja, und dann merkst du das. So, hier das Arrow rein. Braum-Ultimate kommt und er flasht halt direkt durch. Zieht ihn nach oben in den Ash-Arrow mit rein. Galio-Ultimate kommt zwar mit dazu, aber den kann man halt einfach nicht mehr verteidigen. No Chance. Auch gute Entscheidung, dass Shogart hier seinen Teleport mal abbricht. Alle anderen kommen halt zumindest raus. Und Shogart hat damit halt eine Zeit lang später einen Teleport-Vorteil. Man sieht halt den direkten Vergleich. Ne, Unterschied Solo und Summer sind beide gleichzeitig geportet. Summer hat seinen abgebrochen und hat halt ein bisschen cooler und wieder erstattet bekommen. Ja, aber da merkst du halt auch einfach, da braucht Cody-Sun gerade gegen den Scanner eine Quakes-Überscherpe und das möglichst schnell. Vielleicht sogar noch vor dem Set X. Was hat da einer geschrieben? Das Beste war, so viele Tentakel. Da wurde jedes Anime-Mädchen neig... Okay, da will ich eine Challenge draus machen. Ich meine, in meinem Gedächtnis ist es voll schlecht, aber... Die besten Mori-Spräche... Jetzt zählt uns mal bitte die besten, schlechtesten Mori-Witze auf, die ihr diesen Split in allen Splits bisher gehört habt. Da bin ich immer gespannt, was Mori schon so alles rausgeballert hat. Aus fast zehn Jahren Casting, ja? Da kommt einiges zusammen. Jetzt kommen die Highlights. Mhm. Die meisten können sich doch nicht mal an die Anfänge erinnern, als die Sprüche noch schlechter waren. Das ist aber immer tagesformabhängig. Weißt du, ich mich noch sehr gut erinnern kann, wo ich damals lachen musste, als wir... Siehst du, du findest sie auch witzig. ... als wir Loot für die Welt hier hatten. Ah, ja. Und wir eine gewisse YouTuberin hier zu Gast auch hatten, mit der du gekocht hast. Ah, ja. Und die irgendwann schon ziemlich pissig zu sein schien, weil Mori die ganze Zeit beim Kochen die sexistischen Mütze gemacht hat. Hä, das war Spaß. Ja. Natürlich war das Spaß. Das Brawl-Ult ist ja auch nur Spaß. Und da gibt's die geil-Ultimate-Däger und der Dive natürlich. Zack, die Shockwave 2, aber für Wilben muss dir trotzdem dran glauben. Aphromo ist low zwar, Stun jetzt auch noch mal zur Stelle und der Jump. Oh, was ein chaotischer Fight hier. Das war nicht so gut von One of Thieves tatsächlich, wie sie sich das gedacht haben. Ja, der Tum ist halt doch so ein bisschen, der ist schon gefährlich. Man sollte ihn auf jeden Fall nicht ignorieren. Der Anfang war nicht schlecht, aber für Wilben hat er halt sehr lange überlebt, aufgrund der Läuterung, die er halt noch gut einsetzen konnte, um sich vom CC zu befreien. Die Shockwave hat noch mit einem Leben rausbekommen, aber es ist egal. Sie kam durch und hat mit dem CC und dem Schaden halt auch schon mal gut Zeit gekauft. Und insgesamt, tausch mal 1 zu 2 und kriegt einen Drake um rauf. Also für Klatschgaming war das eher so ein bisschen in ihre Hände gespielt. Oh, es haben wir den Stil hin. Schön mit der Knalle erbste rein. Alter, so lange tue ich ja. Oh, fresh raus. Someday ist der Mann hier. Oder der Dino in dem Fall. Den Snack gönnt er sich. Es ist ja ein Dino. Also mit dem es gibt es ja eigentlich einen Transformer, wenn man es möchte. So der in Gage sah halt eigentlich ganz gut aus. Man hat für Büffel halt direkt bekommen. Jetzt kommt halt die Brompassive durch, Deutung von dem eingesetzt, aber hier die Schockweife. Und dass die wieder durchkommen, hat ihm halt nochmal so eine halbe bis ganze Sekunde erkauft und der Turm ist halt irgendwann nicht mehr zu tanken gewesen. Und danach zieht man halt mit dem Scanner Ultimate Beatle erst nochmal direkt rein und hat halt einen 2 zu 1 Tausch draus gemacht. Man muss dazu sagen, dass halt Apollo nicht mehr da war. Apollo war halt die ganze Zeit auf der Top-Lane und hatte halt keine Chance darauf einzuwirken. Ja gut, aber dafür hast du den Turm an deiner Seite. Ja, das ist halt der Punkt. Da merkt man halt auch, wie vorsichtig man sein muss. Ein guter Dive geht halt schnell. Ja, wenn nicht, dann böller der Turm rein. So, jetzt haben wir jetzt dabei, diese schönen Basal-Nummer anzunehmen. Man muss ja farmtechnisch auch ein bisschen aufholen. Das stimmt. Da tut ihm halt so eine große Wave auf jeden Fall nicht verkehrt. Es ist vollkommen verkraftbar, dass er halt hinten ist im Farm. Das Narmatschap ist sehr unangenehm für ihn. Du musst halt schon gerade ein bisschen mehr erdulden und ein bisschen mehr geduldig sein. Und da kann man ehrlich gesagt 20 CS vollkommen verkraften. Und letzten Endes hat er ja gerade einen Drag gesteilt. Ja. War der Zweite für One and a Half Thieves. Also sie sind auch, was Drachenkontrolle heute am ganzen Tag angeht, immer am Anfang deutlich vorne. Geht dann halt irgendwie hinterher immer wieder so ein bisschen was auf, was sie gar nicht müssten. Ja, auch hier zum Teil. Also deutlich zu. Das Risiko, die Shockwave von Verwiven konnte von Cody Sun einfach entlaufen werden und jetzt versucht man hier diesen Turm unter Druck zu setzen. Das sollte auch gelingen. So ohne Shockwave können sich da mehr erlauben. Da können sie ja viel aggressiver stehen. Verwiven wird noch mal ganz kurz so ein bisschen Zone-Videos. Der hat halt etwas Entreddler aktiviert. Er hat auch mit dem Mobi-Boot, anhandlich vollständig Mobi-Boot, mit dem Ionix zusammen. Wird sie ja immer früh ausbauen auf Olaf, um halt einfach auch den Zammler-Coolan zu reduzieren. Bist du halt so schnell unterwegs. Aber da ist Aphromo und der jumpt jetzt einfach mal zurück. Ultimate von ihm, aber da kommt der Stachel von Scana und bohrt sich hier in sein Fleisch und Verwiven sagt Danke. Den Kilo hole ich mir. Das war ein sehr schöner Engage. Aphromo hat kein Flash gehabt. Erläuterung war glaube ich auch noch kurz auf Cooldown. Er versucht da noch mit seinem E rauszuspringen. Ja. Was auch gar nicht so schlecht funktioniert hat. Also er konnte halt HQs Kombo so teilweise sage ich mal parieren. Aber dann kann man doch noch zu viel CC hinterher. Aber dafür ist er halt nicht tanken genug, um halt alleine gegen sowas standhalten zu können. Galio war halt noch nicht ganz eine Reichweite, um direkt sein UL nutzen zu können. Aber jetzt kann man sich rechnen. Schön wie das Steak auf dem Speiseplan. Fastenzeit ist vorbei. Kinders Ostern ist oder hat er schön die Kuh geschlachtet. Oh, ich habe heute auch ein schönes Steakstudent. Das glaube ich. Schöne Maredo. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Den Nash ja natürlich mit dem Sugar zusammen. Auf jeden Fall eine Option. Aber muss aber forstlich sein. Na ist er gerade in der Megaform. Teleport ist unterwegs. Auf beiden Seiten. Galio holt sich nicht mehr lange. Gleich wieder flauschig. Da ist er. Jetzt in der flauschig Form. Aphromo ist da. Schild nach oben. Rio von hinten rein. Schöner Taunt da. Mit dem Flash rein. Apollo. Da kommt es ganz dick. Aber den Shockwave trifft verdammt gut. Der Arrow. Jetzt vielleicht der Ringage. Goldie Sun. Jawohl. Klatsch Gaming ist unterwegs und die räumen hier komplett nochmal auf. Das ist besser wie so eine Ustereier-Suche. Einen nach dem anderen können sie sich hier aufsammeln. Und jetzt noch den Barren oben drauf. Ah, schön weggeklatscht haben sie da. Ja. Klatsch Gaming. Sag den Namen schon. Schön, dass das noch mal betont. hast. Ich dachte schon, das kann vielleicht so was wie, Mensch, der war mal schlecht. Nee, das ist mein Humor. Das heißt doch. Sehr schön. Gut, der ist schon mal jetzt auch immer safe. Das ist natürlich zu erwarten, wenn du halt drei Kills so einfach abräumen kannst. Haku, der Einzige, der hat letztendlich gestorben ist, das kann man verkraften. Dafür halt ordentlich was um drauf bekommen. Und hier sehen wir es nochmal. Die Ausgangssituation sah eigentlich ganz gut aus, gerade auch durch die Überzahl für One-Hunt-Thieves. Aber Alistair, der Respawns hat danach nochmal. Und gerade auch die Situation ist so gut, ne? Rio kommt halt, kann halt alleine alle betonen, da kommt die drei Mann Shockwave, setzt halt alles super low auf, die Arrow trifft halt nochmal zwei Ziele, die halt super low waren, kann halt ein davon stun, und nahe räumt dann halt einfach auf mit den anderen beiden, die halt nach oben versuchen, irgendwie rauszukommen. Das ist das hier auf jeden Fall bombastisch stark gewesen. Rio hat zwar einen guten Engage gefunden, ist full life reingegangen und auch full life wieder rausgekommen, aber es bringt mir alles nichts. Sein Team ist gestorben, den Asher kann er halt alleine nicht verteidigen. Sehr, sehr ärgerlich. Aber gut gespielt von Clutch Gaming, dass Bob Wivner die Ruhe hat und die Shockwave halt so gut platzieren kann. Ich sag ja, ich rate ihn nicht umsonst unter meine Top-3-Mitlane aktuellen, ey. Die Europäer, die sind halt einfach in der Midlane Besten. Ja, nimmst du Powerweeple, dazu hast du Top-4. Ich find halt auch so witzig, dass halt wirklich, also EU ist halt so eine kleine Talentschmiede für die Midlane, dann hab ich das Gefühl. Für NAACS auf jeden Fall. Ja, auch allgemein. Also ich hab auch so das Gefühl, NAACS, wir nehmen einfach die besten Spieler aus EU und aus Korea, um ein Team zu bekommen, was dann gegen die EU ausscheidet bei The Worlds. Also ich find halt auch, was Midlane angeht, braucht sich Europa auch gar nicht schämen. Also selbst Weltball können die europäischen Midlane halt sehr, sehr gut mithalten. Da sind ja halt nicht um viel hinterher, aber die Mitglieder sind halt auch so, meiner Meinung nach zumindest, das Beste, was man so zu bieten hat. Top-Lane zum Beispiel, finde ich, sind die Defizite teilweise gigantisch. Und Jungle halt auch, ne? Diese ganzen Wards. Wie viele sind das jetzt? 5, 6, 7 Wards in einem Busch. Die ganzen Zombie-Wards, die da entstehen. Ja, das ist die Zombie-Apokalypse, startet mit diesem Busch hier. Und ja, hier wird's auch apokalyptisch. Schön nochmal, die Scanner-Ultimate, Turm fällt. Hier gibt's hier allerdings den Knock-Up und diesmal 100 Thieves wird reengaged. Galio-Ultimate, zack, rein. Reicht das nochmal, ist die Frage. HQ versucht da rauszukommen, aber da gibt's den nächsten Kill, Double Kill für Someday und man merkt schon, Wer Dive verliert hier das Spiel. 4 Kills bekommen, keinen abgegeben, 100 Thieves jetzt unterwegs, dieses Spiel komplett zu drehen. Da kann man mal knatschen. Lyra hat gerade den Galio... Der Klatsch ist auch doppelt. Ist wirklich, Lyra hat den Galio ins eigene Team gezogen, wo halt keine Läuterung bei Ori da ist, kein Flash bei den eigenen Immobilien-Carries und Galio kann einfach mal seine ganze Combo vor Free landen. Tja, danke. Danke, Lyra. Ah. Das war jetzt auf jeden Fall... Der Nashor ist damit halt komplett für die Katzen. Das wird komplett gewastet worden. Teil einer bleibt auch übrig, aber du müsstest halt jetzt nicht mehr so viel mit dem Nashor bekommen können. Musstest halt viele Leute aufgeben und da ist natürlich einfach... Diese Mid-Game-Tanks sind halt ultra stark. Du kriegst hier halt schlecht klein, sie haben halt trotzdem noch einen guten Schaden. Aber guck dir das mal an. Und dann Mithias wartet hinten einfach. Er wird sogar gesehen. Und jetzt will man halt selber für den Dive gehen und Lyra nimmt halt einfach... Sie nehmen halt Galio. Der kann halt hier seinen Taunt aktivieren und er zieht ihn halt mit den Taunt. Zieht er sie in beide Carries rein. Eieieiei, du. So Apollo wird dann halt hinten einfach von Olaf auseinandergenommen, wo man auch wusste, dass Olaf halt im Rücken drinsteht. Das Bittere war auch, die Shockwave ging nicht mehr durch, weil er zu schnell gestorben war. Er war halt im Shane CC. Aber da muss ich auch sagen, was wir machen. Er hat keine Läuterung, er hat keinen Flash und Skana setzt ihm halt einen Galio, der gerade seinen Taunt auflädt, mitten ins Gesicht. Ah. Haben wir einfach nicht gesehen. Ist nicht passiert. Manchmal ist es halt besser, seinen Stachel so ein bisschen in den Zaum zu halten, als... Wow, Mori. Ich rede von Skana. Und du? Ja, ja, ich sag ja. Wow, da hast du vollkommen recht, Mori. Danke. Ich setze das auf meiner Top-20-Liste, bitte. Echt? So schlecht war der ja gar nicht. Okay. Twitch-Chat, wir machen jetzt eine Abstimmung. Wer findet, dass der Witz schlecht war, darf jetzt bitte einmal Ja in den Chat spammen. Wer findet, dass der Witz kreis war... Ja, er war schlecht, aber nicht so schlecht, dass er es in die Top-20 schafft. Okay, wer findet, dass der Witz sehr schlecht war, der schreibt ein Ja-Ja in den Chat mit rein. Hä? Und was... Die Leuten, die es gefallen hat und die mehr davon wollen, schreiben Kappa in den Chat, damit man es auch sieht. Da kommt kein Kappa. Schade. Ich mach trotzdem weiter damit. Sehr gut. Guck mal, da ist eins, Mori. Sehr schön. Ein Feld. Oh, oh, jetzt kommen sie. Ja, wir müssen den Delay abwarten halt. Siehste, guck mal. Da kommen sie alle. Die vermehren sich. Die kommen alle mit Kappa. Siehste? Eis. Ich nehme alles zurück. Es war ein brillanter Witz. Großartig. Es war ein Witz der Königsklasse, Mori. Weiß ich doch. Sehr schön. Was meinst du, warum die Leute überhaupt einschalten? Wegen Stachelwitzen. Zum Beispiel. Auf jeden Fall. Schöner Fünftklässler Humor. Da hat auch der Humor bei mir aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Das war der Fünftklässler, das war halt eher so, glaube ich, deine Mutterwitze oder sowas gerade angesagt. Ich verknallte jetzt gerade einiges, aber... Also, weil du jetzt noch so einen Mutterwitz rausgehauen hattest, Mori, dann wäre aber Schicht im Schacht. Ja. Das wäre unter der Gütelinie gewesen. So oder so, allerdings Wonder Thieves wieder komplett im Spiel tatsächlich. Das Spiel alles offen, 4 zu 3 in Türmen. Auch im Gold ist man sehr ausgeglichen. Was Wonder Thieves allerdings für sich hat, sind die drei Drachen. Sehr schön. Die drei Drachen sind natürlich eine gute zusätzliche Winning-Kondition. So, jetzt die Brown-Multimate. Shockwave tritt allerdings ab und dadurch trifft auch hier der Arrow nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Shockwave erlege ich den Sidestep für den Arrow. Das hat Cody so gut gespielt, dass er da wirklich schnell rauskommt und die Shockwave da halt vermeiden kann. Er musste zwar Flash und Heal zünden, aber das war es wert. Lara hat auch kein Flash mehr. Das wird dauern. Galio war halt leider nicht in Reichweite. Und das sind halt immer noch so... Das sind so wichtige... Guck mal, die haben vier Ultimates jetzt auf Cooldown. Aber es geht nach wie vor nach dem Motto, wenn Ryo splitten geht, engage'n wir einfach. Also das ist halt so dieser größte Fehler, den wir noch mal machen. Jedes Mal wieder, dass Ryo halt nicht in Reichweite ist, um halt direkt reagieren zu können. Und dann kommt der engage und das wird halt knapp. So, hier ist man gerade noch mal so dem Toten davon entkommen, aber letztendlich muss es halt nach V3 Summoners aktivieren, die jetzt erstmal fehlen. Also man sollte hier glaube ich mehr aufpassen, wie und wann man Ryo halt wirklich auf die Sideline positionieren kann. Klar, er ist mit dem Ultimate schnell da, aber selbst mit dem Ult hat er hier gerade keine Möglichkeit gehabt, einzugreifen. Und das war auch im letzten Game halt so ein großer Fehler. So sehr oft, wenn er mit Dryside irgendwo alleine unterwegs war, kam halt der engage, bam, zack. Und vorbei war das Ganze. Wirklich, hier sollte man vielleicht sogar in der Winklung ziehen, halt selber mal den engage zu suchen. Und auch das Galio-Ultimate vielleicht mal ein bisschen aggressiver einzusetzen. Ja, vor allem gerade in dem Moment, wo alles noch auf Cooldown gewesen ist, wäre es nett gewesen. Jetzt allerdings hat man die Ultimates wieder zur Verfügung seitens Clutch Gaming. So, Solo ist gleich dabei in die Mega-Form zu wechseln. Boah, das sind wieder viele Wards bestellt worden. Ja, gut, sie müssen damit arbeiten. Klar. Der Baron ist live und du kannst es nicht machen. Oh, Solo, guter Sidestep. Kommt ja aber nicht ganz an der Falle vorbei. Der wird gleich in der Mega-Nachform sein. Das heißt, da muss Warner Thieves jetzt wieder abwarten, bis er sich da wieder beruhigt. Ja, runterkommt. Ach, der ist so wütend, der schmeißt den nochmal mit dem Stein. So, in der Zwischenzeit ist er hier wieder auf der Side-Lane. Altbekanntes Spiel. Das ist halt auch der Grund, warum man jetzt schlechten Richtung Bot-Lane zum Beispiel pushen kann. Zum einen Nasher. Zum anderen kann halt Rio selber auch nicht Bot-Lane-Spit-Pushen gehen, weil halt seine Ultimate-Reichweite trotzdem begrenzt ist. Ja, aber es ist trotzdem gut für Warner Thieves, weil die Bot-Lane ist ein Slow-Push für Warner Thieves. Ja, ja, das auf jeden Fall. Die Lanes kontrollieren sie da gerade ganz gut mit den Masalen. Das läuft für sie. Der nächste Drake wird auch nochmal Mountain-Drake sein. Der könnte natürlich interessant sein. Also einen hat ja Warner Thieves schon und sie sind auch gerade mit ihrer Konstellation halt nicht in der Lage halt sehr schnell den Nash zu rushen, weil ihnen dafür halt einfach der Damage auf dem Midlane erfehlt. Aber diesmal haben wir dafür die Bergdrechen mit dem Spiel. Aber bisher will jetzt, also Warner Thieves will jetzt eigentlich nur Clutch Gaming an sich binden, damit die große Bot-Lane-Wave da am Turm zerschellt und diesen im Idealfall sogar mitnimmt. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Ich glaube, das reicht, oder? Das sind eine Menge Caster-Minions, die da alle drauf reinböllern. Und zwei Cannon-Minions mit dazu, so ein Slow-Push, der irritiert sich hier auf jeden Fall. Ja, das ist der Turm. So schnell kann das Ganze gehen. In so einer Situation brauchen sie halt Real auch nicht mehr einen Split-Push lassen. Sie haben halt oben auch noch den Slow-Push auf der Top-Lane, auch wieder einen riesigen, gigantischen Wave und können sich halt einfach nur Zeit lassen. Real bleibt so lange eine Reichweite vom Team. Es kann nichts geschehen. Solo ist jetzt auch wieder flauschig. Das heißt, jetzt wäre wieder ein guter Zeitpunkt zum Kämpfen. Man steht da einfach mal im Gebüsch. Meteos kommt wieder zu. Vip-Heven sehr weit vorne. Flash da weg. Das war mega gefährlich. Er sollte nicht der Erste sein, der da nach vorne läuft. Vor allen Dingen ist halt One-Hunt-Thiefs gerade in der Situation, sie müssen gar nicht kämpfen. Nö. Sie können immer noch Zeit lassen. Zurück lassen. Weiterhin die beiden Sidelines alle im gemütlichen Slow-Push. Und wenn der Gegend jetzt umverteidigen geht, können sie halt in Richtung Bergdraher gehen. Das machen sie auch gerade, um sich den da eventuell noch mitnehmen zu können. Die Wind-Wave kommt jetzt obisch am Ellipteral wirklich an und macht auch da natürlich Spaß. Ja, aber das nutzt man jetzt aus. Meteos jetzt in aller Ruhe holt sich dadurch den Drachen. Der war schon die ganze Zeit immer mal wieder weg. Das heißt, da spürt man wenig Verdacht schöpfen. Und selbst wenn, hast du auf der anderen Seite immer noch den Choker, der halt auch sehr gut stilen kann. Den Turm an. So, der ist jetzt schon auf dem Drittel Leben runter. Wahrscheinlich sogar niedriger. Man kann immer noch nicht den Turm verteidigen. Ja. So langsam muss man sich da vielleicht überlegen, ob man den Turm da überhaupt verteidigen möchte anscheinend. Das ist ganz, ganz großes Kluftschach hier von One of the Thieves. Drache bekommen, Turm, die bekommen gerade alles. Was ist denn da los? Haben wir den Ostern oder was? Da gibt es so viele Geschenke hier. Also ich habe nichts zu Ostern bekommen. Das fand ich jetzt gemein. Tja, Eis. Da denkt man drüber nach, ob du das auch wirklich verdient hattest. Oh Mann, muss man sich zu Ostern was verdienen? Tja. Ich dachte immer, das ist halt eher so Nächsten-Diebe und so. Man muss halt Eier finden, weißt du, wenn du deine nicht findest. Die Vorlage war zu gut. Das hast du dich komplett selber eingeworkt. Sehr gut. Den wäre ich jetzt viel zu riskant. Oh, jetzt Rio im Taunt da vorne mit HQ. Wer ist der Stachel gegen Someday? Der Tank allerdings eine ganze Menge. Cody Sun kann in Ruhe schon damage machen. Wird hier mit dem Headblatt weggegelt. Muss jetzt erst den Kampf wieder rein. Rio gerade nochmal in der Stopwatch. Jetzt kommt Cody Sun mit dazu. Die Frage ist, wird das Ganze reicher? Die Shockwave trifft nur Afromo. Und jetzt geht HQ rein. Der Knock-Up, aber der Damage ist da. Und jetzt kann Someday von hinten nochmal rein. Wupp, der Knock-Up hier. Schön nochmal die Ash vernascht. Und für Biffen keine Chance. Das sollte es jetzt sein für One of Thieves. Ja, da hat sich halt Clutch Gaming in eine ziemlich ausweglose Situation manövriert. Erst die schlechte Sideline-Kontrolle von ihrer Seite aus. Danach hat man halt komplett getunnelt, hat halt den Top-Endturm auch in Ruhe gelassen. Der ist fast, der Bot-Endturm, Entschuldigung, der ist fast gefallen. Man war geforst, halt was zu unternehmen und hat halt probiert um den Nashor herumzuspielen und mit dem Nashor halt, den können sie nicht abholen, einfach nur weil der Shogart halt im Spiel ist und ihn halt einfach easy peasy mobsen kann mit dem Smile vom gegnerischen Juggerlatt zusammen. Der auch nicht massizid werden kann, weil er halt nur ein Olaf ist und sie müssen halt in diesen Team weiter reingehen. Sie haben jetzt einfach eine Situation kreiert, wo sie kämpfen müssen. Der Anfang sah auch gar nicht schlecht aus, aber hier einfach wieder der Shogart. Was Shogart da alles tankt? Na, da kann so ein bisschen Zone mit seinem Ultimate, dann kommt das Gali-Ultimate für den Shogart dazu und nur mit zwei Tanks können sie halt vier Leute im Zaum halten. Haku muss sich zurückziehen, alle Carries sind halt doch ganz gut mit dabei. Cody-Sun, der kann halt machen, was er möchte, ist hier auch nochmal in der Lage, der Shockwave auszuweichen. Ansonsten hätte das Ganze vielleicht auch anders aussehen können. Dann kommt ein eigentlich grandioser Re-Engage von Haku, aber mit wenig Follow-up von oben halt immer noch Someday eine Bedrohung darstellt, Flash nochmal rein, gehört sich direkt Apollo, verbüffend ist im Knock-up und man kann sie halt beide abholen als Carries. Und das ist jetzt glaube ich auch so die entscheidende Phase gewesen. So, wer hat den längsten, in dem Fall für Bippen mit 5.000? Boah, jetzt ist es aber gut, ne? Damage-Grafen! Du machst aber auch aus allem eine Schweinerei hier. Obwohl, ich hab bloß gesagt, das ist doch mal gut. Ja? Was du da jetzt wieder reininterpretierst? Du hast da angefangen, mich zu maßregeln, Junge. Was soll ich denn sagen? Ich muss dich ja irgendwann mal hier die Grenzen halten. Wenn Franz das wieder alles hört, ne? Der applaudiert. Wahrscheinlich schon. So, Turm, halbe Leben schon mal weg. Worteil-Turm ist Geschichte. So, du Flausch, ich kann da relativ wenig machen. Allerdings, das Kommando bei der Minion, das ist kein Problem für ihn. Ja, kam ein bisschen später, aber es kam wieder mit. War auch mit dem Nash-Baff zusammen nicht ungefährlich. Der Endip hat schon drittes Leben verloren. Man will natürlich erst mal die Türme haben. Wenn du erst mal vorgeteilt bist, die Endips kannst du halt immer noch nehmen, aber die Türme sind so ein bisschen der Knackpunkt. Der Ball wird auch schon mal platziert, um eine potenzielle Shockwave landen zu können, aber man kann diesen Turm einfach nicht verteidigen. Zwei Bergdrachen helfen natürlich auch, so einen Turm schnell einreißen zu können. Solo jetzt wieder dabei groß zu werden, aber ich glaube, ein Teamfight ist halt sau schwierig mitzunehmen. Sie müssen Caitlyn kriegen. Kriegen Sie Cody Sun? Können Sie so ein Teamfight wirklich gut gewinnen? Aber Cody Sun hat so eine starke Frontline. Das sagt sich immer so einfach. Einfach in AD Carry fokussieren. Aber Worte sind halt nicht alles. Der muss ja auch erst mal so ungünstig stehen, dass du ihn halt einfach abholen kannst. Und guck mal, Cody Sun steht da halt einfach ganz hinten. Wir haben sich natürlich auch keinen Fehler zu Schulden kommen lassen. Solo wieder flauschig. Das heißt, das ist nochmal deutlich schwieriger geworden, da einen Teamfight zu nehmen. One of the Thieves nutzt diese Stärkephase halt sehr, sehr gut aus. Machen immer mal wieder ein bisschen Schaden an den Inhibitor. Haben noch eine Minute den Baron auf ihrer Seite. So eine Kanone, die böllert. Und Clutch Gaming. Naja, die können dann nur zuschauen, wie Inhibitor immer weiter Schaden nimmt. Der Botlane Inhibitor ist auch offen. Toplane immerhin. Slowpush für Clutch Gaming. Bei dessen werden hier immer mal wieder so Cade den Traps platziert. Ja, so, du musst jetzt wieder seine Wut aufbauen. Würde nicht reichen, um diesen Interview zu verteidigen. Das auf keinen Fall. Der Nash ist immer noch da. Der Buff hält halt noch seine 30 Sekunden. Das heißt, auch der zweite Inhibitor ist schwierig. Und der Nash-Buff gibt ja mittlerweile auch gute Stats. So, das ist halt nicht mehr so wie früher, dass er die halt so ein bisschen Regulation gibt, aber vor allen Dingen halt eine Minion-Buff. Nein, er gibt jetzt auch den einzelnen Champions halt nochmal ordentlich Power. Das sind halt auch die nächsten 20 Sekunden, die halt ein bisschen gefährlicher sind. Nach den 20 Sekunden können sie sich halt überleben, was sie machen. Aber sie haben jetzt wieder einen Nah, der klein geworden ist. Und damit halt viel, viel schlechtere Karten tief weit reinzugehen, verlieren den zweiten Inhibitor. Und jetzt können sich Warnham Thieves einfach in Ruhe zurückziehen, resetten. Die Toplane, die halt, wo kann ich auch gerade ziemlich hart gegen sich pushen und herauspushen und können halt Richtung letzter, dritter Inhibitor dort pushen. Ja, eine Minute dann auch, bis der Andrache da ist. Und wenn man sich so die Elementardrachen anschaut, dann ist das eine super Ausgangslage für Warnham Thieves. Sind im Gegensatz zu Clutch Gaming auch rechtzeitig da, um diesen Slowpush da aufzulösen. Rio freut sich. Nochmal schön extra Gold. 3.800 Gold Baron Powerplay. 6.000 Gold sind sie vorne. Das ist ein sehr angenehmes Polster. Inzwischen auch Cody's dann fast schon Full-Item-Build. Kann auch den Last Whisper einmal upgraden. Aber dann war es das auch schon. Okay, sie gehen nicht direkt auf die Top-Lane, lassen da schon mal Galil so ein bisschen das Ganze anpushen, versuchen halt die Wave wieder einen Slowpush reinzubringen. Ja, ich meine, der Andrache ist halt gleich live. Also da will man hier auch nichts mehr anbrennen lassen. Die haben halt vier Drakes und der Gegner hat nicht einen Drake. Da ist halt der Elder-Drag ziemlich viel wert. Und wie gesagt, was die Late-Game-Scatings angeht, ist es nicht ganz so einfach für One-Hunt-Thieves. Aber auch erst im absoluten Late-Game, da fehlen ja noch ein paar Items dazwischen. Aber ein potenzieller zweiter Elder-Drag auch sollte halt die ganze Sache hier zu 99,9% entscheiden können. Gerade wenn du halt vorher schon vier andere Drakes bekommen hast. Wenn es denn überhaupt zu weit kommt, da muss ich Touch Gaming jetzt auch erst mal bewähren. 6000 Gold ist auf jeden Fall kein Zugerschlecken an Rückstand, ist aber immer noch machbar. Oh, der Arrow. Oh, schilft nicht. Solos gerade bei groß zu werden, kassiert hier aber auch ganz schön was an Schaden. Das ist halt jetzt auch eine Variante von Galil. Das sind ja dann Wachstumsschmerzen. Das ist halt wirklich gar keine Defensivvariante mehr von Galil. Das ist halt wirklich eine Full-AP-Variante. Mit Death-Cap bedroht, mit einem Stunden-Last. Und auch mit einem Void-Step mit dem Lernstab als nächstes. Und das tut ja natürlich auch mit einem Solo weh, der halt noch nicht so viel Magieresistenzen hat. Ist jetzt dabei halt ein paar mehr aufzubauen. Aber das dauert halt seine Zeit. So, sie trappen jetzt für den Ender-Break. Schön nochmal einen mitgegeben, weil Solo dann die Trap ist. Oh, und sie können sich halt wirklich Zeit lassen. Jedes Mal, wenn der Gegner rankommt, wieder ein bisschen poken. Ja, und einfach wieder alle Lanes, die pushen. Die Top-Lane auch, der Slow-Push. Also da, schön noch diese Straßensperre aufgebaut. Klatsch-Gaming. Schaut einfach nur zu. Ungläubig. Das ist ja eine riesen Karawane. Ja, und diese Karawane wird er nicht weiterziehen. Egal, wie viel Durst der Sultan hat. Michas wird da hinten so ein bisschen in den Kampf involviert mit der HQ. Muss jetzt außen rumlaufen. So, jetzt der Fall's Sunday. Guckt dir die Balken an. Jetzt geht's nochmal in den Fight rein. Solo in der Mega-Ner-Form. Versucht dann natürlich was zu machen. Allerdings, Cody Sun ist safe und kann hier die ganze Zeit böllern. Und da wird hier richtig eins abgefackelt. Shutdown ist da. Und One-Ner-Thieves laufen hier den Sieg entgegen wie der Apple-Jünger dem iPhone. Klatsch-Gaming. Keine Chance. Werden hier komplett überrannt. Da gibt's den Telefort in die Base. Und das war's jetzt. So einfach kann's gehen. Den Elder Drake auch noch um rauf bekommen. Der ist zwar groß und dick, aber den kriegt Sammler ja trotzdem in seinen Mund mit rein. Einfach noch ein Vieh-Stack geholt als kleines Sahnehäufchen um rauf. Man beendet das Spiel. Portet in Richtung Nexus und hat damit erstmal die Ein-Punkte-Führung. Ja, 2 zu 1 waren hier das beste Team. Gar keine Frage. Haben's auch sehr überlebt gespielt. Sehr viel kontrollierter noch. Also da merkt man, da hat man sicherlich aus dem Spiel davor so ein bisschen gelernt tatsächlich. Naja, sie haben's halt, ich find, sie haben's halt gut im Game angepasst. Sie haben sich halt so ein bisschen reingespielt, haben sich halt die Drake-Kontrolle aufgebaut, wie im vorigen Game auch schon, sind diesmal aber auch bei der Drake-Kontrolle geblieben und letzten Endes konnten sie halt über die Drachen auch viel, viel Druck aufbauen. Plus, sie hatten wirklich eine grandiose Sideline-Kontrolle und an der Stelle, wo halt dieser Nasher Kampf losgeht und der Gegner gezwungen ist, diesen Nasher jetzt anzugehen. Wenn man halt genau sieht, so Top-Lane läuft blöd, Bot-Lane läuft halt katastrophal, ist man einfach nötig gewesen. Now or never, ja. Das ist dann wirklich so, okay, wir haben jetzt zu viel Zeit verballert da. Wenn wir uns jetzt in Zeit ins Zugs zu nehmen, verlieren wir den Nasher. Der hat halt viel, viel früher in eine Reaktion kommen müssen. Tief, tief. Also generell ist in solchen Situationen auch ein Galio einfach eine sehr gute Wahl, weil er sehr, sehr gut ist in solchen Split-Push-Szenarien, weil er mit der Ultimate vergleichsweise schnell dazukommen kann, Teleport mitnehmen kann, weil er safe ist auf der Lane. Das ist halt ähnlich wie ein Shen. Genau. Und das funktioniert dann halt auch. Nur, dass der Unterschied ist, dass Galio per se einen besten Wave-Climit bringt, dass er das in Shen tut. Insofern, ja, gute Kombo gedraftet, gut ausgespielt hier. Perfekt umgesetzt. Da hatte Clutch Gaming keine Chance, was dieses Kluft-Schach-Duell angeht. Ich muss auch sagen, was mir halt gar nicht gefallen hat im nächsten Szenario war der Scanner-Pick. Also für Lyra ist das Game halt vorne und hinten nicht richtig aufgegangen. Ich finde halt allgemein hat er heute nicht so einen guten Tag erwischt. Im ersten Game hat er halt schon große Schwierigkeiten gehabt und jetzt auch hier, gerade diese Schlüsselstelle, wenn ich mir das mal ins Gedächtnis rufe, wie halt Galio in seine eigenen Carries ohne Summlers reinziehen. Sie hatten den ersten Nasher und sie hatten halt einen Vorteil. Sie konnten gut pushen und hätten sie den Nasher ausspielen können, dann hätte das Game komplett anders ausgehen können. Aber an der Stelle hat man einen sehr, sehr kritischen Fehler begangen und viel, viel weggeschwissen. Das war einfach so dieser Panik-Moment, scheiße, ich engage da rein mit Prelta. Irgendwie muss ich halt ulten. Ist halt nur der Galio und dann sollte man es lieber bleiben lassen, als dann den Falschen zu nehmen. Das ist genau wie so ein Blitzkring-Grab, wenn du einen Alice da reingrabst, dann denkst du auch so, vielleicht lieber doch nicht. Ja. Weil du dem Gegner damit mehr einen Gefallen tust. Aber wird schon euch auch einen Gefallen. Wir geben euch eine kurze Pause. Ja, wunderschöne Sneaky Pete-Werbung und überhaupt die Möglichkeit vielleicht... Oder PUBG Mobile. Oder PUBG Mobile. Ist auch eine Werbung, die wir ganz selten ausspielen. Das entscheiden wir natürlich. Es kommt nicht von Twitch. Hey, 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 Mori. Doch, du darfst noch April-Schatze machen. Ist okay. Wobei, Sarkasmus und Ironie... Nein, nein, nein. Sarkasmus erkennt ein Fidget nicht. Das stimmt. Die sind alle... Ich kenne euch. Eis auch nicht im Übrigen. In dem Sinne... Das ist richtig. Jetzt in die Pause. Bis gleich. Mach das wunderbar! Was ist denn da los? Das war... Bis gleich ausein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und danach werdet ihr nicht mehr schlafen können. Weißt du, ich find's einfach nur spannend, dass du nach zwei Jahren oder so, dass das immer noch ein Song für dich ist. Da habe ich scheinlich einen bleibenden Eindruck bei dir verlassen zu haben. Super! Also damit auf jeden Fall. Ja? Eiskalt mit Syndra. Weißt du, an andere denken... Oh, der Kuh kriegt ihn! Andere denken nachts um Viertel nach zwölf an andere Dinge, aber du denkst halt, wo er mich... Also das ist auch ein Kompliment. Das Video hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck verlassen. War aber auch echt gut, oder? An Morin Boxershorts. Hast du einen Boxershorts angehabt? Ja. Okay, so genau. Wusstest du jetzt auch nicht mehr? Das sind jetzt die Ausreden, ne? Also das habe ich noch in Erinnerung und das mit dem Double Time ist mir halt auch super in Erinnerung geblieben. Das war aber mit dem... Ich glaube da hattest du ein Power Ranger Kostüm an, ne? Ne, ne. Das mit Power Ranger Kostüm war ein anderes Video, das aber leider nicht veröffentlicht worden ist. Ach so, das ist nicht mehr... Also das weiß ich ja, aber ich dachte, das hattest du da auch an. Mhm. Ach ne, da saßt du ja... Das war das, wo du an diesem Klavier saßt oder was das war, ne? Das war ja die Parodie auf das Video von Niklas. Genau, genau. So ganz dunkelkig kommt da gerade wieder was hoch. Naja, One Hunt of Thieves, die sind gerade auf dem besten Wege, das vierte Game wieder abzugeben. Das würde für uns natürlich bedeuten, cool, wir sehen noch ein weiteres Game. Und es ist wirklich auch dicht an dicht, ne? Bisher immer One Hunt of Thieves so ein bisschen besser gewesen, aber sie haben diesen Drawf definitiv nicht so gut bestanden. Und sind auch dabei, das Game diesmal nicht ganz so gut zu bestehen. Also hier muss ich ganz klar sagen, es ist das erste Game, wo ich halt auch von Anfang an Klatschgaming einfach so ein bisschen vorne sehe. Ja. Ditto, also generell, der Olaf-Pick geht halt super auf, der Zag-Pick überhaupt nicht. Für mich halt nochmal die Frage, warum hat man dann diesen Olaf überhaupt offen gelassen, wenn man ihn nicht vorhatte, selber zu picken? Wenn der Zag verändert das Spiel immer so ein bisschen. Ja, aber das Early Game von Olaf ist, also man sieht's ja, Olaf ist der Unterschied hier in diesem Spiel. So, jetzt gibt's hier nochmal wieder Zag-Ultimate, HQ abgeholt. Ich finde, bei Zag ist halt immer seine Winning-Condition so ein bisschen, dass er halt lang nicht gespielt wurde, dass der Gegner immer so ein bisschen vergessen hat, was denn Zag kann, wie er gegen ihn spielen soll. Dass man da so ein bisschen unvorsichtig wird, aufgrund der hohen Engage-Reichweite. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Meteors so diesen Pick gerne als Pocket-Pick so auspackt und auch da ganz gut umsetzen kann. Ja, der Nasher ist jetzt auch eigentlich gar nicht so gefährlich. One Hunt of Thieves haben zwar gerade einen Catch gelandet, aber letztendlich haben sie halt sehr, sehr wenig Scham bei sich im Team. Auch mit dem einen Bergdrachen. Jhin und Uriana sind jetzt nicht die besten Champions, um den Nasher schnell abzuholen. Top-Lane und Jungle-Position sind halt beide mit dem Tank besetzt und dann musst du halt bei sowas ein paar Abstriche machen, schneller Nasherrush. Der wird hier wahrscheinlich nicht stattfinden in diesem Spiel. Ich denke auch nicht. Aber letzten Endes, ich meine, klar, One Hunt of Thieves kann noch zurückkommen, aber so länger das Spiel geht, also eine Xaya rasiert halt im Late Game schon ganz gut und der Jhin wird es, wie ich schon gesagt, perspektivisch eher schwierig haben, Xayon kaputt zu machen. Aber auf der anderen Seite die Shockwave, die alles verändern kann. Was hältst du von der Variante, dass man auf Syndra ein relativ frühes Leandris baut? Ich weiß nicht, ob sie so, also ich meine, das Leandris ist ja hart verändert worden und ob sie halt so lange im Fight quasi ist, weil sie ist ja eigentlich mehr so der Burst-Champion und letztendlich sorgst du ja dafür, dass du mehr Damage machst, desto länger du im Fight bist. So viel für der Punkt. Also er persönlich würde mir da so eine Burst-Variante besser gefallen. Also ich denke, sein Hauptanliegen war quasi diesen prozentualen Schaden von Leandris mitzunehmen, weil du halt wirklich mit Shandon und Zag da so ein paar Probleme bekommst. Aber grundsätzlich finde ich das neue Leandris, ich kann mich echt schwierig bisher bloß mit... Also wenn du wirklich so Champions hast, die lange im Fight drin sind, dann ja. Ja, du kriegst dann diesen prozentualen Schaden natürlich dazu. Auf der anderen Seite nimmst du zum Beispiel Morelos mit, kannst du als Squishies besser Bursten, hast halt auch die Heilungsreduktion geklärt. Genau das nämlich, also gerade gegen den Zag zum Beispiel ist ja auch so eine Heilungsreduktion sehr, sehr gut. Ja, wirklich schwierig da zu entscheiden. Aber du Flat-Penetration nehmen. Der ist drin, Sion. Der hat jetzt mit Rio, der halt Viertel Leben verliert, nur vom Ult, aber da ist Zag alleine drin. Da ist eine Abwinderpässe für die abgeholt. Aber da muss man ja auch sagen, gerade was das dann geht, ist Morelos auch ein bisschen gegenläufig, denn du kriegst zwar die klaffenden Wunden, was gut ist gegen Tanks, die sich heilen, aber auf der anderen Seite, naja, kriegst du Flat-Penetration, was wiederum weniger gut ist gegen Tanks. Da bringt der Reuters einfach deutlich mehr, das stimmt schon. Oh, man ist ja in der Strand, er hat auch 5000 Leben, Someday. Kann jetzt zumindest ein bisschen Sicht erstmal geben, da wird das Jhin-Ultimate aktiviert, Haku ist aber immer noch mit dem Ult einer Flanke, Leute umgezogen haben, Catch ist auch in Reichweite, muss hier weit rausgehen mit dem Flash, das würde aber nicht genug sein, die Schockwave. Ist auf jeden Fall da und hat gut getroffen und kann ihm da nochmal seinen Escape-Weg bereiten. Oh Gott, Cody-san, Schanold ist draußen. Na, hupsi, hast du nochmal ein bisschen zu dicht dran gelaufen, Tanks hat ihn nicht retten können. Ich habe sich schon mal gut aus der Affäre gezogen, One of the Thieves, also wichtig ist halt einfach nur, dass Clutch Gaming da nicht Zugriff auf den Baron bekommt. Aber wenn man jetzt die Goldverteilung auch mal anschaut, also farmtechnisch ist das halt ziemlich even, das ist tatsächlich einfach der Olaf, der die ganzen Kills abgestaubt hat, größtenteils. Ja, und Olaf lässt vom Potenzial auf wieder nach. Ja, und halt logischerweise die vier Türme, die da einhergehen. Aber sollte One of the Thieves jetzt nochmal an diese Türme rankommen in irgendeiner Art und Weise, naja, dann ist das Spiel zumindest nochmal offen. Definitiv, also hier kann halt ein Fehler alles entscheiden. Wenn du jetzt mal einen Catch bekommst und ein Nasher daraus resultiert, bist du halt aus dem Nasher, wirst du halt drei, vier Türme bekommen können und das ganze Ding ist halt wieder genau umgedreht. Solo hat jetzt auch so ein bisschen Probleme mit Someday. So langsam kann der auszahlen, der gute Junge. Da sind halt viele Magierresistenzen bei Solo da, aber die Titanic, die macht halt eben normalen Schaden. Ja, aber die ist halt so wichtig für ihn, weil dadurch kann er jetzt auch mal endlich die Lane pushen oder generell pushen, was er halt das ganze Spiel über hat nicht machen können. Ja, erstmalig. Schön ist ja auch, dass Tiamat hat ja quasi diesen Flächenschaden auf der Stelle, kreisförmig. Und mit der Titanic hast du quasi den gerichteten Schaden. Dadurch, dass die, was dann ja immer von einer Seite kommen, kannst du sie halt deutlich schneller dort wegklieren. Als nur mit dem Tiamat selber, auch wenn es die halt ein bisschen Waffe gibt. Ryo ist jetzt auf dem Weg Richtung Deathcap. Das wird noch so ein bisschen dauern. Die Kombinationskosten konnten dann auch nicht ganz bezahlt werden. Boah, keine schlechte Entscheidung. Und auf der anderen Seite muss Verbindungen jetzt 100%-lich Richtung Lernstab gehen. Aber das Item würde ihm dann nicht viel bringen. Schöne an Rabadons zum Beispiel auch auf Awareness, dass es auch defensiv wirkt dadurch, dass man größere Schilder einfach hat. Ja, den Schild hat man ja voll. Aber vor mittlerweile schon etwas längerer Zeit hat man den mal genervt. Also shit, das ist halt echt nicht mehr so krass bei Uri. Was aber auch okay ist. Sie hat halt andere Vorteile. Sprung gerade noch gecancelt von Zag, aber er hat einen TAM-Kensch dahinter. Nicht ganz so gefährlich für ihn. Bei Adekner-Position sieht es halt eh nicht aus. Beide mit Essence Reaver und Rapid Fire Cannon unterwegs. Für Jhin ist natürlich gerade so Rapid Fire Cannon nochmal ein schönes Item, um halt einen vierten Schuss über besonders lange Reichweite durchzubringen. Bei ihm ist ja quasi mal seine Force ein bisschen wie eine eigene Extra-Fähigkeit, wenn man so möchte. Ja. Allerdings auch sehr predictable für die Gegner. Ja, es macht es eben schwieriger. So eine Vorheit in die Frontline setzen zu müssen, ist immer bitter. Aber manchmal kommt man einfach nicht drum herum. Die Control-Watch steht auf Rommokate da vorne. Ja. Da kommt er nicht dran vorbei. Die Sicht auf den Reichweite ist aktuell nicht gegeben. Das veranlasst den Gegner natürlich dazu, das Ding hier schon mal zu starten. Ja, das ist so bitter. Man hat da keine Möglichkeit, das in irgendeiner Weise gerade zu verhindern. Haben wir noch einen Bluttrinket? Das ist halt gar nicht, was auf Coole und ist. Man hat eins schon gesetzt gerade. Oh, Zag kommt auf jeden Fall noch rein. Mit der Vor-Könnt ihr das vielleicht sogar time. Ist halt die Frage. Oh nein, können sie nicht. Lyra bekommt hier den Baron Haku jetzt über die Wand geschluckt nochmal hier von Afromo der Gute. Oh, abgeholt worden. Weil wegen Olaf, dem ist einfach alles egal. Der läuft einfach komplett durch. Der gibt da gar keinen Fick drauf, was da noch an CC kommt. Wow. Aber die sind nach 24 Uhr. Da kann man schon mal etwas härtere Ausdrucksweisen gebrauchen. Also ich glaube, die sind im Internet härteres gewohnt. Das stimmt allerdings. Ja, das soll es gewesen sein. Also ich denke, mit dem Nasher und selbst mit dem Dev-Timern. Ah, 25 Sekunden. Ich glaube, ganz beenden können sie es noch nicht. Es ist so fünftig. Sie können es probieren, aber ich glaube, hier will man auch kein Risiko eingehen. Ich glaube, jedenfalls ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt in Richtung Sieg. Oh ja, danach steht 2 zu 2. Das heißt, alles ist offen. Es ist halt noch nicht der Safe-Sieg, aber ich sage mal so zu 95 Prozent, als ich mit diesem Nasher, mit diesen Kids, die man gerade bekommen hat dort. Das Ding ist schon mal entschieden. Und für uns ist damit auch klar, es wird halt in die volle Instanz gehen. 5 Games. Zwischen Clutch Gaming und zwischen Monarchem Thieves. Hätte man vorher nicht ganz so erwartet, aber für mich auch immer wieder ein Grund für Piven, der halt einfach ein saustarker Mitlaner ist. Also er kann hier jedes Mal mithalten in den Games. Aber auch die Kommunikation. Es ist bei Clutch Gaming gefühlt von Spiel zu Spiel besser geworden. Vielleicht ist es halt auch einfach so ein bisschen die Ausdauer, die sie mehr mitbringen. Also er hat die ganze Zeit gezielt, er muss ins Ulti reingehen. Wird selber dann direkt nochmal geultet von der guten Syndra und danach halt direkt abgeholt. Das Ziel war hier nicht möglich. Es war ehrlich gesagt kein so sauberer, sicherer Nasher. Also er war auf jeden Fall gefährlich. Aber letzten Endes geht der hier aufs Konto von Clutch Gaming. Da gibt es jetzt auch nochmal einen dritten Ocean Track mit dazu. Das ist natürlich jetzt auch nochmal willkommen, wenn du halt dich in einer Belagerungssituation befindest und da halt nochmal diese Regenerationswerte bekommst. Ja, schönen Dank auch. Da wird sich auf jeden Fall 1FTs nicht drüber freuen. Ich finde auch immer bei dem Ocean Track mit der Gewicht stärker eben mehr aus. Jetzt geht sie erst mal schön nochmal rein. Teleport, Lira ist dran an Rio, den will er sich holen. Ultimate aktiviert von innen, holt der Rest einfach mal auf. Und da laufen sie einfach mal komplett drüber wie Jesus übers Wasser. Keine Chance hier für 100 Thieves. Die werden hier einfach alle abgeholt. Und da fehlt einfach der Schaden jetzt. Die kriegen die Frontline nicht klein. Jin ist halt einfach kein Champion, der eine Frontline zerstören kann. Und die ist halt gerade übermächtig bei Clutch Gaming. Olaf, Sion, die kannst du einfach nicht ignorieren, wenn du versuchst, die Backline ranzukommen, dann hast du halt sofort einen Rakan im Gesicht mit einem Knock-Up, mit einem Ultimate. Also hier fehlt jetzt einfach die notwendige Power. Und das hat sich halt wirklich gerecht. Der Draft war nicht so sehr gelungen. Und wenn man da erstmal zurückfällt und man hat keinen Vorteil in der Laning Phase, dann wird das schwierig, so ein Game aufzubauen. Dann kommt halt noch einige kleine Fehlerchen mit dazu. Und Modern Thieves werden hier gerade im vierten Game zerstört. So sieht es aus, 2 zu 2 und damit halt das Letzte, das Finale, das entscheidende Spiel, das wir gleich sehen werden. Ja, viel konnte man daran zweifeln. Ich meine, wir casten fünf Games. Na ja, gestern waren es vier. Da haben wir auch gecastet. Das war der April-Scherz. Jetzt ist der 1. April vorbei. Ja. Gestern haben wir in der 1. April reingecastet. Letzte Woche warst du ja nicht mit dabei. Vor der Woche hatten wir, glaube ich, auch nicht. Davor war ein normales Team. Also ich hatte bei Korea fünf Games. Ja gut, Korea warst du alleine. Das ist ja dann so quasi die Rache des Mori. Das Morische Gesetz. Ja, ja. Aber heute trifft es auf jeden Fall zu. Ich meine, die Games sind interessant. Von der Entwicklung her. Also hier finde ich es wirklich, dass es halt wichtig ist, alle Games zu sehen und mal zu gucken, wie wird der Draft angepasst, was kann man daraus machen, weil wirklich von Game zu Game jetzt so gefühlt Abbau bei One of the Thieves zu erkennen war, vielleicht zu Konzentrationsschwächen. Und sehe ich genauso, also ich gebe dir 100% nicht recht. Also Clutch Gaming hat sich in jedem Draft gesteigert und One of the Thieves in jedem Draft hat wirklich abgenommen. Also generell, was ich halt nicht verstanden habe, so du preparest eigentlich einen Olaf. Ja. Du preparest den Olaf. Du bandst Scanner, du bandst Trundle, so. Du hast mit einem absoluten Powerpick Olaf kreiert und dann stehst du da, aber eigentlich wollen wir doch lieber Zack und dann kriegt der Gegner Olaf und was ist der entscheidende Faktor in diesem Spiel? In meinen Augen definitiv der Olaf-Pick, der das Early-Game komplett katalysiert hat quasi und damit hat Clutch Gaming den Vorteil gehabt und dann ist es Runterspielen. Olaf ist halt ein harter Snowball-Champion, kann halt auch viele Objectives für sich erobern. Aber ich meine, dann band doch den Trundle nicht, pick ihn dann selber. Es ist aber auch eine Kombination aus vielen. Es ist ja nicht nur der Olaf gewesen, sie hatten halt Xayah Rakan gegen sich, sie hatten Sion auf der Toplane gegen sich, der halt auch in dem Match-Up halt gut im Early dominieren konnte und mit Olaf zusammen halt zwei Kills geholt hat. Auch da halt mal so kleinere Fehlerchen von Someday, der halt einfach nicht respektiert hat, dass er in Younger Bot-Side war und er halt gedeifft werden kann. Und dadurch ist der Olaf ja auch erstmal ins Rollen gekommen. Er ist halt super stark geworden. Mit Lane war halt eher so, er war ausgeglichen. Auch der Shen-Pick in den Sion-Rein hat sich überhaupt nicht bezahlt gemacht. Also, ähm, letzten Endes, ich bin zwar ein Freund von Shen, aber ein Shen hilft dir dann, wenn du auch irgendwo anders Pressure hast, dass du es ausnutzen kannst und dann mit dem Shen die Überzahl und damit den Kill bekommst. Ähm, du hast ja gar keine Pressure auf der Bot-Lane. So, was willst du dann mit dem Shen-Pick? Du hast keine Pressure auf der Mid-Lane, was willst du mit dem Shen-Pick? Stattdessen war der Shen einfach nur das Opfer, der die ganze Zeit reingepusht worden ist, auch deswegen nicht von der Lane runter konnte. So, das war einfach, ich weiß nicht, da hat man, glaube ich, die Pick-und-Bann-Phase zusammengewürfelt oder sowas gedacht, so, das wäre ein cooler Champion. Der passt nicht in unsere Kombo, aber der Champion ist cool. Den Picken war einfach. Man hat, glaube ich, so ein bisschen mit der eigenen Komfortzone gespielt. Der Säk-Pick war da halt ein bisschen eigen. Ja. Aber letztendlich war es quasi... Also generell, man hat es im zweiten Teil der Draft-Phase komplett versemmelt. Davor war halt noch, hätte man es noch holen können. Würde ich es so unterschreiben. Ich fände halt den Shen-Pick cool, so von dem globalen Faktor, den er mit reinbringt, aber wenn du ihn halt nicht ausspielen kannst, dann verliert dir halt so ein Pick auch sehr, sehr viel und dann kamen halt noch einige Fehlentscheidungen mit dazu. Dieses Tahm Kench-Ultimate in die Mid-Lane mit zwei Leuten, die halt Hälfte Leben verloren haben, war halt einfach nicht gut. Nee. Ich formuliere es mal schön, dass es sich doch gut anhört. Und da hat man viel abgegeben. Zwei Türme verloren im frühen Spielverlauf. Drei oder vier Kills waren es, glaube ich, die man da abgeben musste. Und dann kam halt zum Schluss jetzt nochmal dieser Nasher dazu mit dem Nasher. Da war das Ding dann gegessen. Ja, und gegessen ist jetzt auch ein früher Feierabend. Game Nummer 5 kommt jetzt. Game Nummer 5, Kinas. Freut euch drauf. Wir gehen in eine Pause. Bis gleich. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 dadurch jetzt einfach so komplett Mana nur im Inventar hat Das braucht noch Zeit Also für mich ist Clutch Gaming Im Mid-Game wird ihre stärkste Phase kommen Einfach nur, weil sie da halt über Olaf Und gerade auch über Ezreal viel und sehr stark arbeiten können Und im Late-Game haben sie halt Theoretisch Schaden schon mit dabei Aber wie du vorhin schon angesprochen hast Der Engage, der wird halt einfach der Unterschied sein Du kannst halt doch so viele Schaden haben Wenn den Gegner nicht engagen kannst, dann bringt dir halt aller Schaden der Welt nichts Auf anderen Seite hast du halt dann ein bisschen mehr Optionen Hast du halt Sion mit Galeo kombiniert Du hast den Trundle Pillar, der dich halt mal stören kann Und auch halt irgendwo den Braum Nicht der massivste Engage, aber es funktioniert Olaf muss jetzt zu kaufen, ob er schon helfen, um die Waves rauszupuschen Das ist nicht verkehrt Er zeigt sich hier natürlich und gibt Informationen preis Aber er muss es halt machen, damit die Gegner mit den Waves nicht an den Turm rankommen Um da halt erstmal Druck aufzubauen Und halt dieses Turret First nicht zu schnell abzugeben So, Flash jetzt Morgana Ultimate Schild jetzt nicht in die beste Richtung gesetzt worden von Aphromo Sehr panikhaft, Teleport jetzt abgebrochen Das war ja Quark Sie haben doch Olaf gerade gesehen Jetzt mal ehrlich Sie haben gerade gesehen, wie Olaf in den Fluss reingelaufen ist Sie haben eine Krabbe Sie haben Olaf nicht an der Krabbe vorbeilaufen sehen Da können die doch nur davon ausgehen, dass der noch Bot sein kann Ja, und dann Aphromo den Schild auch in die falsche Richtung Das vergesse ich jetzt einfach schon mal dabei Einfach schon der Fakt, dass sie da überhaupt noch diesen Engage zulassen Ist ehrlich gesagt schon ein ziemlich dicker Patzer gewesen Und es ist ein Spiel, was halt, wie gesagt, dreht sich um die Botlane Das ist richtig So, Rio jetzt da, jetzt geht es erstmal hier im Jungle On Ultimate Shockwave Oh, Meteors abgeholt 3-0 Klatschgaming Ich habe gerade doch gesagt Die werden im Mid-Game, haben die halt ihre stärksten Power Spikes Und jetzt werden gerade Kills verschenkt Die genau Dark-Klatschgaming den Vorteil geben Das ist super bitter Ja Viel schneller kann es wie One-Hand-Tees eigentlich gar nicht laufen Und gefühlt passiert hier halt ein kleiner Fehler gerade nach dem nächsten Vollkommen richtig Also alles komplett eigenverschuldet Wir schauen das hier nochmal an Hier geht es nochmal drauf So, Aphromo Weiß auch nicht, was Sache ist Wir wollen gerne mit der Ultimate Der Reporter auch spielt Das war sehr, sehr gut Engage von der Kuh Er hat natürlich nicht lange gepackert gesehen Dass halt beide vorne bleiben Mit dem Ultimate reingeflasht Und da konnten sich halt weder Cody-Sun noch Aphromo halt gut von lösen SV Ultimate kann man halt dank des Schilds Ja vielleicht in die falsche Richtung gezeigt hat Auch noch durch Ich denke, das war so ein bisschen das Ziel Eigentlich die Axt halt abzu- Also ich weiß nicht, ob das mit Absicht gemacht hat Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass er wirklich versucht hat Mit Brom diese Axt abzufangen von Olaf Um da eventuell halt dieses wiederaufnehmen Und den Coulon zu reduzieren von Olaf zu vermeiden Das wäre so die einzige Möglichkeit, wo ich mir denken würde Ja Nee, ich glaube einfach, dass es Aber der Winkel war halt dann auch nicht stimmig Naja, das war einfach nur schnell die Taste gedrückt Und die Maus nicht rechtzeitig in Position Wir werden mal gespannt Touch Gaming ist auf jeden Fall am Drücker Hier können wir nochmal den Backport von Naja abbrechen Der hat aber Teleport parat Nicht ganz so schlimm für ihn Aber nächster Infernal Drake Der wird hier gleich spawnen Also hier nochmal die Möglichkeit, das Ganze auch auszugleichen Alles klar USA gegen Kanada Wieso? Im Anschluss Oh, bitter Das hätte er halt wieder viel gebracht, wenn er ihn da gecancelt hätte Aber da hat er einfach einen Millimeter gefehlt So kann das halt laufen Und der Infernal Drake jetzt natürlich für den OneHunt Thief ist auch ein Ziel, was man nicht vernachlässigen darf Wir baut schon mal Druck aus, kann aber jetzt nicht verhindern Dass er halt verbinden mit vollen Ressourcen wieder zurück auf die Lane kommt Und ab dem Stab des Erzengels wird es für ihn jetzt auch deutlich angenehmer an der Lane Er hat genug Ressourcen Kann er mit Clan jetzt auch gut halten Muss er so hinsichtlich des Drachens jetzt hier keinen negativen Aspekt mehr in Kauf nehmen So Galio kann sich natürlich ein bisschen früher wegbewegen Er hat halt sein Ultimate Wenn seine Mates erstmal drin sind, kann er da natürlich etwas schneller fliegen Aber du kannst Galio Ultimate auch abbrechen Solange halt die Shockwave Reichweite dort gegeben ist Für Verbiven ist halt kein Problem für ihn Und währenddessen ist Lyra halt gerade ein ziemliches Monster So er ist halt Oh, Olaf ist im Early-Game stark Early-Mid-Game ist halt absolut Olafs Stärke Überraschung Ab zwei Items, bis maximal drei Items, sage ich immer Kann er halt richtig durchpowern Sollte mal jemand den OneHunt Thiefs erzählen Wir müssen halt vorsichtig sein Aber das ist halt so eine Zwickmühle, finde ich immer Sie müssen jetzt quasi gegen einen saustarken Olaf Der hat richtig dicke Spikes halt irgendwo ankämpfen Sie haben halt einen Kommando-Banner gegen sich Und sind halt trotzdem diejenigen, die halt den Infernal-Drake auch nicht aufgeben wollen Das ist halt super schwierig zu entscheiden, ob man den jetzt contesten möchte oder nicht Ich denke, es wäre ja wirklich eine bessere Option ihn nicht zu contesten Und das ist halt Mobbing, ne? Das ist richtig Mobbing für den Midlaner Da kommt der Top-Laner kurz in die Midlane Und das Einzige, was er macht Ist halt seinen Kommando-Banner aufs Calendar-Minion zu nutzen Ja, schönen Dank Aber er hat gut Schaden gemacht, guck doch mal Ja, der macht immer noch gut Schaden Der hat halt locker mal ein Viertel bis halben Turm bekommen gerade Ja, generell zwei Kommando-Banner Naja, da, die andere hier oben Ja, aber auch da verliert der Turm einiges Allein schon dieser Damage-Buff im Kommando und bei Nominieren zieht gut rein Es ist an sich noch kein Turm gefallen Auch wenn der Mittleren Turm eine Menge Leben verloren hat Someday wird hier weiter pushen Auf Seiten von One of Thieves Hat man Interesse daran, dass das Top-Lane-Duell so weiterläuft? Schönes Beinlegen Das Schild zeigt sich auch in die richtige Richtung Man kann auch mal so ein bisschen was austeilen Für Apollo ist es ja auch nochmal cool, weil er sein Kleptomancy besser ausnutzen kann Und es ist ein bisschen extra Gold Gegebenenfalls Ist natürlich nicht immer klar, ob es Gold dafür gibt Das Ganze ist ja so ein bisschen zufallsbasiert Und auch wenn man von Botdain im Early viel verloren hat Diese Olaf-Aktion hat ihnen halt gut geholfen Seitdem musste man hier wirklich Cody-san und Aphromo nicht mehr in den Turm ranlassen Und sie können den Turm genau bei dem Lebenspunktstand halten Bei dem sie ihn halt zuletzt dort Ja, das letzte Mal gesehen haben Also die Gegner Bis dann der nächste Gang kommt Aber da ist Trunlau nicht der allerbeste Gang-Schlimmchen Gerade gegen S-Rail nicht Deshalb war der S-Rail-Pick halt auch echt gut an der Stelle S-Rail gehe ich da vollkommen mit Ich muss noch immer das Braum-Fragezeichen, was für mich da ist Aber nur gut Bisher kann man sich da ja nicht beschweren Läuft ganz gut Das wird Klatsch Goldtechnisch sind sie auf jeden Fall schon mal Fast 1,5.000 Gold vorne Und das ohne Turm Ja Das ist halt reines Killgold Oder auf Farmgold Oder Kleptomancy-Gold Was auch immer man da alles reinrechnen möchte Ja, also Kleptomanie und Kills Farmen eher weniger Wenn man da Schiffs sieht Da ist sogar Cody-san vorne Relativ ausgeglichen Einziger Posten Aber es gibt den Höllendrachen Damit zumindest die Höllendrachen ausgeglichen Ja, und sie können ihr Scaling halt nochmal ein Stück weit verbessern Für Orianas Das ist natürlich ultra nützlich Also Orianas halt in ihrer Team kommt Fürs Late Game wahrscheinlich der Champions Der halt mit am meisten Einflusspotenzial hat So SV ist auch nicht zu unterschätzen Ich finde es auch immer schwierig zu sagen So SV hat ein nicht so gutes Late Game Scaling Weil SV gut gespielt Schon auch effektiv im Late Game ist Aber du musst halt deutlich mehr viel machen Aber du hast halt keine Crit Und eine ganz, ganz andere Situation erreichen In einem Teamfight Als es halt zum Beispiel eine Caitlyn machen muss Die halt einfach bloß rechts klickt Und halt einfach bloß einen nach dem anderen aufrauchen kann Egal ob Frontend oder nicht Ja, ist halt ein bisschen anspruchsvoller Und deshalb bricht man auch immer eher davon Dass halt SV im Late Game wieder abbaut Crit ist halt immer noch das beste Scaling-Spiel Da führt kein Weg dran vorbei Und die Crit-Items, die werden bei Code of the Sun also langsam regnen Turret First Blood fließt hier jetzt in ihre Taschen Ja Und damit auf jeden Fall goldtechnisch wieder größtenteils ausgeglichen Gab da auch nochmal 300 Gold Premium drauf Weil es der erste Turm ist Ist aber ein interessanter Move Also das Ganze wurde jetzt hier kalkuliert quasi Von Clutch Gaming in Kauf genommen Wenn man dafür halt zum einen den Top-Lane-Turm halt sehr unter Druck setzen kann Da sah es ja vorher auch schon nicht so gut aus Man kann halt Sion-Match-Up da so ein bisschen legieren Und man kann sich den Herald sichern Dadurch, dass er vorher unten schon der Ich weiß nicht, ob man den schon safe hat Und Fertile Drake, doch, ich glaub, der ist schon super lowlife Oder ist ja ein Hit hier noch ins Auge Man fragt halt, wer macht den gleich Jetzt gibt's hier den Teleport Und will offensichtlich hier fighten Herald tatsächlich genommen Jetzt geht's drauf, Someday mit der Ultimate Knock-Up Und jetzt kommt die Gali-Ultimate auch nochmal rein So, du füllst nochmal hochgeworfen Und der Flash jetzt Rio hinterher Ah, Olaf mit seiner Ultimate Das ist low So, und da kommt die Ornn-Ultimate Abgewehrt durch den Raumschild Er hat halt mal gemacht Sola hat gerade seine Ult nach hinten durchgezogen Weil er sich nicht erlauben kann, sein Ult ein zweites Mal auszulösen Hat ihm die Zeit für gefehlt Du meinst Solo? Ja, hab ich auch gerade gesagt Ich hab Sola verstanden Ja, der gute Sola Wir finden seine R-Taste auch oft einmal nicht Weiß nicht, wer es dem Twitch-Tit auch noch so verstanden hat Das kann durchaus sein Ist ja auch schon spät Gute Sola Da gerade ein gutes Ornn-Ultimate Hätte halt viel ausmachen können Aber Ornn kann halt nicht vorne in der Menge rücken Er muss sich halt erst ein bisschen zurückziehen Und beim Zurückziehen Hat halt nicht mehr die Zeit gehabt Hat er jetzt sein Ultimate versucht quasi zu reaktivieren Und in die Gegner zu schmeißen Natürlich steht dann auch Sola verstanden Ja, das kann auch sein, was ich gesagt habe Aber wie der gerade ausrastet halt Nice Gucken wir mal, wie Sola heute noch performt in seinem letzten Spiel Klatschgaming Sola Da klatschen musstet Das ist der Wahlspruch Ist Sola eigentlich aktuell noch als Substitute irgendwo eingetragen? Ne Da war er bei Elements damals super lange Ja, aber wer will denn den haben, den Jungen? Hast du ja gesehen, was mit Elements passiert ist Ich hab auch gesehen, was halt beim King of Spandau passiert ist Ja Als er mit seinem S-Real einfach mal den Eldrack gestealt hat Sola ist ein Gott, mein Lieber Ich hab auch bei 4 noch mit abgeholt Ich fand dieses betroffene Schweigen auch gerade sehr gut Ja, ich wollte jetzt keinen Kollegen diskreditieren Aber gut Nächster Drache ist ein Bergdrache Bald auch der Baron dann Der kommen wird Ich bin gespannt Wie lange man halt die Side-Lanes halten kann Vor allem bin ich gespannt, was man aus dem Herald hier rausholen kann Denn der ist zur Hälfte jetzt schon abgelaufen Der Vision-Score ist übrigens aktuell von Lyra ziemlich sick Nach 19 Minuten schon ein 53er Vision-Score aufgebaut zu haben Ist auf jeden Fall ziemlich lobenswert Spricht für jede Menge Einsatz Dass du zwei Kills Permanent unterwegs So nennt ich das Ja und sich zu nehmen und auch sich selber aufzubauen Das hat schon echt viel Wert Im Geek Er fühlt hier auf jeden Fall seinen Job grandios Und gerade in Junglern wurden ja da so ein bisschen die Möglichkeiten graupt Jetzt seitdem sie nicht mehr in der Lage sind dort Ihr Ward-Item im Jungle zu bauen Ich find's auch interessant, dass er sich jetzt hier fürs Red Smite entschieden hat Im Übrigen wird jetzt erstmal der Herald aktiviert Das ist der Turm Ja Da kannst du es ganz schön verteidigen Zack Schön ist sein, Q-Nummer Direkt abgerissen Oh lol Direkt auch weggeschleudert Der Herald selber halt auch ziehbar Solange er halt nicht in Turm-Reichweite, in Charge-Reichweite steht Und sich schon auflädt Dann kannst du halt mit Sion mit dem E Und ihn halt auch nochmal so weit wegschleudern Sieht relativ witzig aus Und kann auch wirklich effektiv sein Den Turm konnte man aber trotz allem hier nicht verteidigen Sie haben also ihr Turret-First Blood auf der Bot-Lane abgegeben Kontrolliert abgegeben Dafür einen Herald geholt Und mit dem Herald konnten sie jetzt den mittleren Turm bekommen Ich denke, dass das halt dieses Bot-Lane-First Blood, das man da abgegeben hat In Sachen Türmen auf jeden Fall wert gewesen Ja, Wanderthiefs jetzt aber Druck machen so ein bisschen auf der Top-Lane Leben hat der Turm noch Oh, gar nicht mal so viel, tatsächlich Die Fischen kann jetzt hier nicht verteidigt werden Ist schwierig in so einer Situation Gerade bei so einem Pfeilbosch Da muss gerade Wanderthiefs ein bisschen vorsichtiger sein Sie wissen halt nicht für der gegnerische Jungler ist Wir müssen halt immer mit einem Überraschungs-Gang dort rechnen Also die Sicht hier wird halt sehr aggressiv und Klatsch-Gaming dort auch verteidigt Das alleine ist halt immer schon so ein Indiz, dass du halt ein bisschen aufpassen solltest Ob du da halt wirklich so harten Trades reingehen möchtest Und das nächste Mal steht der Urlaub auch schon im Busch So, er hat das natürlich auch mitbekommen, dass die da unten so aggressiv spielen Das ist aber letztendlich ein bisschen zu spiel da gewesen Der nächste Drache-Spawn gleich Dafür sollte man sich schon mal ready machen Das ist jetzt zum Beispiel auch hier so der Augenblick Wo beide ehemaligen Bot-Lanes, muss ich jetzt sagen Überlegen könnten halt bei Zeiten zurückzu-Zwappen Um da halt einfach eine Überzahlsituation auf dem Bot-Lane zu haben Ja, ist ja auch der Grund, warum du überhaupt eine zweimal in Bot-Lane spielst, der Drache Ja, und das ist halt ein Berg-Drache Also gerade gepaart auch noch mit dem Infernal-Drake Hast du damit schon einen ziemlich, ziemlich schnellen Nash-Clear Sollte für beide Teams ja sehr lukrativ sein Währenddessen haben wir auf der Bot-Lane auch immer wieder diesen PvE-Fight Mit dem Kommando-Banner Ich glaube, die ziehen jetzt auch direkt die Rotation Richtung Bot-Lane wieder durch Witzigerweise könnte Klatsch sogar überlegen, diesen Berg-Drachen abzugeben Also das sind halt so ganze Gedankenspielchen, die ich jetzt gerade so hier in meinem Köpfchen habe Ob es halt okay wäre für sie, weil sie ja diese starken Mid-Game-Power-Spikes haben Und dafür eventuell den Top-Lane-Turm kriegen Aber die müsste man dann auch wirklich holen Ich glaube, jetzt sind sie ein bisschen zu langsam Wenn sie den Drake einfach das für Free-Up geben, dann war es auf jeden Fall keine gute Idee Dann war halt hier die Rotation Richtung Bot-Lane von Modern Hunt-Treeks einfach ein bisschen schneller Die kriegen ja auch den Drachen Wie schnell ist man jetzt wieder Top-Lane? Das ist die Frage Ich denke, schnell genug Also man sieht ja, bis da die Wave ankommt, da auch so ein bisschen Aber Lyron für Wiven machen sich unterwegs Ryu ist unterwegs Vielleicht könnte... Ah, doch, das würde der Turm sein Das ist jetzt halt super interessant Weil jetzt halt wirklich Ich denke, an der Stelle war halt auch der Call da Aber bei Klatschgaming Freunde, lasst ihn doch ruhig die Drachen Wir sind gar nicht so darauf aus Jetzt halt später ein bisschen schneller Terrip Pressure zu bekommen Oder meiner Meinung nach auch ein Nash-Clear Wir sind jetzt eher so darauf aus, dass wir halt wirklich Gold Genau, dass wir halt einfach Gold für den Moment haben wollen Um halt wirklich unsere Power Spikes wirklich stark auszuspielen Und den Gedanken finde ich gar nicht verkehrt Er ist jetzt gleich auf drei Items Wenn er auf drei Items ist, kann er auf jeden Fall sehr gut auch alleine carryen Wobei man das so sagen muss, dass Runner Thieves die Tier 1-Tümer wahrscheinlich auch noch alle einreißen wird Und das in gar nicht allzu ferner Zukunft Und nach wie vor fehlt halt immer noch der Engage Das ist halt so dieses Riesenproblem Richtig dicke Power Spikes zu haben, aber ohne viel Engage ist halt schwierig Muss man wirklich sagen Also man kann dann häufig ja mal über Objekte wie den Baron baiten Wenn man keinen Engage hat, aber trotzdem vorne ist Ja, das ist ja dieser Gedanke Ja genau, aber das Ding ist, in dieser Spielphase ist es trotzdem schwierig Weil so wirklich Pressure hast du dadurch nicht Weil es trotzdem mit dieser Kombo halt noch ein bisschen dauern wird Und Runner Thieves tendenziell einen guten Fight an diesem Pit haben Das heißt, da muss man durchaus aufpassen Und kann nicht so viel Druck ausüben, wenn man es gerne hätte Auf der anderen Seite, sobald sie hinten sind Haben sie ein Riesenproblem, wenn du nicht mehr engagen kannst Und Jungle Fights sind halt immer gefährlich Oh, der arme Soto Niemals hat man hier wieder eiskalt in den Kommandobahn am Minion vor die Nase gesetzt Zumindest kein Cannon Minion Ist nicht ganz so tanky, aber auch diese Nahkampf-Fassaden Haben halt ganz schön Schaden Und das ist jetzt ein Versuch, einen Sneaky Nationalman abzuholen Der Schaden ist nicht verkehrt Ja, werden aber gesehen, aber Sofort Abbruch Ist richtig Musst du auch So schnell, wie gesagt, kriegst du mit dieser Kombo Der sind Baron da nicht gelegt Ja, aber das sind halt so Man testet halt den Gegner so ein bisschen aus Weil halt schauen, wie schnell reagiert der auf eine mögliche Gefahrensituation Und naja, wenn er dich sieht, dann brichst du halt einfach ab Wenn er dich nicht sieht, kannst du sowas auch durchziehen Das Blade bei SW ist halt auch nicht da Wenn er jetzt den Blade doch fertig hat Dann geht das mit dem Nash auch nochmal ein bisschen schneller Der nächste Backport sollte da eigentlich auch ausreichen für Apollo Ja, währenddessen Bin natürlich dabei, sich hier wieder auf der Midlane zu sammeln Der Goldunterschied auf der ADC-Position Gar nicht mal so wirklich vorhanden Generell ein sehr auswirkliches Spiel Ja, Jungle und Midlane unterscheidet sich halt so ein bisschen mehr Ja, aber auch nicht so unendlich viel Das sind 1000 Gold Joach, jeweils knapp 1000 Gold, genau Das geht halt ganz gut, klar Das ist ja nichts, was auf jeden Fall schon garantieren würde, dass du halt gewinnst oder verlierst Er ist für Ultimate nochmal zum Poken genutzt Und gleichzeitig mal, um die Backports abzubrechen Und der Grundstein ist auch echt gut Apollo kann sich jetzt nochmal so ein bisschen Zeit kaufen Er wird sich da sicherlich bald in die Base begeben wollen Kickt nochmal den Blue Buff Aber wenn das Blade da ist, soll das auch so schnell wie möglich versuchen zu holen Oriana selber sitzt auch auf fast drei Items Also er dürfte auch zum Deathcap nicht mehr allzu viel fehlen Auf drei Items, da scheppert es auch schon mal ein bisschen mehr Ich finde das beste Beispiel war von Rios Oriana Der hat wirklich drei Items mit den Shockwaves Die Carries halt alle gleichzeitig auf ein drittel Leben runtersetzen konnte Das stimmt Aber da ist es für Codys dann umso wichtiger, außerhalb der Reichweite zu stehen Ich meine, du hast eine 4-Mann-Frontline, die für dich peelen kann Ja, aber sein Schaden sollte halt Auch wenn Galion natürlich ein Tank ist Sollte der Schaden für Biven an der Stelle dann auch gar nicht zu gering gegen ihn sein Das ist richtig Also er kann auf jeden Fall Clash Gaming bedrohen Auf jeden Fall die Squishy-Targets, so viel ist klar An Ohren allerdings sehr weniger Hat halt wirklich gar keine Resistenzen So ein bisschen Rüstung ist mit dabei, das wird jetzt für Biven aber eher wenig stören Und auch an der Stelle ist halt ein Galion darauf angewiesen Dass er quasi gut mit seiner Schadensreduktion arbeitet Dass er seinen Torn gut einsetzt Wenn er das nicht macht, kann er von Biven auch ziemlich zerrissen werden So, jetzt Der hat Bock oder? Oh Gott Ich hab's gerade noch gesagt Ich hab's gerade noch gesagt, dass er mit dem Bild halt gut zerrissen werden kann von Biven Und jetzt geht's Meteos an den Kragen Der Root ist da Ja, Rion, das darf nicht sein Null MR Null MR, die er hat Wenn er sich da in so eine heftige 1 gegen 1 Situation einlässt Dann zieht er den Kürzeren und das passiert hier an dieser Stelle Man nimmt die Teleport Muss halt versuchen jetzt den Nash in einer Unterzahl-Situation zu verteidigen Das ist gar nicht so einfach Aber der Schaden ging ja cool Hallo, ich bin Catelyn, ich hab ein starkes Gästchen dabei Er läuft da rein, schön gemacht von Someday On Ultimate Flash jetzt erstmal raus, aber da fehlt natürlich auch der Schaden von Galion Der Knock-Up hier, Cody Sun in guter Position Aber man schafft es raus und das ist vollkommen in Ordnung Man hat verhindert, dass der Baron genommen wird Mehr will man und kann man in der Szene auch nicht verlangen Aber das liefert besser als erwartet für sie, muss ich ganz ehrlich sagen Und dazu der Slowfish auf der Borderline Vor allem, Aphromo hat sich gerade eben auch nicht perfekt positioniert Er konnte halt das On Ultimate nicht abfangen Aber schauen wir uns nochmal an, was da passiert ist So, Rion hat seinen Dash hier eingesetzt, seinen Torn nicht zur Verfügung Passiert halt einiges Jetzt hat er den Torn eingesetzt, konnte zumindest die Shockwave-Schaden damit reduzieren Aber auch nur die Shockwave-Schaden dran Oh Gott, der Flash tat ja richtig weh beim Zugucken Also Da er seinen Fail dreimal Ge-Failed quasi Also er hätte In allererster Linz die Shockwave-Flashen müssen Jetzt achte mal gleich auf Aphromo Das war halt auch hier wirklich bitter der Crit Hier ist auch wichtig gewesen gegen Haku Der muss halt sofort rausflashen Er hätte sonst Risiko gehabt zu sterben Und jetzt kommt der On da rein Und der Shield von Aphromo zeigt quasi Hinter On Dort lang Hätte Cody Sun hier diesen Knock-Up nicht kassiert An der Stelle von dem On Ultimate Hätte das ganze Ding für Clutch Gaming vielleicht sogar noch in die Hose gehen können Das stimmt, ja Vor allem weil da noch so eine Shockwave einfach fehlt Weil man die vorher schon benutzt hat Aber ja, ich meine Letzten Endes, Ryu hätte vorher die Shockwave-Flashen müssen Oder eben wahlweise seinen Flash auch über die Wand schaffen Eins von beiden hätte schon gereicht Das Witzige ist Trotzdem der Situation, dass man halt den einen Kill bekommen hat Und halt danach den Asher nicht forcen konnte Und auch keinen weiteren Kill bekommen hat Hat trotzdem Clutch Gaming für den Momenten Vorteil Und sie haben momentan einen Teleport Ich weiß, der Ginger könnte Theodor Scalio uns Renn schicken Aphromo Mein Lieber Jetzt die On Ultimate Schild ist hochgezogen Das heißt, das kann man nicht nochmal abbrechen Redemption raus Aber man kann es zurückhalten Gefällt mir überhaupt nicht das Game von Aphromo Also wir haben jetzt wirklich auch mechanisch schon seine Fähigkeit nicht gut eingesetzt Aber auch hier halt Immer mal ein Step zu weit zu vorne Riskiert halt sehr, sehr viel Und kann seinem Team dann halt danach nicht mehr so gut helfen Weil er zu viel Lebenspunkte verloren hat Auch der Drache hier Ist halt wieder ein Bergdrache Und der Nasher ist momentan ein Objekt Was halt für beide Teams gut aussieht Shockwave ist draußen Meteors ist down Das ist ein safer Drake Ja Definitiv Damit auch hier wieder Drachen ausgeglichen Der ist ein Trundle einfach in dieser Phase Oh, das ist 15 Sekunden-Spite Die können sogar noch in Richtung Nasher weitergehen Die Option haben sie hier an der Stelle Ja, wobei da hat Oder da sollten One of Thieves das mit dem Poke zumindest zu verändern wissen Ah, sie riskieren es nicht Ja Ist okay Ja, dafür ist der Vorsprung grad nicht groß genug Dass du halt einfach Was ich hab noch ein bisschen Zeit tun Lass uns mal da unten erstmal all in Ruhe pushen Also allein schon der Vorteil Dass du jetzt quasi Mit allen Leuten auf der Toplane bleiben musst Oder in der Midlane Um halt die Nation verteidigen zu können Und so du dadurch halt halt in Ruhe unten pushen kannst Reicht dir ja schon vollkommen aus Also für Klatschgaming war das auf jeden Fall gerade wieder ein erfolgreicher Einsatz Definitiv Verblicken auch mit einem guten Timing Er hat zwar nur den Trundl in der Aussicht Aber es reicht ihm Das ist der Jungler Und danach kriegst du halt einen Drag4Free Wird jetzt hier auch mit dem nächsten Backport dann den Deathcap fertigstellen können Und dann tut er noch mehr weh Es gibt halt 40% extra AP noch mal um rauf Einiges was da zusammenkommt Wichtig für One of Thieves ist, dass sie jetzt selber mal ein bisschen was gebacken bekommen Und vor allem auch die Türme in irgendeiner Weise erreichen Die Kills sind gar nicht mehr so entscheidend Das probieren sie natürlich immer wieder Man hat Rio erneut auf der Sidelane Auf der Toplane Der wird hinzugezogen Ich weiß auch nicht, ob es an der Stelle wirklich sinnvoll ist noch mit dem Captain Ultimate zu poken Also bei drei Items denke ich auch, dass die Autotechs da lukrativer und interessanter sind Nee, ich meine jetzt nicht in so einer Teamfight-Situation Also da warst du ja nicht in Autotech-Reichweite Ich meine einfach mal das Ding auf den Coulomb zu spammen Um halt den Gegner halt schon vor einem möglichen Teamfight quasi so ein bisschen anzugreifen Das Problem ist halt bloß einfach, dass Apollo sich halt mit seinem Blade an der Stelle einfach gegen heilt So, das ist mir halt komplett egal, da fehlt dir halt ein Uld Also sonst woanders hat er sich vielleicht ein bisschen besser einsetzen können Die Traps werden hier erstmal von Solo aufgesammelt Die sollen halt sein Team nicht stören Finde ich gut Dass er da schon mal so ein bisschen den Weg freimacht Der nächste Teamfight könnte halt tatsächlich ein wichtiger werden, der halt das Spiel voranscheidet Zunächst allerdings versucht man, diesen Turm hier zu bekommen Eine gute Shockwave Das Ding ist halt wirklich gegessen Aber das ist immer so die Diapaktoriana Das Ding ist ja da Guck dir mal den Schild an, der kriegt ja wirklich nochmal ein Drittel von seinem Leben extra oben rauf Oha, Solo muss hier im Backschild gegeben werden Die Traps solltest du dann doch nicht Zumindest so lange Catelyn vor, die steht einsammeln Macht da ein bisschen viel Schaden, auch gegen Tanks mittlerweile Last Whisper ist halt vorhanden Rüstungswerte können so ein bisschen ignoriert werden Abgesehen davon hat Solo halt noch nicht mehr Rüstung Lyra hat sich da Hat sogar die Schuhe mittlerweile gewechselt Und jetzt habe ich es noch mitzubauen Das ist zumindest das Schöne, dass die Ninja Turbys halt nicht ignoriert werden können Du kriegst halt die Damage Reduction von den Ninja Turbys Und du kriegst halt auch die Schadensreduktion vom Randoins Das kannst du halt auch mit der Rüstung Oh, Polo, aufgepasst Na, Polo musste heilen So kann er auf jeden Fall hier nicht verteidigen Redemption auch Und der Turm fällt halt eben trotzdem Der Top-Lane-Turm hat auch nicht mehr so viel Leben Also Sieht nach dem Slow-Push hier aus für One of the Thieves Wir haben schon mal bewiesen, dass sie in diesem Kluftschach sehr, sehr gut sind Dass sie wissen, wie man halt sowas ausspielt Dass sie Zeit schicken können Und mehr bräuchten sie auch gar nicht tun gerade Einfach nur Clutch Gaming in den Kampf verwickeln Damit die eigene Top-Lane dann den Turm pushen kann Ja, mal Clutch Gaming hat zumindest Disengage-mäßig sind sie gar nicht schlecht unterwegs Oh, Sodo, da musst du ein bisschen aufpassen Oder eben auf der Board-Lane das Böller minieren Die Axt hat halt gut dreimal gesloat Aber man hat halt einfach keinen Follow-up Du kannst ja nichts draus machen Und die Zeit drängt Ja, der Turm ist weg Da unten Ich glaub, der überlebt das sogar Oh, lol Na, wobei, das war ein bisschen random, dass die Mini-Mini-Zeit einfach durchfaschiert sind Einfach mittendrin so schön Aggro geswitcht Ja, aber Turm ist weg Und da sehen wir eben auch schon inzwischen One of the Thieves ist halt nach wie vor dran Solo will da zurückporten Meteos guckt rein Ein bisschen zu weit vorne, aber er will natürlich auch die Sicht jetzt aufbauen Der Nescher ist das Objekt Der Begierde Keiner will ihn abgeben Aber keiner will ihn auch fahrlässig anfangen Ja, wir müssen da wirklich beide Teams jetzt das Fingerspitzengefühl dort beweisen Auf der Top-Lane ist übrigens der Unterschied, der Mitarbeiter ist schon ziemlich groß Wenn du es dir anguckst Das haben wir halt halt die ganze Zeit gefahren, hat schon fast 100 CS Vorsprung Und ist auch fast eine ganze Seite in vorne Ja, allzu lange wird es nicht mehr dauern, dann ist er Vollbild Trotzdem hat er wirklich schon etwas größere Vorteile, die Clutch Gaming halt zwischenzeitlich hatte Und sie hat insgesamt noch 1000 Gold vorne Drake sind halt super ausgeglichen, beide Seiten haben einen Höllendrachen, einen Bergdrachen Die machen nichts her Und jetzt der Versuch hier einfach mal stumpf den Baron zu nehmen Tja, aber da kannst du so viele Control-Vaults haben, wie du möchtest Wenn eine Orianna halt hinter der Wand steht und dieses Mal ihren Ball ins Pit legen kann, der dir auch Sicht gibt Dann kannst du darüber halt keine Falle aufbauen Das ist richtig Da ist Orianna echt ein schöner Pick gewesen Gibt das auch echt nicht, wenn viele Champions hier halt einfach so die Freevision quasi geben können Ja, außer wo es halt aktiv gewollt ist, wie Escher oder sowas Wow, 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 Apollo, what the actually Jetzt geht's drauf und der Knock-Up hier findet ihr nochmal statt, wir bippen, abgeholt Das war mal Das Witzige ist jetzt, dass Apollo ja eigentlich derjenige ist, der halt viel zu aggressiv da reingemovt ist Ja, und damit den Engage ermöglicht hat Und für Biven halt sich so ein bisschen genötig gefühlt hat, anscheinend da halt noch mit in den Herzen steppen Und er halt derjenige ist, der halt wirklich direkt rausgenommen wird Mit Shockwave Und bei der Thumbs dort einfach weggenommen Baron Resetted Ja, der Poke, der macht sich bemerkbar Also Apollo kriegt schon einiges zusammen an Schaden Oh, schön old Er hat genau Code-Design getroffen, mit seinem gesamten Schaden Das ist aber noch mal Galio in der Backline Den muss man jetzt hier in der Flagge Jetzt kommt Rio nochmal mit dazu Black Shield Oh, der Schaden Oh, stark gemacht auch hier von Someday Der einfach zur Stelle ist Da will man, da muss man zurück On Ultimate Auch da nochmal der Knock-Up Apollo mit dem McCain-Shift Oh, ein Out-Attack fehlt noch Filler ist da, aber die Peste von Braum kann man hier nicht auslösen Und gleich ist für Biven wieder da Das heißt, man hat jetzt so lange gestalkt, bis Herr Q tot war Für Biven wieder da ist, was aber mit der potenziellen Shockwave jetzt wieder gefährlich würde Man hat ja die Eissäule insofern geändert, dass die halt ein Damage macht, damit man Assists und so weiter bekommt, wenn man das Ding setzt Das ist korrekt Prockt sie damit auch die Braum Passive Also sorgt die für Stacks Ist ja auch egal, hier wird erstmal Solo so weit angegangen Code ist dann da mit dem Kill, da gibt es nur die Galio Ultimate Wieder ein Mann weniger auf dem Feld Ja, aber du kriegst doch mit Fähigkeiten, kriegst du doch gar keine Stacks von Braum Also ich mein, Braum selber ja schon zum Beispiel über seinen Q Ja, eher über seinen Q, aber ansonsten 10-0 bis Auto-Tack, soweit ich weiß Oder irre ich mich da jetzt? Das kann sein Also warum sollte der Pillar die Braum Passive pocken? Weil es Damage macht Ja, aber du kriegst ja auch nicht Wenn Braum die Passive-Firma drauf hat und du triffst einen Binding mit Borgana, kriegst du ja auch keinen Stack Das stimmt Ist es spät Ist es 1.25 Ich hab mir das so in meiner Theorie gerade so schön ausgemalt Ach hier, guck mal, Apollo viel zu aggressiv Für Biven wird halt von allem getroffen, er flasht halt auch zu spät Für Biven hätte definitiv das sein Ultimate an der Stelle sofort flaschen müssen Blacksheet, wo es halt für Apollo verwendet werden, man hatte halt nichts mehr, um für Biven danach zu beschützen Und dann stirbt er halt ohne irgendwas machen zu können Hier dann quasi so ein bisschen das nachbeamende Situation Hier ist es okay, das Apollo hat aggressiv-Pokes, ein Ultimate war die Weltklasse Cowdy-Sun hat getroffen, der hat viel Leben verliert Das Bein Ding trifft leider nicht ganz Da kommt er wieder raus, man kann halt an der Stelle gleich noch mal vernichten Sian Ultimate ist wieder da Ah, das ist der Schaden auch von dem Sian Ultimate Allein das Ultimate zieht ja schon ein Drittel Leben von HQs Lebenspunkten ab Ah, ja, 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 ist das bitte Aber den Nasher könnte man verteidigen Es sah nicht gut aus, aber hier denke ich HQ nochmal abzugeben Und dafür den Nasher nicht zu verlieren, war eine gute Methode Ja, also generell kannst du auch gerne mal einen Kill abgeben Einfach nur, damit der Gegner den Nasher nicht bekommt Dafür ist Nasher einfach viel zu wertvoll Der Wolkendrache gerade auch nicht so lukrativ Dass man darüber nochmal irgendwie Gleichgewicht auf der Karte irgendwie anders Erzwingen kann Wow, sehr vorsichtiger Kuh Ein Face-Check zu viel Das kann so nicht gewesen sein Der Top-Lane-Push, ja Da wird er jetzt auch nochmal eingeblendet Ja, absolut Kommando Wind Das schärft das Ganze so halbwegs Es wird nicht reichen, den Turm zu verteidigen Das Kommando Badaminion überlebt das Ganze sogar gerade so Damit sogar einfach nur so für den Goldgrafen Wanderthiefs jetzt zum ersten Mal vorne U-Sodos vorne sehr weit alleine unterwegs Blacksheet hilft ihm da so ein bisschen Aber gegen den Pillar ist da halt wirklich nichts gewachsen Vor allem, du kannst doch als Ohrne den Pillar auch einfach zerstören Ich wundere, dass er da halt einfach mal gegendasht Und immer versucht außenrum zu laufen Das sieht bei Talia immer sehr witzig aus Wenn Talia vor ist und dann so eine Lücke drin klappt Ja Ups, jetzt kommt noch so ein bisschen der Poke hier durch Aber für Biven können die natürlich Weite Skins zumindest wegschilden Zu 100% reicht es auch nicht aus Alter, die Wave macht halt einfach mal weiter da Over Top-Lane Das ist ja auch das Gemeine Durch sowas kann übrigens auch dieser Farmvorsprung von Somnade entstehen Ähm, Solo? Solo? Hallo? Ja, okay Der hat ein ziemlich großes Problem Ja, da gibt jetzt hier nochmal die Tilla Abgold So eine Catches wird nicht passieren Er hat davon halt gar nichts verloren Wenn er genau weiß, dass halt Einer seiner Mates gerade unterwegs ist Um die Top-Lane raus zu pushen 50 Sekunden down und damit die Überzahlsituation Und das am Baron Das ist keine Frontline mehr Du kannst, Lyra, ab dem Zeitpunkt Kannst du Olaf nicht mehr als Frontline werten Sobald er sein Ultimate aktiviert Wird er halt einfach innerhalb von 4-5 Auto-Tags Durch Catelyn halt umgekrittet werden Das machen sie auch clever, ne? Dass sie halt Meteors vorne lassen Um den Gegner halt zu bedrohen Und die anderen schon mal den Nasher anfangen Er kann sich dann halt einfach dazu begeben Aber der Ball ist im Pit Also die Gegner wissen, wie Loaded Nasher ungefähr Ist, aber es gibt keine Möglichkeit Leider muss er zitieren, wenn sie irgendwas machen wollen Ansonsten werden sie halt einfach gaged werden Oh, wow, der Schaden Er ist ja Wahnsinn Der Kuh direkt mal hält dem Leben wieder verloren Da sind natürlich jetzt die Trapstar Der Kripp 1084 Damage Da halte ich fest Und Schiss, der wandert direkt in den Friedhof Ja, und damit jetzt sogar 5 zu 3 Die Überzahlsituationen Das wird hier immer schwieriger gerade Aber es ist genau richtig One on the Thieves nutzen das halt mehr und mehr aus Es ist halt einfach die Combo mit der bombastischen Frontline Und einem starken Hypercarry dahinter Ja, Solo allerdings jetzt mit dem Teleport Dazugekommen Ich wollte nicht den Nasher holen Die wollen jetzt einfach mit Galio da und rein Keiner weiß, dass er kommt Der Flash Und Apollo Flash raus Der hat 2,6 drauf Mit der Ultimate kriegt er da ab Jetzt gibt es noch mal die All-Ultimate Aber Lira abgeholt Hier nochmal der Knock-Up Rio, schönes Stopwatch Apollo Schafft den Shutdown Muss aber mit dem eigenen Leben bezahlen Dadurch das Ganze aber tatsächlich noch mal richtig knapp geworden hier Oh, das ist doch gedurcht Da kommt da nicht mehr raus Das war eine richtig geile Shockwave von Biven Ja Die hat viel gerettet Also guter Versuch von Rio Es hat halt so einen Millimeter gefehlt Wenn Rio an der Stelle für Biven noch kurz in den CC mit reinbekommen Kann das auch anders ausgehen Trotz der Läuterung Da hat sich auch schon den Nashor-Debuff alle mit drauf So jetzt guck dir mal hinten Code-San an Code-San Oh, da hat sie empfangen jetzt genommen damit reinzugehen Aber die Shockwave trifft halt einfach so gut wie jeden Und das hat halt viel ausgemacht Alle stehen halt geklummt Und können halt komplett durchgezieht werden Da hat man halt wirklich keine Engage gebraucht Da war die Shockwave quasi der Engage die man zur Verfügung hatte Aber auch bloß weil halt alle reingelaufen sind Der Teamfeiert geht halt dadurch weitestgehend ausgeglichen aus Aber dafür, dass es halt eine Unterzahlsituation für Clutch Gaming war Was natürlich für sie hier viel viel besser Dass sie halt den Teamfeiert halt noch so even spielen können Ja, man sieht auf jeden Fall Dieses letzte Spiel ist umkämpft Das ist knapp Und da melden sich auch nochmal die Ultras der NLCS Was schon die Gigas hier Wir machen auf jeden Fall ordentlich Stimmung Auf den Clutch Gaming momentan halt das Team ist, was halt auch von der Komposition her Irgendwie ein bisschen hinten liegt Was ihre Möglichkeiten angeht Sind ihre, und das meine ich ja vorhin Ist halt ihr Damage trotzdem vorhanden So ihre Damage-Scatings sind halt vollkommen okay Und die Shockwave hat es halt eben bewiesen Gut gesetzte Shockwave macht einfach so viel aus Die andere ist auch mittlerweile davor bei Verbiven Ist für ihn jetzt auch ein wunderbares Item gegen Frontlines Tankst du ja, oder kämpfst du normalerweise ein bisschen länger Und kannst halt auch noch diesen extra Schaden gut ausnutzen Plus der prozentuale Schaden, den du halt mit deinen Fähigkeiten Die du auch ziemlich spams, halt gut verwerten kannst Passt gut rein Ich bin gespannt, was dein letztes Item werden wird Ich bin halt überlegen, was man damit reinbringen könnte Und halt eher ein bisschen in Richtung Sicherheit geht Und zum Beispiel Stundenglas oder Benches mitnimmt Oder halt nochmal komplett sagt Hey Freunde, ich hol mir noch einen Morellos Oder gegebenenfalls auch sogar einen Kristall-Zepter Mit dem Q, den du spams, wäre das halt ein bisschen sehr Also es ist normalerweise kein Item, was du auf Oriana haben möchtest Aber könnte ich mir da vier Mann Frontline In dem Szenario vorstellen Weil der Q dann halt extra effektiv für dich funktioniert Das stimmt Aber jetzt spieß mal umgedreht Auf der Botlane der Turm zerstört Denn sie haben ja auch einen Kommando-Banner über Solo Aber der Turm war eh schon fast platt Goal-Technisch, wie gesagt, ändert sich dann nicht viel Da sind beide Teams auf Augenhöhe 4 zu 3 in Türmen Also ich denke, jeder Teamfight kann jetzt der Letzte sein Oder kann der Entscheidende sein Sobald einer eindeutig ausgeht, dann war es das für einen der beiden Teams Ist ja auch goal-Technisch noch immer sehr nah beieinander 500 Goal-Vorsprung ist halt hier überhaupt nichts mehr Ja, Sion unterwegs, trifft aber niemanden an Apollo hat einen Crit kassiert Hälften Leben weg Galio Ultimate auf die Backlight Oh, Solo! Solo lebt noch! Jetzt gibt's nochmal Redemption hinterher Zack, der Knock-Up von Sion! Aber Solo kriegt ne Menge Schilde und man bekommt die nicht Auch Lyra ist low, aber das ist egal In der Zwischenzeit verliert der Turm unten auf der Botlane immer weiter Leben Also das Galio Ultimate hat mich halt gerade wirklich gewundert hat Niemand war dabei, den Adi-Carry zu bedrohen Und trotzdem hat man halt schon so ein bisschen vorbeugend Da hat Caitlyn direkt geultet, die halt überhaupt nicht gut stand Und mal das Galio Ultimate platzieren zu bekommen Aber es ist nun mal ne Protected Carrycom Da wollte man auf Nummer sicher gehen Der Nasher ist aber hier noch nicht 100%ig safe Lyra aber schon ganz schön angegriffen, der muss ja aufpassen Oh Gott, Solo! So weit vorne, Shockwave Rütige Flash von Meteors, der überlebt das ganze Someday er längst halt auch nicht mit dem Der Baron resettet Dieser Baron hat jetzt die Wave macht einfach weiter Nimmt den nächsten Turm hier nochmal, den Nivitor-Turm Zu langsam wird's da ungemütlich Das wäre halt der dritte Turm, den sie halt mit einer Wave bekommen, die sie voll gestalt haben Und dem Kommando-Banner-Minion Ja, das ist inzwischen down, aber es sind halt ne Menge Caster-Minionen unten noch Ja, die machen halt schon schaden Sein hat immer noch seinen Teleport zur Verfügung Also den Nasher kann man hier auf jeden Fall verteidigen Wird jetzt ja auch eingesetzt Ja, aber so bekommen wir auch den Teleport Vollkommen okay Also der Calli auf jeden Fall der Richtige Oh, jetzt die Ultimate, aber Morgana, Black Shield hat da nochmal geholfen Shockwave noch auf die Rüge Solo, zack Ah, gerade sind die Stacks ausgelaufen Ja, Polo versucht aber wirklich hier einen Schaden durchzubringen, was er kann Geht auch für die sehr aggressiven Dashies an der Stelle Aber er trifft ziemlich gut Also Schaden bringt er auf jeden Fall mit raus Aber was ein Berend Also überhaupt, was ein langes Spiel 44 Minuten Ist glaube ich das längste Spiel der Playoffs bisher Wieso portet denn Ryo bitte von der Base, wo er einen Homeguts buffert auf seinen eigenen T2-Turm Um halt drei Millions mehr zu bekommen What the fuck Das weiß ich nicht Frag ihn mal Also ein bisschen verschwendet 45 Minuten verstrichen Und jetzt wieder Slow-Push für Wonderland Thieves unterwegs Auf der Top-Raine Ist es auch immer ein Push gegen sie Aber es könnte sich hier mit der Wave, die halt gerade dort kommt Sogar direkt resetten Eieiei Das ist halt wirklich Schon böse Begehrt bis jetzt Vier Drachen bekommen Aber wie lange Allein schon dieser Wolkendrache da ist Dadurch, dass wir die 46. Minute haben und immer noch ein Wolkendrache da ist Das ist mir nicht aufgefallen Ich muss den Ball jetzt mal an die Ecke mit reingelegt Ah, sie sind gerade zu zweit an diesem Nasher Das ist gar kein schlechter Plan Sie brauchen Weichen für Und dadurch, dass sich alle drei anderen zeigen Minimieren sie so ein bisschen das Risiko, dass man versucht, da für einen Spot zu gehen Jetzt wurden sie glaube ich Naja, jetzt hat man es gerade gesehen Das Bluton geht, wurde rein platziert Redemption nochmal ausgelöst Jetzt weiß man auf jeden Fall, was Phase ist Das hat auch ein bisschen langsam für Der Carry fehlt halt Der DBS da Aber man kann ihn trotzdem zu Ende bringen Und da ist er genommen worden Tatsächlich für One-Hour-Thieves Jetzt nehmen sie nochmal den Fight Lira Seine Ultimate Und dann gibt sie auch ein Ultimate für den Re-Engage Someday abgeholt Abform hat auch nicht mehr viel Leben Someday in der Passive Böllert da noch ein bisschen durch Aber Mehr ist nicht drinnen Kill für Nescher Vollkommen in Ordnung Ja, die Frage ist, was man jetzt noch hinten dran verliert Bisschen ärgerlich, dass der Elder-Drag Wirklich auch nicht spawnen konnte Hätten wir mal den Cloud-Drag gemacht Ja, aber überleg mal Der Cloud-Drag ist ja schon seit über 15 Minuten Seitdem die ganze Zeit um den Baron tanzen Nicht angegangen worden auch Du weißt ja im Endeffekt auch immer vorher nicht Ist es jetzt für dich gut Oder ist es für dich eher schlecht Wenn du jetzt Platz für einen möglichen Elder-Drag warst Der Nescher ist ja jetzt zwar hier weggegangen Aber du wirst halt auch viel Zeit von diesem Nescher verlieren Alleine wenn du halt schon einen Spieler dabei noch verloren hast Das ist nicht ganz so tragisch Goldtechnisch war es halt trotzdem ein guter Deal Goldtechnisch hat vor allem auch Cody's schon seine Schuhe verkauft Aber wir kommen jetzt natürlich auch in solche Zeitbereiche In solche Bereiche, wo schon so viel Gold im Spiel ist Das ist halt egal, ob jetzt mal 10, 20, 30.000 Gold vorne ist Hier haben wir das Ganze ziemlich sneaky angefangen Es wurde gespottet Man kam auch nicht dicht genug ran Also die Positionierung von Runner hat dies war da gut gewählt Lyra kann halt nicht einfach so alles ignorieren, was dazwischen steht Muss halt zu dem Knallzer bekommen Der wird von Meteors vorher genutzt Damit hat er halt keine Chance, da mal für den Steel zu gehen Das Ding gibt in einem Defekt sogar in Caitlyn Also keiner der bei den Junglern, der ihn bekommt Und dann muss halt Lyra zusehen, dass er da noch rauskommt Das halt nicht ganz so einfach für ihn war Aber er hat überlebt In Summary konnte man abholen Sollte er auch gleich in der Lage sein, sein letztes Item auszubauen Frage ist, was wäre wirklich besser für ihn? Stundenglas oder Ich denke, das Banshee ist vielleicht sogar besser Um halt den potenziellen Engage von dem Sion Oder halt auch diesen Flash-Taunt von Galio halt einfach dort wegnehmen zu können Das ist halt ein großes Risiko Der Gerber wird jetzt halt sein Item direkt ausbauen können Einen Turm, den kann man ruhig ausgeben Das ist jetzt nicht ganz so wichtig für dich Ja, 5-5-Türm, das ist halt immer noch sehr ausgeglichen Ja, wir dürfen gehen nochmal zurück in die Base Jetzt, Banshees, ja Ich denke, das ist die bessere Wahl Da würde er sich richtig entschieden haben Im Übrigen, so gut Warnert Thieves zuletzt mit Galio über die Sidelines gespielt hat So weniger gut läuft es momentan für sie über die Sidelines Trotz des Baron Buffs hat man da nicht drüber gearbeitet Man will halt Mitte runter, Orn-Ultimate geht hier durch alle durch Ezro-Ultimate Der Ball liegt doch, der Ball liegt doch Oh, da kommt die Shockwave Aber trifft da auch nur die Frontline Ich meine, gut, der Einzige, der kein Frontliner ist, ist eben Cody Sun Der steht jetzt ironischerweise ganz weit vorne Aber er hat gerade Shockwave genutzt, er hat schon wieder ein Viertel von dem Cooldown wieder Der Cooldown ist halt wirklich lächerlich gering jetzt Toplane, ein Slowpush für Clutch Gaming Also generell, in meinen Augen, One of Thieves, muss auch die Sidelines besser vorbereiten Oh, das ist jetzt gefährlich Clutch Gaming haben halt immer noch Hälfte Cooldown von der Shockwave Die Wave hätte sie nicht verteidigen können, haben sie in der nächsten Wave Shockwave ziemlich sicher wieder parat Ja, das ist egal, der Schild ist einfach schon riesig von Ezreal Der Mann kriegt halt Haku's Schild, er kriegt den Ori-Schild noch mit dazu, er hat den Plutus mit dabei Kommt echt viel zusammen Ich sag nochmal, also wenn One of Thieves da die Sidelines doch besser vorbereitet, dann ist da noch mehr drin für sie Ja, der Nash hat er verpufft jetzt Ja Haben sie zwar geschafft, zwei Türme zu bekommen, aber die Türme sind, wie gesagt, es ist vollkommen egal, ob du jetzt die Türme bekommst oder nicht Goldtechnisch sind sie nicht wichtig Es geht bloß noch darum, wirklich an diesen Nexus ranzukommen und halt ein Teamfight dementsprechend auch klar zu gewinnen Boah, das ist natürlich auch Damage-Technisch jetzt nochmal ziemlich geil Hab ich ja noch gar nicht dran gedacht Wir haben natürlich einen Ornn mit im Spiel Und der Ornn gibt natürlich in Sachen Late-Game nochmal so einen kleinen Extra-Post für dein Team Das stimmt Und Clutch Gaming haben momentan, und ich muss es wirklich so sagen, sie haben halt den Luxus, dass aktuell One of Thieves zu ihnen kommt Da kann es dir halt wirklich egal sein, ob du engage hast oder nicht Solange die halt so hart versuchen, die gegnerische Basis zu belagern, ist das vollkommen fein für sie Und der Schaden von Clutch Gaming ist dafür gut genug Inzwischen auch fast alle Full-Item-Build-Ausnahme wie so oft die Supporter Also von daher, die Goldwerte sind komplett egal Hier und da fehlt ein bisschen was, gerade Lyra hat zum Beispiel auch noch nicht fulles Item-Build Aber er muss auch später immer einen Slot halt noch frei halten, um halt Control-Vaults kaufen zu können, da kommst du halt nicht drüber rum Da hat sich halt Videos eher gedacht, so, nee, ich baue mir die Items, ich brauche nicht mehr hier für sich zu sorgen, dafür haben wir einen Support Ja, das ist so das Arme-Lostes Ich finde, Wards sollten einen extra Items-Lot haben, einen eigenen, der nur für Wards ist Ich finde das ehrlich gesagt ganz gut, dass du hier halt schon so einen Item-Items-Lot mit einnehmen Du musst dann halt mal abwägen, was ist wichtiger? Utility und die Sicht zu haben? Oder willst du halt einfach den Schaden und die Tank-Innes haben? Und auch im Late-Game sind Control-Vaults natürlich noch super viel Wert Vielleicht auch für einen Nasher, der hier auch um 1.35 wieder dabei ist zu spawnen Einfach straight-up auf diesen Interview zu marschieren ist halt sehr, sehr schwierig Und nicht so einfach für One-Hunt-Leaves Ey, das war gerade 2667er Crit von Caitlyn Ja, halte ich fest Full Item-Build 6 Items, Schuhe verkauft, 100% Crit-Chance Das tut schon weh Vielleicht hätte ich auch nochmal den Skimmit da mit dazu Gar nicht so einfach da an sie ranzukommen Eine Minute noch, bis der Baron wieder da ist Der Wolken-Grach ist halt immer noch da Die haben einfach keinen Bock auf Drachen gefühlt Boah, Polis-Schein ist echt nicht verkehrt Also Sam-Man, der kassierte einiges Hat sich natürlich auch für ein Item-Build entschieden Der ihm halt mehr Magier-Resistenzen gibt Und das ist natürlich sowohl gegen eine Blade Als auch gegen die ganzen Cues Die von 1.3 gespammt werden nicht so gut Das Ironische ist, in meinen Augen Hätte One-Hunt-Leaves schon längst auch einen Drachen nehmen sollen Weil die hätten zu dem Zeitpunkt ja schon zwei Arndrachen haben können Damit die auch nochmal Pressure aufbauen können Wir wissen, wie stark der zweite Arndrache ist Das ist ja wahr, ne? Klar, hätten sie jetzt machen können aus unserer Sicht Aber das wissen sie auch vorher nicht Dass die da so einfach eine halbe Stunde um den Baron spielen Das ist so das, was ich auch meinte Sie können ja vorher nicht abschätzen, ob der Baron oder ob der Drake quasi für sie immer gut zu nehmen ist Und theoretisch, wenn es halt auf einmal doch ein bisschen schlechter läuft Und es sah aber auch nicht so gut aus Kann es ja auch sein, dass du dem Gegner damit halt Freiraum verschaffst, selber ein Ende-Drag zu nehmen Das ist richtig Das ist halt so ein kleines Glücksspiel an der Stelle Ja, und deswegen einigen sich beide auf den Wolkendrachen, den keinen interessiert Nach wie vor nicht Lässt ihn einfach stehen Ja, ich meine 54 Minuten immer noch Wolkendrache Aber der Nashö wird jetzt in das Sand Der Nashö gibt dir jetzt auch einen ordentlichen Powerboost Er sollte mittlerweile auf dem Maximum an Powerlevel auch unterwegs sein Und dann gibt er halt 80 AP insgesamt Das ist schon ziemlich viel Das Ganze wird ja auch nochmal verstärkt durch für Bivens Deathcap zum Beispiel Top Bane ist der Push To one of the thieves Boah, sie werden sich da den Turm wahrscheinlich auch gleich geringen können Er hat nicht mehr so viel Leben Kommando Banner nochmal direkt eingesetzt Jo Das sollte reichen für den Turm Naja, mit dem Kommando Banner kann Aphromo auch gut Gold farmen Diese Lastes von den Kommando Banner Basalen, die kriegt er halt angerechnet Ja, das war der Turm One Ultimate jetzt Der Knockup Flash weg Cody Sun Und Hauptsache er wird nicht engaged Der Rest ist halt einfach Frontline und dann egal Aphromo kommt mit dazu Er soll Ultimate abgeblockt Das war ein nicht so schön gespielt von für Bivens Den Ball gerade ganz weich hinliegen lassen Und halt wirklich zwei bis drei Spells halt dadurch verloren Die er hätte nutzen können in dem Teamfight Die Shockwave auch nicht optimal gesetzt Aber für den Moment sollte man halt hier in der Lage sein Zumindest etwas Schlimmeres zu verhindern Jura hat sein Ultimate noch Das ist übrigens jetzt so eine Chance, die One of the thieves hat Wo sie halt selber auch gut für den Gage gehen können Apropos Da ist man direkt unterwegs Brom Ultimate wäre ja noch da Galio, der ist auch ein bisschen schneller unterwegs Muss jetzt hier aber abgebrochen werden Der Knockup hat ja niemand getroffen Oh Gott, der Damaged gegen Apollo Der muss aufpassen da Der Blutwister, also der könnte sich da schnell hochheilen Aber er hat auch kein Iceborne mehr Da merkt man die Schaden von Cody's dann vielleicht auch umso mehr Ärgerlich One of the thieves ist jetzt in einer etwas besseren Position Um da an den Nash halt anfangen zu können Es ist absolutes Kluftschach hier Wer wird im Finale gegen Team Liquid spielen? Ja, Solo Richtung Toplin unterwegs Der muss die Waves erstmal wieder rauspushen Aber das ist jetzt auch die Möglichkeit für den Nash zu gehen Teleport ist draußen Kann man daraus jetzt was entwickeln? Oh, ist der Nash low und sie brechen ab On Ultimate konnte halt eben nur so frei eingesetzt werden Wenn der Braw mal gesplittet war An der Stelle kann man nicht straight up dort einfach so rein marschieren So, Lira ein bisschen weit weg Gleichzeitig Botlane Push On Ultimate Das sieht nicht schlecht aus für Clutch Gaming gerade Das Setup ist so schon mal ziemlich gut Aber da ist der erste Down Solo Ist Geschichte Und jetzt könnte sich das Ganze drehen Someday low schafft es aber weg Währenddessen halt eine riesige Wave unten Apollo, Flash hier Sind in der Überzahl Aber letztens Clutch Gaming will einfach nur, dass sie nicht Base gehen Sie wollen einfach nur verhindern, dass sie Base gehen, damit sie ein Nibitor bekommen können Naja, apropos das ist ziemlich slow Teleport aber wieder draußen Da kann niemand Base gehen So einfach ist das gar nicht Galio kann da unten in Nibitor nicht mehr verteidigen Aber er hat immer noch sein Ultimate Also er ist dadurch, dass alle Teleports draußen sind Someday halt nicht auf der Botlane ist Kann er ja trotzdem noch mal relativ schnell mit dazukommen Aphromo jetzt wieder auf dem Weg Ach, was für ein Was für ein Hin und Her Aber die Sideline-Kontrolle ist halt die bessere von Clutch Gaming Also ich meine Sie haben alle Türme auf der Botlane Haben sie durch Slowpushes bekommen Inklusive Nibitor Gleichzeitig aber jetzt auf der Midlane Ähnliche Situation Die ist im Endeffekt zwar ein bisschen einfacher zu verteidigen Aber auch da wird der Nibitor bald fallen Währenddessen ist man dran Jetzt diesen Baron hier zu holen Der Baron Und er sealt ihn Verbiven sealt ihn Und das nicht mal mit der Shockwave Ohne mit der Wimper zu zucken IQW ist natürlich auch nicht zu unterschätzen Aber sie verlieren auch noch den Nib in der Mitte Aber für den Moment haben sie jetzt einen saustarken Teamfight Ich meine, sie haben einen von den Furnal Drax bekommen Sie haben jetzt auch mal diesen zusätzlichen Damage Buff Den sie halt von dem Nasher bekommen Und sie haben die Orn-Items Das gibt einer Oriana schon einen ganz schönen Boost Und guck dir mal den Schaden an Guck mal, ob wir das gleich sehen Guck mal, der hat ihn einfach von 1100 runtergeburstet Der kannst du gar nicht gegen Smiten So viel Damage hat er in Smite gar nicht als Jungner Also hier für Bippen wirklich eiskalt Es sind einfach diese hohen Damage-Werte Die er halt über seine Items erreichen kann Ja, da ist natürlich ein D-Andres sehr, sehr gut Wenn du da so lange im Fight bist Und diesen prozentualen Schaden dazu bekommst Ja, das verbesserte Deathcap Er hat ja wirklich alles schön ausgegeben, was er ausgeben konnte Die Frage ist halt bloß, ob man damit das Spiel jetzt beenden kann Es ist halt immer noch was anderes Der zweite Nasher wird halt nicht einfach verdoppelt vom Potenzial her Der Skeletor bloß mit der Zeit Es ist halt immer noch kein zweiter Elder Drake Aber Kommando Banner Minion sind am Stüssel Auf jeden Fall hat sich die Situation hier so ein bisschen umgekehrt jetzt Das Klatschgaming das Dieb, was dir drückt Wirklich Komplett ausgeglichenes Spiel Bisweilen Eine Stunde haben wir jetzt fast schon erreicht Die wollen es halt nochmal richtig, richtig spannend machen Man ist gerade auf Apollo Apollo sogar auch mit Rageblade inzwischen Und Trinity, dem geabgeordneten Ja, aber die Reichweite von Catelyn reicht halt immer wieder aus Um sie halt diese Waves zum Aufgeben zu zwingen Catelyn ist halt das Ziel, was man erreichen muss Wenn du Catelyn nicht bekommst, ist der Team ja dann wirklich schwierig für dich zu spielen Und das ist nun mal nicht so einfach Wie ungewollt sich dieser Wolkendrache fühlen muss Das ist ja richtig Mobbing gegen den So 60 Minuten und immer noch ein Elementardrache Das ist wirklich ein schlechter Witz, aber Klatschgaming So, das geht halt hin und her Also für beide hätte es halt ein guter oder ein schlechter, die wir sein können Was kann halt wirklich schlecht abschätzen Klatschgaming die ganze Zeit so ein bisschen hinten gewesen Jetzt halt erstmalig mit dem Nash-Buff wieder vorne Oder Pillar Oh, sie haben wieder einen Cannon-Manier mit dabei Aber noch kein Kommando-Banner Und der Schaden verkehlt Shockwave ist raus Und nur gegen Someday Ja, das war nicht gefährlich Someday könnte sogar überlegen, ob man jetzt halt einfach für den Teleportplay geht Ich meine, sie haben die Wave jetzt in der Mitte Jetzt muss man halt auch nicht mehr mit Slowpushes arbeiten Jetzt kann man halt einfach mit den Supervasalen arbeiten und sie arbeiten lassen Ja, was hältst du jetzt nochmal schöne fünf Tiebreaker-Games Boah, hatte ich richtig Bock drauf Ja Übel 60 Minuten Das ist das längste Spiel in diesen Playoffs definitiv Und eins der längsten Games auf diesem Patch definitiv Also Ja Und wird wahrscheinlich auch eins der längsten Games auf diesem Patch bleiben Denn danach gibt es ja auf dem Patch nicht mehr so viele Games Wir haben noch die Playoff-Finals So, jetzt der Wolken-Drache Nach 60 Minuten den Elementar-Drachen geholt Nice Du sagst, bloß noch mal ein paar Minuten warten, bis der Elder-Drack kommt Was wohl jetzt der nächste Drache sein wird, Kappa Ja, steht doch da, Cloud-Drack Jo Ich glaub, der Typ, der halt diese Anzeige macht, der hat da selber nicht mehr dran gegriffen Hat einfach nur Split-Lade mit dem Cloud-Drack gehabt Und sagt jetzt einfach, hier Freunde, den Ehren an den Cloud-Drack Ah, jetzt hat er gewechselt Jetzt steht auch Elder-Drack da Und die Nipps werden halt auch so ungefähr zeitgleich kommen Ich glaub, der mittlere Inhip von Clutch Gaming wird so 30 Sekunden bis ein Minütchen später kommen Aber es sollte keinen Unterschied machen, der jetzt hier von Ultra-Wichtigkeit ist Und da ist er Der Held, der das Game Mehr oder weniger wirklich alleine carryen muss Darauf ist das Team komplett ausgelegt Clutch Gaming ist halt nur am Mittelpunkt Das ist richtig Quasi, das sind zwei Kommando-Binniens auf einmal Ich war schon auf den Augenblick, wo man halt anfängt, Items zu verkaufen Minien halt zu buffen Kommando-Banner wieder verkauft Und dann wieder umsattelt Und dann baut sich der Inhibitor wieder auf Man kann's ja mit Z-Rod auch ähnlich machen, Z-Rod platzieren Aber da ist die Reichweite ja auch nicht mehr so groß von dem Ding Ja, da waren wir gerade schon fast bei einem 3000er-Crit Wenn gegen Caster was rein, kriegst du ja auch noch ein bisschen mehr Bonus Der Schaden ist halt phänomenal Das ist auch eine Variante hier, die wir von Galio sehen, der halt auch Full-AP geht Das wundert mich ehrlich gesagt noch so ein bisschen Da hätte ich auch erwartet, dass Ryo vielleicht halt sein Item-Build nochmal irgendwann anpasst Weil die sind halt auch nicht schlecht, die wurden halt hochgesetzt Aber ich glaube halt hier einfach noch in der Frontline mehr zu haben, würde vielleicht sogar mehr bringen Um halt Cody Thunder noch ein bisschen mehr Freiheiten zu verschaffen Aber es ist auch okay Bin gespannt, ob die Midlane auch nochmal ihre Schuhe verkaufen werden Das ist aber die Ding und die Mobilität halt immer noch so wichtig Das stimmt Das schön ist halt, wenn du Ard-Carry spielst, kannst du halt diese Mobilität, die du verlierst, nochmal ausgleichen Und dir halt irgendein Item holen, sagen wir mal zum Beispiel einen Fettimlenzer an Catelyn's Fall Was dir halt einfach prozentuale Bewegungsgeschwindigkeit gibt Als Mitleiner hast du da halt kaum Varianten Und ein Litch-Bane zum Beispiel ist jetzt kein Item, was du unbedingt auf Oriana kaufen möchtest Naja, frag mal ein paar Ovivel Ja Oh, der Damage von Catelyn 80.000, über 80.000 Bei der Ard-Carry ist gut dabei Ah, und da sieht man jetzt auch den Unterschied Du hast halt bei Galio, trotz Full-API-Item, nur 18.000 Schaden Ja Das ist halt so dieses Ding, warum ich meine Dass es für ihn auch durchaus wertvoll sein könnte Hier einfach in Richtung Full-Tank nochmal umzusatteln Was passiert eigentlich, wenn du einen Rod of Ages verkaufst Und wieder neu kaufst Du musst ihn neu stacken 10 Minuten, ne Schätze schon Na, der Tanz geht gleich wieder los Noch knapp 40 Sekunden Juhu Dann ist der nächste Nasher wieder da Zumindest hast du jetzt mit dem Arndrachen nochmal Eine Möglichkeit, das Spiel so ein bisschen zu entzerren Na, Mori, was glaubst du? Würdest du noch einen zweiten Elder Drake geben? Das glaube ich nicht Aber letzten Endes, die Tatsache Also der Bellentanz kann halt wieder ein bisschen lange dauern Ich weiß gar nicht, wie lange der letzte gedauert Ob da jemand irgendwie Buch geführt hat Aber im Endeffekt, wenn der eh nicht lange dauert Dann wird der andere da sein Und dann kann es einen Trade-off geben Guck, die sind halt exakt gleich auf vom Gold her Das ist ja wirklich Wahnsinn Über eine Stunde Und der Goldwert unterscheidet sich halt nicht Es ist Kluftschach Das ist einfach nur Kluftschach gerade Denken, geil, Ostern Was machen wir? Kluftschach spielen Es ist Spaß für die ganze Familie Hat man die ganze Familie mitgebracht? Na klar, wenn die Leute in Europa halt schon mal Freizeit haben Und einen Feiertag Dann kann man auch ein bisschen länger machen Finde ich gut Dass die uns so eine Unterhaltung bieten So wie es auch sein sollte Und als vorhin noch so Ja, wir sind auf jeden Fall vor zwei Uhr raus Wie spät haben wir es denn jetzt? Mh Oh, wird knapp Ich kann gut mit dem Ich kann ja morgen ausstarten Denk dran, wir haben 16 Uhr D&D Ah, stimmt, da war ja was Ich will doch noch streamen Mit Dodo Wars muss auch noch hochgeladen werden Ist er? Aber hochgeladen ist es schon Ich weiß noch Alles einrichten Anderthalb Minuten ist auch der Andrachen Zustelle Jetzt gibt es hier einen Teleport Ah, Apollos Schild Wurde ich mal direkt ausgelöst Rio macht dafür nicht wenig Schaden Aber der Schild ist halt auch so schnell Wie er gegangen ist Sofort wie er da Warum muss er sich jetzt keine Sorgen machen Der guter Apollo Ich habe sein eigener Schild Auch die ganzen Support Shields Von seinen Kollegen So, du musst ein bisschen aufpassen Schaden ist da Tanks im Late Game Kassieren halt doch ein bisschen mehr Ja Ja, das Der Moorische Fluch Das ist die Rache Weil es gestern nur vier Games Waren nämlich fünf Wow Apollo da mit dem McCain Schiff schafft es weg Weil er braucht halt drei Autotext Und er hat halt wieder full life Also ich meine Beide Teams haben alles zur Verfügung Alle Summlers Alles Alle Ultimates Blade hat jemand genutzt Um Summende hier Eine zu verpassen Oh, der Elder Drake Der ist jetzt auch in 30 Sekunden da Ja Was ist das? Oh, der Pillar Oh, der Dash wurde blockiert So, du stack das so ein bisschen drin fest Aber man kann nichts draus machen Das ist so ein bisschen SGT gegen Jener Green Wings Ja, das Ding ist einfach One of Thieves kommt nicht an Apollo oder an vier Bülven ran Und auf der anderen Seite Kommt man auch nicht an Cody's dann ran Weil wegen dicke Frontline Das Ding ist halt einfach, dass der nächste Team Weil das Game entscheidet Und darüber entscheidet, wer halt im Finale ist Und wenn nicht Das ist einfach Im Prinzip ist das einfach ein erweiterter Top-Nate-Fight Oh, Solo, Solo, Solo Oh, da ist der Kill Kommt da jetzt was? Geht da jetzt was? Jetzt sagen sie natürlich alle Come-Engage-Kinners Wir haben die Überzahl Das ist keine Frontline-Liefer da 70 Sekunden Todestimer Es ist halt einfach nur Wenn Tanks aufeinander einkloppen, Mais So eine schöne Tankmeter Ja, aber auf einer Seite hast du halt eine Caitlyn, die halt noch auf den Tank mit einkloppt Und auf der anderen Seite hast du halt keinen Hyper-Carry Die auf den Tank mit einkloppt Was halt den Unterschied ausmacht Also Caitlyn hier einfach in der Lage gewesen Leute gefährlich besucht Ja, aber auf der anderen Seite Trades man jetzt mit einem Armdrachen Das ist halt zu ärgerlich Solo versucht halt immer Durch diesen Pillar halt Durch zu chargen Und bleibt halt immer in diesem Pillar hängen Also er packt ja mal ganz komisch fest Das ist bemerkwürdig aus Das ist halt jetzt die Frage, ne Ob der Nash ja Der gibt halt auch ordentlich Das Bittere ist halt, dass er Flash-Up hat Ja, er wollte halt auch rausdashen So hat sich das auch schöner vorgestellt Normalerweise solltest du ja auch Mit Ohren halt mit diesem Pillar dort handeln können Aber es ist halt zwei oder dreimal Ist halt in diesem Pillar halt gestuckt So, jetzt versuchen sie es Bekommen auf jeden Fall den Inhibitor Der Andrache ist sehr, sehr nett Mit den Drachen, die man schon hat Aber Solo ist immer noch down Ja, ein paar Sekündchen noch Und dazu auch immer wieder Kommando-Banner am Start Ja, das ist halt auch Ein 4 Drake entfernt Äh, ein 4 Drake, Elder Drake Er ist halt auch nicht schwach So, damit kannst du durchaus gegenhalten Ich weiß gar nicht, ob der Tausch jetzt hier mit dem Nash ja halt so gut war Oder ob nicht einfach der Elder Drake besser gewesen wäre Ich hab's eben noch angesprochen Zweite Elder Drake, Mori Ich sag's dir Ja, es kann tatsächlich noch passieren Der wäre jetzt halt für Clutch Gaming So, das war halt echt GG Oh, für Biffen hat eine Menge Schaden genommen Schon mal Jetzt die Shockwave Nicht Oh, ganz ah Oha Äh, äh, ich hab nur auf den Cooldown-Timer Der hat sich einmal gekringelt gerade Achso, das passiert immer, wenn der Ball in der Luft ist Weil ja, in dem Moment, wo der Ball in der Luft ist Kannst du keine Shockwave einsetzen Wenn du zum Beispiel im Q da so hin und her Manövrierst Ich glaub, dann ist es manchmal so, dass der Ja, aber auch nicht immer Ne, ne, nicht immer, aber so manchmal Deswegen, ich dachte, ich würde schon mal beigetragen Ich wäre auch schon da aufgefallen, ja Also, ich mein, es ist so spät, dass ich grad selbst der Cleef hier kurz neu geladen hat Ja Der muss da ein bisschen nachgeben Ah, der Baron-Buff hält noch 1,30 Natürlich auch von der Länge her da ein bisschen besser als der Elder Drake-Buff Und ich glaub, das ist so das, worauf wir jetzt 200 Tees hinaus wollen Einfach bloß darauf warten, dass der Elder Drake-Buff ausläuft Und selber noch mit dem Vorteil vom Nash-Buff dort Versuchen, die Inips zu nehmen Das ist auf jeden Fall ein Plan, der hier auf jeden Fall nicht verkehrt wäre Nehmen wir noch, sieht man halt diesen brennenden Umhang Noch steht der Nivitor Aber wird jetzt fallen Ja Die Tatschigkeit jetzt wird gönnt Und man zieht sich zurück Der Inip, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, heißt zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht viel Und das ist eine Dickwave, die sollte man rauspushen Ein Inip wird dir nicht reichen, um das Spiel zu gewinnen Weil man hat ja schon zwei, aber Selbst für Zweien ist es halt schwierig Mit rein wird es zumindest insofern ganz angenehm, dass man den Gegner sehr in seiner eigenen Basis eingetackert hat Das auf jeden Fall Ja, 70 Minuten Aber selbst HQ, der hat sich jetzt schon aufgebessert das Stundenlas geholt Er lässt aber immer noch den Slot für die Control Wars dort frei Einer muss sie halt noch holen können So, Baron ist auf jeden Fall gleich abgelaufen Wobei sich halt Afrobo auch gerade sagt So, ach scheiß auf Control Wars Ich hol mir jetzt auch mein letztes Alte Ja, aber Wann wirst du schon mal Fullbild als Support, ne? Eben drum, ja Da musst du es halt mit den Trinket Wars und Ja, einfach mit den Trinkets lösen Der meint, die meiste Zeit schliehen sich beide Teams eh gegenüber Oh, der Nash-Buff ist halt immer noch da Ja, aber jetzt ist er gleich weg Kommando-Banner-Minieren hat er halt echt nochmal viel gebracht Porto hat seine Kelly Drift jetzt auf Cooldown Wird aber nicht viel ausmachen Solange er mal ein paar Qs treffen kann, um den Cooldown noch wieder zu reduzieren Geht das eigentlich ganz flott Sie müssen eigentlich mit denen hinabkämpfen, wenn sie den verlieren Ja, dann ist da eine Menge Druck auf jeden Fall Das ist richtig Nachteil Wobei sie halt bis zum nächsten Elder Drag wirklich auch noch wieder Zeit haben What ein Game, du 71 Minuten 10 zu 10 Ja, aber ich glaube nicht, dass wir einen neuen Rekord sehen Dafür müssten sie noch über 20 Minuten spielen Beschwörst dich herauf, Mori Oh, die Shockwave Die saß richtig gut So, jetzt die All-Ultimate hinterher Wird das hier das Spiel drehen In der Zwischenzeit sind die Versailles mit dabei Aber man kriegt ja einfach keinen Down Die Frontline ist einfach so dick Flash raus, Meteos überlebt das Ganze Dann triffst du einfach mal eine grandiose Shockwave Und es nützt nichts Und ein nächstes Turm ist schon down Und jetzt wird der Indivitor fallen Und wie bitter ist das denn für Klatsch Ich würde gerne nochmal sehen wollen, was Solo da gemacht hat Solo hat sein Ultimate nicht reaktiviert Ich weiß nicht, ob er da gerade zu zieht war Oder der Pillar ihm halt einfach die Möglichkeit versperrt hat In sein eigenes Ult reinzulaufen Aber wenn da halt ein bisschen Follow-up Auf diese Shockwave noch da gewesen wäre Die war halt so stark an der Stelle von Verbiven Dann können die das Ding an der Stelle gewinnen Und wenn die halt drei Leute bekommen Dann ist kackegal, ob ihnen die Indips fehlen Dann können sie halt einfach straight up, Mitte runter Die letzten Türme da noch einreißen Steht insgesamt nur noch ein Turm jetzt Bei sieben Zehn zu zehn in den Kielz Jetzt haben sie halt das Problem, ne? Drei Indips down Das wenn sie nicht bald gewinnen werden Sie wahrscheinlich den letzten Turm verlieren Und die Thieves können halt einfach mit diesen Basalen arbeiten So eine schöne 9ke durch Shockwave Und das reicht halt einfach nicht Dabei hätte das Hätte der Kerngedanke einfach reinlauten müssen Man wartet jetzt hier auf die Waves Der mittlere Ende kommt ja gerade wieder Es gibt nochmal so ein bisschen Zeit Dadurch kommen jetzt halt erstmal keine doppelten Superbasalen Waves Man kann vielleicht halt umfalten Ich meine, das ist alles wieder da Das Schockwave wird immer wieder einsetzen Wenn der Gegner wieder ein bisschen knubbelt Warum nicht? Der Ball muss aber weiter nach vorne Ja, da ist er, der liegt da Das Runde muss ins Eck Welche Ecke? Auf der Ecke von der Wand sein Hier nochmal den Knock-Up Oh, Someday Der hätte man schon mal einsetzen können für den Kill Vielleicht ein bisschen zurückhaltend Jetzt die On-Ultimate Knock-Up hier Das ist nicht wie in die Start-Ultimate Aber Caitlin ist unangetastet Oh, der Zwischenzeit für Bip wird angegangen von Someday Apollo auch Man hat schon mal den Kill gegen Solo mal wieder Aber es war ein 1 zu 1 Ja Da fällt jetzt momentan zumindest auch das Weit Und hier ist es halt Die Basalen sind halt jetzt so toxisch für dich Shockwave konnte halt hier nicht perfekten Backline platziert werden Hier war super wichtig, dass Someday geschafft hat Für Biven so weit zurückzudrängen Dass er einfach den Ball resetten lassen muss Und dadurch halt einfach keine Möglichkeit mehr hat Caitlin rauszunehmen Und das soll's jetzt sein 1600er Kriter auf Akuhu Und da halte ich fest Leider wird hier noch mit rausgenommen Für Biven ist down Und da ist es Der zweite Fidelist Werden nach einem ziemlich wackeligen Game One Hand of Thieves sein Was ein zähes Game Aber am Ende sind sie hier Der Sieger Aber das Spiel hätte auch genauso gut andersrum ausgehen können Holy Shit Also souverän sieht anders aus Gar keine Frage Am Ende waren sie das geduldigere Team Das überlegtere Team Also ich finde man hat an ganz ganz vielen Stellen gemerkt Dass halt fünf Games Und gerade noch so ein langes Spiel Für die Spieler wahnsinnig fordernd waren Also Afromo hat in dem Game halt echt viele Fehler gemacht Auf der anderen Seite Solo Mit seinem On-Pick Hat halt auch nicht viel wirklich zu einem positiven Game beitragen Aber überleg mal Also das Spiel ging über 70 Minuten Da machen andere drei Spiele in der Zeit Yo Also ich kann das ja auch vollkommen nachvollziehen Aber das waren halt überall so die kleinen Feinheiten Ich hatte, dass wir jetzt kein Replay bekommen haben Hätte Genders On-Ultimate nach der Botlane Shockwave Nochmal gesehen, was da passiert ist Dass Solo es halt nicht reaktiviert hat One Hand of Thieves Gewinnerwartungsgemäß Aber auch sehr wackelig unerwartungsgemäß Von ihrer Leistung her Das stimmt Ja, damit wird es nicht einfach im Finale gegen Team Liquid Um ehrlich zu sein Die stehen wahrscheinlich gerade als Favoriten In der Rolle Stimmt wohl Ja, definitiv Also für mich Team Liquid der Favorit Gegen One of Thieves Im kleinen Finale Leider dann nur Klatsch Gaming Boah, aber das ist halt auch so Das ist so bitter in so einem Moment Auch für Klatsch Gaming Sie sind halt neu mit dabei Haben sich halt in die Playoffs so weit schon durchgespielt Und dann ist es halt in dem allerletzten entscheidenden Game Und dann dauert das so lange Und dann verlierst du halt so knapp Weißt du Das ist halt immer so besonders ärgerlich Ich stelle euch vor Ich spiele halt so gerade um eure Die Motion Matchup quasi In der Promo am besten noch Oder die Motion Matchup Ja, aber ich Bis zum nächsten Mal Gute Nacht Das macht das wunderbar Was ist denn da los? Das war 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 Das war